Ähm, ja, Leute, hier, Hangouts Saloon, neun, geistiges Gefängnis. Ich wollte eigentlich noch warten, bis das Achtur, bis ich anfange, aber ich fange einfach mal so an. Ja, also ich muss euch mal wirklich was verraten. Also im Regelfall ist das tatsächlich so, dass ich eine Sendung starte und dann weiß ich gar nicht, was ich da jetzt erzählen soll. Das ist wirklich kein Scherz, ne? Das geht mir wirklich so, ne? Und das kann sogar dazu führen, dass man auch mal in einem längeren Zeitraum gar nichts macht, ne? Ist dann allerdings nur einer der Gründe, ne? Aber das kann auch mit dann einer der Gründe sein, weil man sich so denkt oder man denkt sich, hä, wie, wie habe ich das überhaupt früher gemacht, ne? Wie, ich weiß das gar nicht, ja, oder was erzähle ich denn da jetzt überhaupt, ne? Und, ja, und es ist tatsächlich so, dass ich wirklich in aller meisten Fällen tatsächlich völlig unvorbereitet in so eine Sendung reingehe. Es sei denn, das ist jetzt ein ganz spezielles Sachthema, wo man dann nochmal ein bisschen was raussuchen muss oder so, ja, weil es so sehr ins Detail geht, das kann dann schon sein. Ich kann euch zum Beispiel auch sagen, diese Psychopathensendung, die ich mal gemacht habe mit Peter Müller zusammen und mit ihren, da war ich auch sehr, sehr unvorbereitet. Wobei man das dann auch teilweise gemerkt hat, da hätte ich mich besser mal etwas mehr vorbereitet, aber es ging dann trotzdem, ja. Und, ja, so ist das halt, ne? Ich glaube auch, wenn ich mich hier so perfekt vorbereiten würde auf Sendungen, dann wäre das auch nicht dasselbe. Ja, ich erzähle einfach das, was mir da gerade so ein bisschen im Kopf rumspürt, ja. Das hier ist gerade wieder so eine Phase, muss ich sagen, gibt da so ein paar Themen, über die ich halt gerne mal reden will, also da natürlich auch mit euch, ne? Wird noch der eine oder andere gleich in die Sendung reinkommen. Ich habe schon ein paar Leute angeschrieben, die denken halt, es geht jetzt um 8 los, ne? Ja, da können wir hier noch so ein bisschen Warm-up machen. Kilominati ist im Chat. Servus. Ja, hi. Ja. Ja. Naja, also hier das Thema geistiges Gefängnis, das ist ja, ist ja jetzt nun mal sehr vielseitig, ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Ja, ich hoffe, dass wir da ein paar interessante Gespräche heute zusammenkriegen. Vielleicht auch nicht, das werden wir aber sehen. Ja, was, das kann alles Mögliche sein, das geistiges Gefängnis. Es kann zum Beispiel das Weltbild sein, was man hat, ja. Ja, äh, zum Beispiel, wie unsere Welt beschaffen ist, zum Beispiel, ne? Oder auch der Glaube an, der blinde Glaube an Autoritäten zum Beispiel, ne? Das kann auch ein geistiges Gefängnis sein. Das kann auch, ja, man kann sich auch, es können auch solche Dinge sein, wie Minderwertigkeitskomplexe zum Beispiel, ja? Ähm, woraus dann zum Beispiel eine Form der Co-Abhängigkeit resultieren kann oder auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ne? Oder auch eine Borderline-Störung, halt, ne? Ähm, da habe ich mir übrigens mal überlegt, vielleicht mal hier den Christian Hemmschelmeier einzuladen. Der macht da eigentlich schon mal ganz gute Videos dazu. Steht jetzt auch kurz vor den 7000 Abonnenten. Ihr könnt den eigentlich gerne mal abonnieren. Wie gesagt, Christian Hemmschelmeier. Ähm, vielleicht sollte ich den auch hier mal verlinken. Also, ich finde, er macht echt gute Videos, ne? Natürlich jetzt hier auch fachspezifisch. Man kann jetzt kein Fachmann sein auf jedem Gebiet, ne? Ähm, ich werde den mal gerade hier raussuchen. Dann würde ich den gerne mal reinziehen. Peter Fraben kann ich zum Beispiel auch empfehlen, ja? Aber ich muss sagen, momentan gefallen mir zum Beispiel die Videos hier vom Hemmschelmeier sogar noch besser, ja? Ähm, so. Ähm, ich werde das hier mal verlinken. Geht da gerne mal drauf. Lass mal ein Abo da. Dann ist er, hat er 7000 erreicht. Ähm, ja. Ähm, ja, Leute. Jetzt weiß ich ja wirklich mal nicht, was ich sage, so ausnahmsweise. Ja, also, wisst ihr, mir geht das halt einfach so im Alltag, dass ich lebe wahrscheinlich auch in einem geistigen Gefängnis. Wenn auch in einer anderen Art und Weise dann themenbezogen, ne? Also, und, äh, ich erlebe das immer wieder, ne? Und ich weiß ja nicht, wie euch das geht, ne? Aber so im Alltag oder so, ähm, ich stelle mir manchmal eigentlich die Frage von manchen Menschen, oder wenn man das irgendwie so mitbekommt, ne? Also, weil die so viele Probleme haben oder so oder worüber die sich Gedanken machen oder wo ich mir manchmal echt denke, ihr könntet eigentlich ein super geiles Leben führen oder sowas. Aber ihr lebt in eurem geistigen Gefängnis. Und da kommt er nicht raus. Es gibt eine Folge von The Walking Dead. Da ist dieser, wie hieß denn der noch? Der immer mit diesem Stock gekämpft hat, dieser Schwarze. Jedenfalls, da gibt es eine Folge, die war eigentlich ganz gut, ne? Und ich glaube, diese Folge erzählt, wie er zu seiner Philosophie gekommen ist da, ja? Die er so vertritt. Und da hat er irgendwie so einen Typ kennengelernt. Und dieser Typ hat ihn dann irgendwie da eingesperrt in so ein Hintergitter halt und so. Und dann versucht er auch da irgendwie auszubrechen und so. Aber, oh, Jason ist da, sehr gut. Dann versucht er auch da irgendwie auszubrechen und, äh, aber in Wirklichkeit hat er nie abgesperrt, ne? Da war die ganze Zeit auf, das Gefängnis. Das war auch wiederum ein geistiges Gefängnis, weil es war ja gar kein richtiges Gefängnis, weil es nicht abgesperrt war, ne? Und, ähm, das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Ja, über diese Dinge will ich halt eben reden, ne? Und das, wie gesagt, das fällt mir halt ganz, ganz oft auf, ne? Und die kommen da gar nicht raus, ne? Also, das muss man erst mal erkennen, dass man in diesem geistigen Gefängnis drin ist und dass man da eigentlich jederzeit rausgehen kann, ne? Und, äh, ja, äh, Jason, sag mal was. Jason, du bist noch stumm geschaltet. Ja, hallo. Oh, warte mal, warte mal. Oh, ich muss hier mal. Bin ich zu laut? Ja, hier gerade bei mir, aber nur, weil ich hier was falsch eingestellt habe. Jetzt ist es besser. Sag noch mal was. Okay. Ja, hallo. Du bist so ein bisschen, du machst da irgendwie so Geräusche. Ist das dein Mikrofon? Was machst du denn da? Ja, äh, ich hab mir ein neues Mikro gekauft, aber anscheinend ist es doch nicht so gut. Weil das hat immer so einen Wackelkontakt. Da musst du halt gucken, ne? Dann setz dich halt da hin, als wärst du zur Salzsäule erstarrt oder so. Keine Ahnung. Äh, vielleicht, vielleicht kriegst du irgendwie hin, ne? Ähm, ähm, ja. Ja, Thema geistiges Gefängnis, ne? Äh, übrigens, was mich auch mal noch interessieren würde, wie du denn dann jetzt zum Libertarismus gekommen bist, hast ja letztens auch ein bisschen was erzählt, ne? Äh, was, was ja vielleicht auch ein geistiges Gefängnis sein kann, ne? Irgendwelche, äh, Weltanschauungen oder was auch immer. Äh, aber erzähl mal, was, äh, ja, geistiges Gefängnis, was, was fällt dir dazu ein? Oder über was würdest du da gerne reden? Was? Ja, ich hab jetzt, äh, das, was du jetzt davor gesagt hast, nicht mitgehört, weil ich dachte, das fängt erst so um acht an. Ist ja wurscht. Ähm, ja, für mich sind, ja, ich, ich bin ja auch so eine Art Verschwörungstheoretiker bei manchen Dingen, aber ich, äh, sehe halt, dass viele Verschwörungstheorien, also zum Beispiel, ich will jetzt nicht auf Toni hinaus, das muss jetzt nicht die flache Erde sein, aber auch so Mondlandung oder so, äh, ich finde, das sind so Themen, da verzettelt man sich gern mal. Und eventuell werden diese Theorien auch gestreut, damit sich die Leute verzetteln und damit man sie auch lächerlich machen kann. Ja, möglich wäre das. Ja, das ist für mich jetzt so ein geistiges Gefängnis. Also, wenn man zu sehr in einer anderen Welt lebt und dann ein neues Gebilde aufbaut, ein neues geistiges Gebilde. Ja, also, ich, ich mache das ja zum Beispiel so, ich versuche irgendwie von Bekanntem auf Unbekanntes zu schließen, ja, und dann kann ich halt sagen, aufgrund der vermeintlichen, äh, Faktenlage, äh, dass man halt sagen kann, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, das ist vielleicht unwahrscheinlich oder sowas, ne, absolute Gewissheit zu bekommen, das ist häufig sehr, sehr schwierig. Ja, ich sage ja immer, die Wahrheit, also die Wahrheit, von der ich rede, ist das, was ist, was wirklich ist, was wir vielleicht niemals sehen werden, ja, oder wo wir niemals rankommen, aber das ist das, was ist. Und das andere ist halt unsere Wahrnehmung, ja, also wie wir halt Dinge wahrnehmen, die ist sehr, sehr verschieden, und, ähm, äh, und, äh, zum Beispiel diese Themen, die du da angesprochen hast, das sind ja auch so Sachen, da habe ich mich jetzt nicht so ultraintensiv damit befasst, ich meine, da gibt es andere Leute, die haben da viel mehr drüber gemacht, ne, äh, aber das sind schon alles so Sachen, die mich halt auch etwas stutzig gemacht haben, ne, oder wo ich mir auch überlegt habe, okay, äh, passt das wirklich alles so zusammen, ja oder nein, ja, und da gibt es ja schon, gibt es ja schon interessante Hinweise darauf, ne, finde ich jetzt, was diese Dinge da angeht, verstehst du? Ja, bei mir kommt es wirklich auf das Thema an, also manche Sachen finde ich lächerlich und andere finde ich dann eher realistischer. Ja, hau mal irgendwas raus, also es ist einfach mal so ein Ding, egal was es jetzt ist, ne, wo du wirklich sagst, das ist ein geistiges Gefängnis, das ist doch klar, das gibt es nicht oder irgend so was, was dir mal zu verstehen. Ja, also die bekanntesten Beispiele sind ja diese Weltbildtheorien, also vor der flachen Erde gab es ja die hohle Erde, das konnte man noch einigermaßen nachvollziehen, aber spätestens mit der flachen Erde haben sich halt die Leute in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht. Eventuell haben sie auch recht, und wir sind eigentlich die Dummen, aber, weil im Mittelalter, also in der Geschichte kam sehr häufig vor, dass die Mehrheit eben nicht immer recht hatte, aber trotzdem, naja, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auf einer Kugelerde leben, auch wenn ich es jetzt, ja. Was macht dich denn da so sicher, dass wir auf dem Globus leben? Ja, ich bin jetzt kein Physiker, also ich kann auch nur mit den Quellen argumentieren, die man halt sich dann selber erarbeitet hat. Also die Flacherdler, die haben auch ihre Quellen herangezogen, nur wenn ich mir die ganzen Gegenargumente gegen die Kugelerde ansehe, und ich spiele da mal auf das Raketenthema an, dann ergibt das für mich keinen Sinn, also, ähm, es wird ja immer gesagt, ja, die ganzen Raketenstarts, die können ja nicht echt sein, weil die Rakete neigt sich beim Start in einen gewissen Winkel, also die fliegt ja nicht kerzengerade nach oben. Und, ähm, das wäre ja zum Beispiel ein Gegenargument gegen die Kugelerde, aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit, äh, Raumfahrt, dann weiß man, dass die Rakete sich neigen muss, damit sie wieder zurück zur Erde fällt, aber weil, also sie soll wieder zurück zur Erde fallen, aber weil sie so weit schon über den Horizont hinaus ist, fällt sie niemals zurück zur Erde, es geht nur darum, in den Orbit zu kommen. Und, ja, also, ich kritisiere eher die Argumente, die gegen die Kugelerde sprechen, weil die nicht so richtig lustig sind. Ja, also, ich muss sagen, es gibt ja, es gibt vieles, was ich ja auch schon gesagt habe, ne, also, wo ich zum Beispiel auch gesagt habe, hier, wenn es heißt, Wasser ist immer flach, es heißt dann nicht, Wasser ist meistens flach oder so, nein, Wasser ist immer flach und du kannst es wieder legen, du machst, äh, Wasser in ein Glas und hast, äh, ein bisschen mehr Wasser, machst du rein und aufgrund der Oberflächenspannung ist dann da auch, äh, eine, eine Krümmung und dann ist es nicht mehr flach und damit hast du schon widerlegt. Ja, es ist falsifizierbar, ne, du hast es, ne, und, äh, das zum Beispiel für mich, äh, ein ultra schlechtes Argument, was, was zum Beispiel da oft verwendet wird, ne. Ich bin mir aber darüber im Klaren, dass, äh, es vielleicht Leute gibt, die haben super schlechte Argumente, nur, das heißt ja dann trotzdem nicht, dass das nicht stimmen kann. Weißt du, was ich meine? Nur halt, dass die Argumentation scheiße ist. Jemand kann auch, äh, super tolle Argumente haben für etwas oder es hört sich zumindest schlüssig an, aber es stimmt trotzdem nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kann das nicht daran festmachen, ne? Ja, aber selbst wenn, also zum Beispiel, äh, diese ganze Libertarismus-Debatte, die bringt uns ja, äh, im Endeffekt irgendwie weiter. Oder, was kann man denn noch so nehmen? Hm. Ja, zum Beispiel das mit dem Klima, das hat dann auch politische Auswirkungen, ob man jetzt eine Klimasteuer zahlen muss oder nicht, aber bei der flachen Erde, ähm, gibt's eigentlich keinen Grund, sich damit näher zu beschäftigen, weil am Ende, selbst wenn wir es wüssten, wären wir immer noch nicht schlauer. Also man könnte keine, ähm, das würde die, äh, Gesellschaft jetzt nicht besonders verändern. Höchst die, äh, was der Tonnehmer sagt, das, das sehe ich dann noch ein, dass quasi die Menschen dann plötzlich aufgeweckt werden, aber ich glaube, denen fällt immer wieder eine neue Lüge ein, also von dem her sehe ich das jetzt nicht so. Naja, also, es ist, nur mal angekommen, es wäre tatsächlich so, dass wir jetzt hier auf der flachen Erde leben, ne? Ähm, dann wäre das ja so eine Art Opener, ja? Denn, weil das wäre ja schon eine ziemlich streiste Lüge, ja? Äh, die man uns da verkauft hat. Und dann, wenn das zum Beispiel dann rauskäme, dass es so wäre, dann würden sich Menschen vielleicht die Frage stellen, im Moment, wenn ich schon angelogen wurde, über das komplette Weltbild, ne, wie unsere Welt beschaffen ist, ne, wenn das schon gelogen ist, ne, ja, was ist dann vielleicht noch alles gelogen, ne? Ja, weißt du, was ich meine, dass es halt, äh, wenn, ich nehme mal das, äh, Argument Steuern sind Raub. Ja. Also, bis jetzt konnte mir das noch niemand widerlegen, deswegen, das war einer der Gründe, wieso ich ja, äh, Libertär geworden bin, weil du dich ja gefragt hast vorhin. Und, obwohl es niemand widerlegen kann, sind die trotzdem alle für Steuern. Ja. Also, obwohl das ja schon so offensichtlich ist, ähm, äh, lebt man lieber in seiner alten Welt, beziehungsweise, jetzt angenommen, die Presse schreibt, ja, die Erde ist flach, wir wurden belogen, dann könnte das zum Beispiel, ähm, damit kann man die Massen ein bisschen verwirren, weil man dann sagen kann, ja, alles ist gelogen und genau aus diesem Grund müssen wir diese und diese Maßnahmen dann umsetzen, weil eben alles gelogen ist. Ja, zum Beispiel. Also, für mich ist das, ja, selbst wenn es stimmt, also die, äh, die Masse jetzt, die, damit kommt, äh, da, erstens verzettelt man sich mit den Themen, habe ich ja angesprochen, und zweitens kann man halt die ganze Trufer-Szene damit, damit ins Lächerliche ziehen, indem man dann sagt, ja, die beschäftigen sich mit so Themen und die kann man ja gar nicht ernst nehmen. Ja, aber sollte es nicht eigentlich in der Trufer-Szene so sein, sollte es nicht als Trufer eigentlich die Voraussetzung sein, dass man sich wirklich für die Wahrheit interessiert, prinzipiell, und, äh, und nicht jetzt irgendwie sagen, okay, wir klammern das jetzt aus oder so, oder wir führen halt schon so eine Art Selbstzensur durch, ist man dann eigentlich noch Trufer? Es geht ja gar nicht um Zensur, sondern, ähm, Trufer ist man für mich jetzt, äh, wenn man auch die alternativen Ansätze kritisiert, also wenn man überall skeptisch ist, wenn man alles glaubt, was aus dem alternativen Spektrum kommt, dann ist man... Aber da musst du ja auch, aber da musst du ja auch skeptisch sein, was das Weltbild angeht, ne, eigentlich. Du sagst ja überall skeptisch, ne. Ja, gut, äh, ja, ich schließe es nicht aus, aber ich bin mir halt ziemlich sicher zu 99 Prozent, dass wir auf einer Kugelerde leben. Aber warum schließt es nicht aus? Ja, vielleicht leben wir doch in der Ultramatrix und, äh, alles ist eine reine Lüge, also am Ende wissen wir es nicht, aber man kann ja von Wahrscheinlichkeiten ausgehen und wenn die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass wir auf einer Kugelerde leben, dann entspricht das dann doch eher meiner Meinung. Ja. Wie sieht denn eigentlich, wie sieht denn eigentlich diese Kugel aus? Ist das einfach wie so ein, wie so ein Ball? Oder ist das irgendwie, oder sieht das aus wie eine, wie eine Birne oder wie eine Kartoffel? Ja, das soll, glaube ich, aussehen wie ein Ei, oder? Das ist ein abgeschlappter Rotationshypsoid. Also, so viel ich weiß, soll die Erde aussehen wie ein Ei. Geht so ein bisschen, geht so ein bisschen auseinander, ne, weil die Bilder, die man da zeigt, das ist ja zum Beispiel dann eine Kugel, ja. Die sieht ja zum Beispiel nicht aus wie ein Ei, diese Bilder da, ne. Oder die anderen Planeten, die sehen ja auch eher komplett rund aus, ne. Das sind auch schon so Sachen, ne, wo ich mir dann auch schon denke, okay, verstehst du, was ich meine? Ja. Schade, dass der Peter bleibt flach. Da heute nicht so ein Flow ist, schreibt er hier im Chat oder so, und das hätte da reingekommen, gell. Aber wir müssen jetzt auch nicht hier die ganze Zeit wieder über die flache Erde reden, da haben wir ja schon eine Million Sender, da kann ich wieder auch vielleicht mal was Vernünftiges drüber machen, ja. Zumal, das Problem ist ja auch immer, dass ich ja auch gar nicht so die Expertise habe auf diesem Gebiet, ne. Das ist halt auch immer dann problematisch, ne. Aber erzähl mal ein bisschen, wie bist du denn eigentlich da, das kann man ja vielleicht auch so ein bisschen als geistiges Gefängnis bezeichnen, wo dann die Leute da drin sind, hier mit, das muss so sein, es muss Steuern geben oder was auch immer, oder der blinde Klauber an Autoritäten, ne. Und was war denn so letztendlich das durchschlagende Erlebnis, was dich dann irgendwie da zum Libertarismus gebracht hat? Oder erzähl doch mal, wie hast du vorher darüber gedacht und wie kam das dann? Ich kam ja ursprünglich, ich war jetzt selber kein Reichsbürger, aber ich habe mich in dieser Szene ein bisschen aufgehalten. Also ich bin zu manchen Stammtischen gegangen, weil ich das interessant fand. Und für mich war dann eine sehr lange Zeit der Minimalstaat die perfekte Lösung. Also so wie das Kaiserreich damals war ja auch nur ein Minimalstaat, auch wenn es eine Monarchie war. Liechtenstein ist ja vergleichsweise auch eher frei, obwohl es eine Monarchie ist. Ja, und deswegen habe ich schon in diese Richtung tendiert. So, aber ich war auch, hatte auch sehr viele Ansichten vom Ken Jebsen, also gegen den Kapitalismus und wie böse die Firmen sind. Mir war schon bewusst, dass der Konsument mit seinem Konsum entscheidet, welches Unternehmen er unterstützt. Aber ich habe mir mal gedacht, ja, der Konsument trifft nicht immer die besten Entscheidungen. Und dann war ich auf der Voss eine Zeit lang und hatte sehr viel Wirtschaftsunterricht, also Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und habe mich sehr viel für Wirtschaft interessiert. Und irgendwann kam ich mal auf diese Hangouts. Und zuerst war ich in einer kompletten Kontraposition, weil man fühlt sich ja dann in gewisser Maßen so angegriffen, weil man selber jetzt dann plötzlich der Böse ist und auch dieses Rumgeschrei in den Hangouts, das hat mich eher abgeschreckt. Aber irgendwann kam ich dann auf diesen Charles Krüger und irgendwann hat es dann Klick gemacht und seitdem bin ich halt Vollblutlibertärer. Das Einzige, was ich heute am Libertarismus kritisiere, ist, dass man von Geburt an nicht die gleichen Chancen hat wie ein anderer, sondern dass man auch in einer reichen Familie geboren werden kann. Aber so ist halt die Natur eben und man kann sich halt nicht aussuchen, in welcher Familie man jetzt geboren wird oder welches Geschlecht man hat. Also diese Chance und Gleichheit, die finde ich heute jetzt nicht mehr so. Und bei Zölle denke ich mir, manchmal können Zölle auch berechtigt sein. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben, ich bin prinzipiell gegen Zölle, aber ich kann die Argumente für Zölle auch verstehen, weil die Unternehmen in einer freien Gesellschaft konkurrieren, quasi mit den Unternehmen in einer unfreien Gesellschaft, wo die Leute dazu gezwungen werden, die Güter billiger zu produzieren. Okay. Aber dazu habe ich einen Beitrag geschrieben und ich bin prinzipiell gegen Zölle, auch wenn ich jetzt die Gegenwohnungen aktieren kann. Du kannst es ja gerne mal verlinken auf Discord oder sowas. Können ja Leute mal reingucken. Da könnte man jetzt natürlich auch einiges noch dazu sagen zu den Zöllen und sowas. Du kannst es auch wieder komplett runterbrechen auf, ist man jetzt für die Wahrung von Eigentumsrechten oder nicht. Und, und, und. Ich glaube, Oliver Janich hat auch mal was Interessantes drüber gemacht. Der Charles Krüger wahrscheinlich auch. Kannst du vielleicht auch mal raussuchen. Ich bringe es auch nochmal, glaube ich, schön auf den Punkt, was das Thema betrifft. Gerade, glaube ich, der Olli, ich weiß nicht mehr genau, wie das Video hieß. Aber wir können auch gerne später noch ausführlich drauf eingehen, wenn Leute das wollen. Was wollte ich jetzt sagen? Okay. Was war da jetzt so der ausschlaggebende Punkt? Wurde dann, gab es da irgendwie so ein, du hast jetzt so ein paar Sachen genannt, oder gab es da irgendwie so ein Erlebnis? Der ausschlaggebende Grund war, man konnte kein Gegenargument mehr finden. Also, irgendwann waren die Argumente ausgeschöpft und dann muss man sich eingestehen, dass halt der Libertarismus an sich stimmig ist, weil man den nicht widerlegen kann. Ja. Ja, ich sehe es im Grunde genommen eigentlich genauso. Es ist für mich halt, vielleicht liege ich auch völlig falsch, und der Libertarismus ist mein geistiges Gefängnis, weil das so eine Sache ist, die für mich irgendwie aus sich heraus, wenn man vernünftig denkt, irgendwie aus sich heraus irgendwie stimmig ist, oder sowas. Und ich finde halt auch, dass das eine gute Art und Weise wäre, miteinander umzugehen halt. Also hier die Wahrung von Eigentumsrechten, insbesondere Selbsteigentum, und eben auch das Nicht-Aggressionsprinzip, was sich ja auch mit dem Naturrecht deckt. Ja, ne, also, ja gut, da haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Ja, ich bin, hier, Peter Plan, ich bin heute, glaube ich, auch nicht so im Flow drin, ja. Ähm, ja. So, ja. Was? Wolltest du was sagen? Ne, ich habe nur so ja gesagt, also, weil du dann, ich habe dann aufgehört, weil du so gelacht hast. Okay, okay, äh, was, was hat eigentlich der Chat hier? Der ist rund, blablabla, blablabla, der Mensch, der hat sich die Fähigkeit, naturaktiv zu gestalten, uns zu seinen Gunsten zu manipulieren, blablabla. So, hm, hm, ist eigentlich auch gar nicht so viel los hier. Hm, wie gesagt, vielleicht werden auch noch ein paar andere Leute reinkommen. Hm, hm. So, lassen wir mal gucken. Ja, ich habe auch schon in der letzten Sendung ein bisschen was erzählt, ne, über das Geistigefängnis. Letztens hatte ich, glaube ich, irgendwann erzählt, ich hatte halt eine kennengelernt und, äh, ist auch ein bisschen so im Geistigengefängnis drin und auch an der, der blinde Glaube an die Schulmedizin und sowas, ja. Und, äh, äh, wie geht dir das so, ne? Wie geht dir das so in deinem Umfeld oder, ähm, also ich, ich erlebe das wirklich häufig, dass ich echt sehe, boah, denen geht's irgendwie scheiße oder, oder denen könnte es viel besser gehen, ne? Ja, wenn die da mal ausbrechen würden, ne? Aber die, du kannst das Ding gar nicht, das geht nicht. Du kannst das Ding gar nicht vermitteln. Also, ne? Also, man kann vielleicht mal Hinweise geben oder so, selbst das ist schon zu viel. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, kommt immer aufs Thema an. Also, es gibt Sachen, über die lässt sich, über die lässt sich es besser diskutieren. Es gibt dann Sachen, die, da sind die Scheuklappen schon ein bisschen größer. Ja, also, was mir zum Beispiel häufig auffällt, zum Beispiel jetzt beim, beim Thema Gesundheit oder sowas, ja, erlebe ich das häufig, ne? Dass das irgendwelche Zivilisationserkrankungen von irgendwelchen Leuten oder dann in deinem Umfeld oder sowas, ne? Und wo ich mir dann so denke, boah, da gäbe es vielleicht echt so viele Möglichkeiten, was man da machen könnte oder so, ne? Aber die sind da so, so tief gefangen drin oder so, ja? Die verrecken dann lieber elendig oder sowas oder führen ein super beschissenes Leben mit Einschränkungen, äh, als das irgendwie zu hinterfragen oder sowas, ne? Ja, äh, und ich sehe da auch wirklich, äh, das ist auch so das Grundübel unserer Gesellschaft, finde ich, der blinde Glaube an Autoritäten, ja? Der Doktor macht das schon, denn der hat ja einen weißen Kittel, ja? Und wenn der Doktor das sagt, dann ist das so. Oder zum Beispiel Politiker, ne? Die werden schon wissen, was zu machen ist oder sowas, ne? Die haben es zwar nicht so einfach und so und die können das nicht mal alles so durchsetzen, aber die werden das schon wissen, ne? Äh, und, 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 ja? Und, äh, oder die Wissenschaft oder sowas, ne? Man erzählt irgendwie irgendwas, ja? Und das wird dann schon so sein, ne? Weil das hat ja ein sogenannter Wissenschaftler uns erzählt, ne? Also, ja, aber im Grunde sind es ja auch, äh, Moment. Also, ich wollte noch sagen, hört ihr mich? Ja, man hört dich. Ja, wegen dem Wackelkontakt. Ja, es sind ja auch irgendwie Experten. Äh, die müssen jetzt nicht immer Recht haben, aber eine gewisse Autorität strahlen sie dann doch aus. Und, äh, was ich immer mache ist, ähm, ich habe eine lange Zeit nur so Romane gelesen, aber jetzt lese ich wirklich Bücher von Experten. Also, bei uns bei der Wissenschaftlichen Bibliothek muss man, glaube ich, einmal 10 Euro zahlen und dann kann man sich lebenslang dort Bücher ausleihen. Und so richtige, ähm, Fachliteratur. Und wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann besorge ich mir Fachliteratur, weil das wurde ja von Experten geschrieben. Und, ähm, aber dann wird das ja schon eine Meinung aus diesen wissenschaftlichen Quellen. Ja, aber wenn die Experten das geschrieben haben, dann wird das ja schon so sein eigentlich, sonst wärst du ja kein Experte, oder? Nee, weil die sind ja auch, äh, nicht jeder vertritt dann dieselbe Meinung. Also, zum Beispiel in der Medizin gibt es dann eher so Leute, die total an die Schulmedizin glauben und dann gibt es dann welche, die sagen, ja, du bist, was du isst und zeigen dir ihre Bücher und dann muss man halt abwägen und sich die besten Dinge aus den Büchern halt herausziehen. Ja. Ja, ja, genau. Ja, also, man sollte da auf jeden Fall, man sollte da auf jeden Fall immer sehr kritisch sein. Und es gibt ja auch vieles, das nehmen wir einfach so als gegeben hin, oder sowas, ne? Und würden da auch, glaube ich, nie drauf kommen, dass irgendwie jetzt hinterfragen, oder sowas, ne? Und, äh, ich bin da mittlerweile, bin da eigentlich sehr, generell sehr skeptisch geworden, oder sowas, ne? Also, äh, Dinge, die ich nicht selber überprüfen kann, oder sowas. Oder, ich denke mir halt häufig, äh, okay, das kann schon gut sein, dass das jetzt so ist, oder so, ne? Aber so meine Hand dafür ins Feuer legen, würde ich dann halt häufig doch nicht, ne? Also, und das, das, äh, heißt jetzt auch nicht, dass das Autoritäten einen belügen, oder sowas, ne? Äh, denn eine Lüge ist ja eine bewusste Täuschung und setzt das Wissen um die Wahrheit voraus. Aber wenn zum Beispiel der sogenannte Experte die Wahrheit gar nicht kennt, dann, dann ist das auch nicht irgendwie, wie Leute immer denken, ah, das muss doch die Riesenverschwörung sein, Millionen Leute müssten eingeweiht sein, nö. Weil die wissen das ja gar nicht nach dem Need to Do-Prinzip. Also, die glauben das ja vielleicht selber. Ja, manchmal ist es gar nicht mehr so schlecht, ähm, ein bisschen Vertrauen zu haben. Zum Beispiel beim Bitcoin, äh, der Quellcode ist zwar Open Source, aber im Grunde können es ja nur die Informatiker lesen. Also, du als, äh, normaler Benutzer kannst nicht beweisen, dass der Bitcoin sicher ist oder dass der Bitcoin anonym ist. Im Grunde können, äh, können die Informatiker, äh, Entschuldigung, kriege meine Stotter rein wieder. Äh, im Grunde können die Informatiker ja das nur so behaupten und in Wirklichkeit ist der Bitcoin ja dann nur, äh, ein Fake. Und ich weiß nicht, ob du, äh, die Zeit aufwenden möchtest, um, um dir selber programmieren beizubringen und dir selbst, also, nicht jeder hat die Zeit. Also, manchmal ist ja Vertrauen ja auch ganz gut. Oder zum Beispiel bei so Serien, also, wenn man jetzt die Sprache nicht kann, dann muss man sich ja auch auf die Untertitel verlassen. Ja. Aber die Untertitel können auch was ganz anderes sagen. Also, mir ist zum Beispiel aufgefallen, äh, ich hatte mir früher irgendwie ein bisschen da was, schon länger her, da waren irgendetwas Reden von Donald Trump und so, ne? Und, äh, ich hab mir das dann wirklich nur noch im Original angeguckt oder sowas, ne? Weil die Übersetzung zum Teil verfälscht war, ne? Äh, und ich hab mir da sogar überlegt, warum hab ich mir überhaupt die Übersetzung angeguckt, weil, äh, der redet jetzt echt kein super kompliziertes Englisch, was man jetzt, äh, da irgendwie nicht verstehen könnte, ne? Weil das jetzt so hochwissenschaftlich wäre oder mit super krassen Fachbegriffen, ne? Sondern, er redet ja eine sehr, sehr einfache Sprache, Und, äh, ja, wie gesagt, das sind so Sachen, äh, also wenn, ja, ne? Zum Beispiel auch, du sagst jetzt hier Bitcoin oder sowas, Oder irgendwas hat einen offenen Quellcode, ne? Dann kann man immer sagen, aber das ist ja dann offen und dann ist da nix, ne? Oder das würde doch jeder sehen, aber vielleicht ist da doch noch irgendwas drin versteckt oder so, ja? Und, äh, findet man dann eben doch nicht, ja? Also, das ist dann auch wieder so ein Glaube an, ich meine, ich finde das, bin da auch ein riesen Fan davon, von Open Source oder sowas, ne? Äh, oder, oder mit, mit Verschlüsselungsalgorithmen oder sowas, ne? Ja, der Verschlüsselungsalgorithmus, der ist aber sicher, ne? Das, das können die gar nicht knacken oder so, ne? Aus dem und dem Grund, ne? Äh, gibt's ja dann auch, ne? Das ist auch wieder so ein blinder Glaube daran, ja? Äh, ich sage halt ganz klar, nein, nichts ist sicher, ja? Du weißt ja gar nicht, auf welchem Weg geht, oder es gibt dann Leute, die haben da irgendwie ein Smartphone oder so, was, ab hier sicher sein, so von der Software oder, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, Das denen erheblich zu erschweren oder sowas, ja? Äh, aber dennoch kann da ja noch irgendwas sein, irgendein Chip oder was, oder irgendwie was, was völlig extern davon ist und dann doch, wenn man überwacht wird oder, also, ne? Das ist einfach so. Die Frage ist, also, wie einfach oder schwer möchtest du es dir machen? Also, wenn du willst, kannst du ja gerne, ideal selber programmieren, beibringen und deine eigene Software schreiben. Aber, man muss ja seine Zeit ein bisschen einteilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Krebs hätte und wüsste, ja, in drei Monaten sterbe ich vielleicht, also, dann würde ich mir die Zeit auch nehmen, um mir alle Argumente anzusehen, weil da geht es um mein Leben, aber jetzt bei so Verschlüsselungsdingern geht es jetzt nicht unbedingt um mein Leben. Also, da gebe ich auch mein Vertrauen ab. Du kannst ja auch, du kannst ja auch natürlich nicht, auf allen Gebieten Fachmann sein, das ist ja überhaupt nicht möglich, ja? Das geht ja nicht. Und deswegen schließt man halt von Bekanntem auf Unbekanntes. Zum Beispiel, Thema Gebs, das du gerade eben angesprochen hast, da würde ich persönlich, also, ich mache es jedenfalls so, dass ich da nicht warte, bis dann irgendwann die Diagnose kommt und mich dann damit befasse, sondern da mache ich dann lieber schon irgendwie im Vorfeld halt, also, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt oder sowas, durch Prävention halt. Ja, also, es ist, man muss nicht auf jedem Gebiet Fachmann sein, aber ich glaube, wenn man so eine gesunde Skepsis hat oder sowas, ich glaube, das ist schon ganz gut halt. Dann kann man ja schon sagen, okay, wahrscheinlich ist das jetzt so, solange man wirklich nicht diesen blinden Glauben hat, solange man jetzt nicht sagt, boah, das ist zu 100 Prozent so und bla bla und ich lasse mich von nichts mehr abbringen und das muss so sein und weil dann kannst du dich ja auch nicht mehr weiterentwickeln, ne? Das, man muss sich ja selber hinterfragen oder sowas, ja? Äh, ja? Das ist halt, der ist hier der, der Flug plus übrigens auch im Chat, äh, oder? Wir haben auch sehr, sehr wenig Zuschauer heute. So, es kommt auch heute nicht so wirklich in Fahrt, muss ich sagen. So, so, ja, und bist du jetzt, bist du jetzt Anaschokapitalist oder was? Bist du jetzt? Ja, Vollblut. Aber, ähm, Kapitalist, das muss ich auch wieder eingrenzen. Also, äh, ich gehe da nach dem Eigentum. Also zum Beispiel so Güter, also Eigentum ist ja notwendig, weil es gibt eine begrenzte Menge von Gütern und sehr viele Leute, die diese begrenzte Menge haben wollen. Also wenn ich zum Beispiel Taschentücher habe, die sind ja begrenzt und ganz viele Leute wollen Taschentücher und Eigentum regelt quasi, wer jetzt diese Taschentücher benutzen darf. Ja, die Sache ist nur die, wenn jetzt das Eigentum, wie geistiges Eigentum oder wie die Luft oder Wasser unbegrenzt ist, dann kann man da auch keine Eigentumsrechte entwickeln, weil jeder kann darüber frei verfügen. Und da wäre ich dann doch wieder ein Kommunist, weil, ähm, also wenn die Güter unbegrenzt wären. Für mich ist, äh, bedeutet Kapitalismus Fortschritt, aber angenommen, wir leben jetzt in einer super Utopie, wo alle Wünsche erfüllt werden, dann könnten wir von mir aus auch Kommunismus haben. Naja, also, das stimmt ja im Grunde genommen, ja. Also ich meine, Eigentum, ich meine, wenn man jetzt sich jetzt, wenn man sich jetzt einfach alles herzaubern könnte oder sowas, ne, äh, ich habe jetzt irgendwie einen Ferrari oder sowas, aber jemand anders fährt damit weg, ich kann mir exakt denselben durch Fingerschnipp da wieder hinstellen oder sowas, oder man kann alles haben, ja, oder es gibt halt alles nicht, dann, ähm, dann wird es wahrscheinlich diesen Begriff nicht geben, ne. Ich meine, den Begriff gibt es ja wahrscheinlich deswegen, weil, weil es halt einfach eine Notwendigkeit gab, halt eben, ja, das irgendwie zu regeln, ne. Was, was aber trotzdem dann noch existieren wird, also selbst wenn man alle Güter oder sowas alles, äh, ja, plötzlich einfach so erschaffen könnte, dann hättest du trotzdem noch, äh, zum Beispiel das, das Selbsteigentum oder sowas, ne. Das ist ja zum Beispiel noch ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil die ja, weil die ja nur dir selber gehören kannst halt, ne. Ja. Also mit dem Selbsteigentum habe ich eher weniger zu tun, weil es gibt ja dieses Nicht-Aggressionsprinzip und damit ist ja die Sache schon geregelt. Ja, du kannst es über, über beide Punkte herleiten, ne. Du kannst es über das Selbsteigentum, Selbsteigentum herleiten, ja. Dass du halt sagst, äh, das, daraus hat eben das Nicht-Aggressionsprinzip erfolgt, weil, äh, du dir das Eigentum nicht schädigen darfst oder dein Eigentum darf nicht geschädigt werden, also auch du selber nicht, ja. Äh, und du kannst halt nochmal von der, von der anderen Seite aus herleiten, ja. Also vom, vom Nicht-Aggressionsprinzip halt, ja. Ja, aber, ähm, ja, aber das ist alles so, das sind irgendwie alles so Sachen. Ja, jetzt stell dir mal vor, jemand würde, äh, ein Eigentumsrecht haben auf unbegrenzte Güter, wie zum Beispiel die Luft, dann müsstest du ja Steuern zahlen auf die Luft, weil jemandem die Luft gehört. Ja. Also weißt du, was ich meine? Eigentum ist nur dann da, wenn auch eine gewisse Begrenztheit. Ja, natürlich, mir brauchst du das nicht zu erzählen, ich weiß das, ja. Also, ja, ähm, aber das sind einfach so Sachen, ich weiß nicht, ob ich, äh, kann man jetzt natürlich drüber quatschen, die ganze Sendung, aber das, das kennt ja irgendwie schon jeder, ne? Das ist alles, äh, ich weiß nicht. Ich würde ja eigentlich gerne eher noch ein bisschen da auf das geistige Gefängnis eingehen, ne? Aber irgendwie... Ja, ja, geistiges Eigentum ist ja so ein Punkt zum Beispiel. Ja, wie siehst du das denn genau? Ja, für mich, ich benutze ja schon seit Jahren Linux und ich bin ja total, äh, Open-Source-Fan. Gut, die Spiele, die ich jetzt hab, die sind jetzt nicht Open-Source, das, aber, äh, für mich gibt's eigentlich kein Urheberrecht. Es ist halt, man versucht quasi, jemanden Ideen vorzuenthalten. Ja. Und Finanzierungsmodelle, die gibt's genügend, also, über Quad-Funding könnte man so viel finanzieren. Und wenn's, und wenn's da keine vernünftigen Finanzierungsmodelle gäbe, und dann? Ja, selbst dann. Also, selbst, ja, es ist dann blöd für den, äh, Schöpfer einer Idee, aber dann hat er halt Pech gehabt. Dann wird er halt für seine geistige Arbeit nicht entlohnt. Aber, ich schreibe niemanden anderem vor, was er halt, äh, nicht zu denken hat. Wichtig ist halt eben beim grässigen Eigentum, um das halt irgendwie um den Punkt zu bringen, ist es halt, man kann entweder nur, für Eigentum sein, oder für geistiges Eigentum. Man kann, wenn man für Eigentumsrechte, für die Wahrung von Eigentumsrechten ist, nicht für geistiges Eigentum sein. Denn geistiges Eigentum stellt ja immer einen Eingriff dar, in die Eigentumsrechte von anderen, ja. Zum Beispiel, das mit ihrem Eigentum zu vervielfältigen, oder wie auch immer. Ja. Das, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man nicht für beides sein kann, ne. Und ich sag mal, äh, die Linux-Community, die finanziert sich jetzt auch durch Spenden, aber es gibt viele Leute, die einfach ohne Geld daran entwickeln. Und, ja, daraus ist ja auch etwas entstanden. Also, wie viel Vielfalt es gibt unter den Linux-Betriebssystemen. Bei Windows hat man da zum Beispiel nur ein Betriebssystem, oder iOS. Und man bekommt das vorgesetzt, auch wenn man das Design jetzt nicht haben möchte, kann man höchstens den Hintergrund austauschen, oder muss sich irgendwelche komischen Programme installieren. Aber so richtig Kontrolle über sein System hat man erst dann, wenn man selber der Besitzer davon ist. Der Archibald Medis schreibt hier, ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Archibald Medis hier, dann hat mir kein Libertärer erklärt, wie da Straßen gebaut werden, oder Krankenhäuser. Soll man da jetzt echt drauf eingehen? Oder ist das nur hier so ein Trollversuch, Archibald Medis? Also, ich kann ja sagen, wer das bauen würde, die gleichen Leute, die es heute auch bauen. Und das sind nicht die Politiker. Ja, es kommen immer dieselben Gegenargumente. Also, das vermisse ich so ein bisschen. Ja, wie soll man das und das machen, als ob ich alles wüsste? Es geht ja nur um dieses moralische Prinzip. Und der Anarcho-Kapitalismus ist halt die Lösung auf diese Frage. Was, da ich mir schreibe, wer finanziert ist? Es gibt eine Nachfrage und es gibt ein Angebot. Und wenn du eine Nachfrage danach hast, dann wirst du schon Leute haben, die es finanzieren. Zum Beispiel hast du ein Geschäft gebaut und es hat keine Straßenanbindung. Also können die Kunden nicht da hinkommen. Also hast du ein Interesse daran, dass da eine Straße hingebaut wird? Also wirst du es wohl finanzieren? Also so schlimm finde ich es gar nicht, dass das Normalvolk jetzt noch so viele Fragen zum Libertarismus hat. Viel schlimmer finde ich, also ich hatte ja jetzt in der 13. auch VWL und da hatten wir einen Lehrer, der unterrichtet Volkswirtschaft und mit dem habe ich mich auch über den Libertarismus unterhalten. und er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er hat zwar, er kennt zwar all die marktwirtschaftlichen Prinzipien, muss mir da auch zustimmen, aber er will es einfach nicht wahrhaben und das verstehe ich dann im Grunde gar nicht. Man muss ja auch immer gucken, weißt du, der ein oder andere würde ja quasi dann dadurch auch seine eigene Existenzgrundlage gefährden, ne? Dadurch. Ja, ich habe ihn schon ein bisschen beruhigt. Ich habe gesagt, sein Job ist nicht gefährdet, weil er wäre ein super Privatlehrer. Aber naja. Naja, aber man denkt sich da halt schwulen, wenn man zum Beispiel verbeamtet ist oder sowas, ne? Denkt man, ne? Und das ist halt, die Frage ist auch, wie groß ist da die Motivation, das zu hinterfragen, ne? Wie jetzt, wenn du irgendwie so genannter Klimaforscher oder was, oder der IPCC, was ja glaube ich in Wirkstatt, irgendwelche Bürokraten sind größtenteils, aber du hast ja da nicht so wirklich, oder wenn du irgendwas studierst oder Gender, Dingsbumster, oder wie heißt das, irgendwelche Studienfächer, dann hast du ja auch nicht wirklich so die krasse Motivation, um das halt zu hinterfragen oder so, ne? Weil dann schnell mal vor, du hinterfragst das und siehst, das ist eigentlich total sinnlos. Ich habe was völlig Sinnloses studiert oder so, oder was will ich jetzt damit machen, ne? Das ist, ne, dann kann man das ja auch irgendwie nachvollziehen, ne, dass man das dann eben nicht so krass hinterfragt oder so, ne? Also, ist ja auch, ist ja irgendwie auch verständlich halt, ja, ja, ich denke, dass diese Leute, ähm, naja, schon ihren Teil zur Gesellschaft beitragen können, nur, äh, die haben momentan so eine ideologische Haltung, dass, also, die, die, da sind wir wieder beim Thema, also, die wird ja gar nicht mehr hinterfragt, so, ähm, an sich wären diese Leute ja nicht schlecht, weil die könnten ja zum Beispiel, ähm, zeigen, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau besser laufen könnte oder so, aber, die versuchen ja, dieses Verhältnis wieder zu zerstören, also. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, was, was du da dann lernst in diesem Studium, Ich bin ja da, hab bisher nicht studiert, aber, äh, mir erscheint es halt, aus meiner Warte her, erscheint es mir halt irgendwie ein bisschen nutzlos, aber, ähm, ja, wirtschaftlich gesehen ist es total nutzlos, weil so viel Angebot gibt es ja gar nicht. Was, schreibt da, ich hab mir das Let's Play and Talk, irgendwas, wenn du dann die Straße gebaut hast, dürfen andere da frei fahren, ganz einfach, der Eigentümer entscheidet, wer da fahren darf, wie schnell da gefahren werden darf, und was auch nicht, ja, ist doch ganz klar, ich gehe aber, ich gehe aber schwer davon aus, dass man auch Vereinbarungen treffen würde, also nicht jetzt, das eine Stück Straße, das ist 50 fahren, bei dem anderen 100 oder was, oder alles so, ich glaube schon, dass man das, dass man sich da einigen würde, das hält einem ja keiner davon ab, ja. Aber das, das haben wir, das haben wir ja schon tausendmal besprochen eigentlich, ne. Ich wollte ja auch mal gerne da so eine Reihe machen, Libertarismus, FAQ, und dann kamen ja immer wieder irgendwelche Störversuche, und dann kamen wieder irgendwelche Aktionen, und dann kam es halt nie dazu, ja. Äh, brauchst du dich doch, dann keiner zu beschweren, ne, also wir wollten es ja machen, ne. Äh, ne, vielleicht kommt es ja irgendwann noch, ähm, ich muss aber auch sagen, für mich ist das Thema momentan so ein bisschen, weißt du, ja, so, also wenn man so viel die Sendung darüber gemacht hat, ne, dann ist das irgendwie so ein bisschen ausgelutscht einmal für einen, ne, weißt du, weil man da so oft drüber gesprochen hat, und viele wollen das eh nicht begreifen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist so, irgendwie wo du dann denkst, die können sich ja die alten Folgen nochmal anschauen. Ja, guckt euch alle Folgen nochmal an, ja. Ähm, ja, aber was sagst du denn, was sagst du denn zu Leuten wie Oliver Janich, die halt sagen, ich bin ein Anarchist, aber wählt die AfD, sonst klebt Blut an deinen Händen. Passt das für dich zusammen? Ja, ich bin auch Wähler. Okay. Vielleicht kommen wir jetzt da gegeneinander, also. Passt das denn für dich zusammen? Also zum einen mit dieser Einwanderungskrise, also dieses Problem wurde mit Zwang geschaffen, und bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden, also eine freie Lösung, wie man diesen ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Ja. Aber ich will jetzt die ganze Politik nicht rechtfertigen, es geht mir eher um was anderes. Steuern zu zahlen ist ja eine Pflicht, die vom Staat kommt, also der Staat zwingt dich, Steuern zu zahlen. Beim Wählen ist es aber anders, das ist ein Recht, was du hast, und dieses Recht kannst du nutzen, also du hast das Recht, quasi die Mafia auszutauschen. Okay, was passiert denn eigentlich beim Wählen? Was machst du eigentlich damit? Also du machst da ein Kreuz, Ja, ich weiß, du willst wahrscheinlich auf dieses Legitimieren raus. Ja. Aber Legitimieren tue ich den Staat ja sowieso, indem ich Steuern zahle, weil wenn ich konsequent wäre, dann müsste ich nicht unbedingt auch die Steuern verweigern, auch wenn ich dadurch Konsequenzen erleide. nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn ein Bankräuber eine Bank ausraubt und jemand mit Vorgärten der Waffe dazu gezwungen wird, das Geld rauszurücken, dann rückt derjenige, also derjenige, der das Geld rausrückt, legitimiert dadurch nicht den Bankräuber, denn er wurde ja zu dieser Handlung gezwungen. Das ist nicht freiwillig passiert. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, er kann sich aber trotzdem weigern. Ja, kann er machen, aber er wird erschossen halt. Ja, ich sag mal, Jesus hat sich auch bis zum Schluss geweigert. Ja, das mag ja sein, aber dir ist doch schon vollkommen klar, dass ein Unterschied ist, ob freiwillig Erfolg oder durch Zwang. Du kannst doch einen nicht vollempänglich dafür verantwortlich machen, wenn er dazu gezwungen wurde, vielleicht sogar auch mit dem Tod, der bedroht wurde oder so. Das ist doch ein Witz. Ja, ist es trotzdem so, wenn ich das Recht habe, dann will ich das Recht auch nutzen, auch wenn... Aber das Recht hast du gar nicht, ne? Ja, zur Wahl zu gehen habe ich ja das Recht. Ja, du hast das Recht, also faktisch gesehen, ne? Faktisch gesehen machst du ja einfach nur quasi Kreuze auf ein Blatt Papier. Faktisch gesehen, ne? Du, ich habe sonntags meistens eh wenig zu tun. Ja. Hört man mich noch. Und, warum, also das ist ja für mich, sind das fünf Minuten Fußweg und das ist, ist es mir wert, also wenn ich die weniger schlimmere Mafia-Familie habe als die jetzige Mafia-Familie. Ja. Na gut, also faktisch, faktisch gesehen, machst du ja, wie gesagt, dein Kreuz auf einem Blatt Papier und das ist ja im Grunde genommen ist es sowieso ungültig, ja? Weil du ja überhaupt gar nicht das Recht dazu hast, ja? Das hast du gar nicht und dann kannst du auch dieses Recht nicht dein anderer abtreten. Das ist eigentlich nicht möglich. Also du kannst das zwar machen, ja? Aber im Grunde genommen ist das, ist das sowieso illegal. Also was heißt, es hat eigentlich keine, es hat keine Relevanz, ja? Also ich könnte jetzt hingehen und könnte jetzt auch irgendwelche Kreuze machen. hiermit verkaufe ich Jason an den Sklaven Halter XY und der Jason soll Baumwolle pflücken oder so. Also das kann man gerne machen oder so, aber das ist, ich kann das nicht. Ich kann nicht Eigentümer von dir sein. Ich kann das, verstehst du, was ich meine? Es geht nicht, ja? Und wie gesagt, was dieses Wählen angeht, hat die gesagt, dass das Recht hast du so oder so nicht, ja? Weil was, was passiert denn damit? Also du gehst ja quasi hin und beauftragst damit Leute, die dann nochmal andere dazu beauftragen, Menschen auszurauben. Und das Recht hast du ja natürlich nicht, ja? Nee, die rauben dich so oder so aus. Ja, das mag ja sein, aber du hast ja nicht das Recht, guck mal. Aber du hast die Möglichkeit, dass sie sich weniger ausrauben. Hör zu, pass auf, du hast weder das Recht, jemanden auszurauben, noch hast du eigentlich das Recht dazu, jemanden da irgendwie zu beauftragen, beziehungsweise hat der da nicht das Recht, das auszuführen. Du weißt, du weißt, was ich meine, ja? Das hat man einfach nicht, ja? Und auch wenn du zum Beispiel weniger ausgeraubt wirst, ist es trotzdem noch raubt, ne? Und du hast dann, du hast dann aber diese Leute beauftragt, ne? Also ich meine, du hast sie dann beauftragt, die anderen auszurauben. Und du musst ja die Frage stellen, wärst du auch dazu bereit, das auch selber zu tun, die Leute selber auszuräuben, mit vorgehaltener Waffe, ja? Im Ernstfall. Oder die Leute dann halt abzuführen, um ins Gefängnis zu stecken, ne? Die Frage muss man sich halt, die Frage muss man sich halt stellen, ne? Also das, wo man die anderen dazu beauftragt, wäre man auch selber dazu bereit, das zu machen. Und da würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, nö, das würde ich nicht machen, ne? Warum würden sie es nicht machen? Weil sie schon einen moralischen Kompass haben und weil sie auch sehen, das ist ungerecht halt, ne? Ich ja, ich gehe ja nicht zur Wahl, um irgendwie die Linken zu wählen, ich gehe natürlich zur Wahl, um eine möglichst libertäre Partei zu wählen. Die PDV ist bei uns nicht angetreten, deswegen ist es dann bei der AfD geblieben, aber ich versuche möglichst eine Partei zu wählen, die Gesetze abschafft. Ich finde übrigens, das passt doch jetzt rein eigentlich in die Sendung Geistiges Gefängnis, weil das ist ja so eine Art Geistiges Gefängnis, ne? Dass es halt zum Beispiel ohne Wählen nicht geht oder sowas, ne? Und ich kann ja zum Beispiel sagen, dass dieses ganze System nur deswegen funktioniert, weil wir es zulassen oder weil wir uns daran beteiligen, ja? Ja, das machst du aber auch, indem du Steuern zeichst. Ja, natürlich, Das machst du ja auch, indem du Steuern zeichst. Also, ich werde ja dazu gezwungen. Durch die Wahl hat der Staat eigentlich nur Kosten. Also, das macht er ja für dich. Ich werde ja dazu gezwungen, die Steuern zu zahlen. Ich bezahle die nicht freiwillig. Im Ernst, ich habe nicht gesagt, oder wisst ihr was, ich habe zu viel Geld und da will ich jetzt einfach mal 60 bis 70 Prozent mit indirekten, also direkt und indirekten Steuern zusammengerechnet, will ich jetzt einfach abgeben, weil ich habe zu viel. du kannst dich auch weigern, da musst du zwar mit den Konsequenzen leben, dann handelt zwar der Staat unmoralisch. Du musst dir das vorstellen. Stell dir vor, du hast ein Lokal, eine Pizzeria zum Beispiel. Und da kommt jetzt die Mafia. Die kommt jetzt einfach so und die Mafia entscheidet jetzt, die sind ja noch sehr, sehr gnädig, die wollen ja meistens nur 10 Prozent, so um den Dreh. Vielleicht wollen sie auch mehr, ich bin ja kein Mafioso, aber so, dann kommen die jetzt da hin und dann kannst du ja auch sagen, du kannst ja auch weggehen mit deinem Lokal. Du kannst ja auch weggehen und du musst ja nicht da bleiben. Verstehst du, was ich meine? Aber du hast, die Mafia hat ja doch... Ich bin jetzt nicht auf dieses Ausland-Thema. Aber es erschließt sich ja jedem, nee, es erschließt sich ja jedem, dass die Mafia ja gar nicht das Recht hat, da hinzugehen und dich auszuplündern. Du kannst es aber auch so machen. Du kannst, du hast dein Lokal... Pass auf, ich geh jetzt, stell dir mal vor, ich würde jetzt hingehen mit ein paar Mannen, ja, und, keine Ahnung, wir verwüsten jetzt einfach deine Bude oder sowas, oder dich auch. Und dann kann man ja sagen, du hättest ja weggehen können oder so. Oder du hättest ja können dein Eigentum rausschaffen, dann wärst du nicht kaputt gegangen oder so. Oder du hättest ja können wegziehen oder du hättest ja gar nicht da hinzugeben. Weißt, was ich meine? Die Schläger tut das trotzdem nicht so recht. Ja, jetzt auf das Auswandern bezogen, oder? Das Wegziehen. Ja, aber guck mal, es hat doch, es geht doch, verstehst du, was ich meine? Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, ne? Ja, ich will jetzt was anderes sagen. Ja, dann haben wir das Recht, einen auszuräumen. Verstehst du, was ich meine? So rum. Ich will was anderes sagen. Also, jetzt mache ich jetzt mal das Pro-Wahl-Argument und dann kommt das gegen die Steuern. Also, die Mafia kommt und plündert dich immer um 10% aus. Ja. Und wenn jetzt dann die zweite Mafia-Familie kommt und sagt, ja, wir beseitigen die erste Mafia-Familie, aber bei uns musst du halt nur 5% zahlen, dann als Ladenbesitzer bin ich glücklich, wenn ich nur 5% zahlen muss. Ja, Okay. Kommt gleich wieder der Jasper. Leute, ich hoffe, ich hoffe, dass noch ein paar in die Sendung ran wollen, weil das hatten wir alle schon, diese Diskussion hier. Wir können das gerne ein bisschen weiterführen, so ein bisschen als Lückenfüller, bis dann hier tatsächlich etwas passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts. Ja, es hängt von euch ab. Könnt euch gerne melden bei mir über Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Was? Habe ich dich unterbrochen? Nee, nee, nee. Ich bin vorsichtig. Okay, das zweite Argument. Ich glaube, ich will euch zwei Videos angucken. Die beschreiben das ja sehr gut da. Stehst du? Was? Sehr gut. Jetzt wollte ich das zweite Argument bringen. Ja. Weil, also das erste Argument war jetzt, ist eher für die Wahl. also, dass ich die Auswahl habe zwischen den Mafia-Familien und kann mich für die weniger schlimme Mafia-Familie unterscheiden und entscheiden und das zweite Argument ist jetzt mit diesen Steuern. Also, die Mafia-Familie kommt ja jeden Monat zu dir und nimmt dir zehn Prozent weg und du kannst ja das Geld zahlen, das Erpressungsgeld und dein Laden wird quasi nicht kaputt geschlagen und du kannst weiter an deine Kunden Wein ausschenken oder was auch immer. Oder du kannst vor deinen Laden lauter Landminen aufstellen und wenn die Mafia-Familie kommt, dann jagst du die halt in die Luft. Also, diese Auswahlmöglichkeit hast du ja immer noch. Die Mafia-Familie handelt immer unmoralisch, aber du lebst halt in einem Land, wo auch die Mafia-Familie lebt und irgendwie musst du halt mit dieser umgehen. Guck mal, ich sage ganz klar, wir haben nur deswegen Herrschaft eigentlich auf Punkt dieser Einstellung halt. Na guck mal, du kannst da hingehen und selbst, ich sage dir mal ein Beispiel, guck mal, nur mal angenommen, jetzt würden die Herrschaften auf einmal merken, oh, die Leute, die schneiden das immer mehr und lehnen irgendwie Herrschaft ab oder so oder sie haben das zwar nicht nur prozentig verstanden, aber sie verstehen es immer mehr und dann könnte man doch zum Beispiel irgendwas erschaffen. Guck mal, und das ist aber jetzt eigentlich eine super Anleitung dafür, dass man zum Beispiel hingehen kann, was natürlich noch viel, viel, viel schichtiger ist, das Thema, das hat man jetzt natürlich nicht nur deswegen erschaffen, aber zum Beispiel diese sogenannte Migrationskrise da oder was. Guck mal, dann hast du doch zum Beispiel kannst du doch wunderbar dahin gehen und da wird dir auch schöne Anleitung auch geboten, wie man das machen kann, dass halt zum Beispiel irgendwelche Libertären oder die zum Beispiel eigentlich das Staat eigentlich ablehnen oder so, und das ist alles, wie du die dann eben doch wieder dazu bringen kannst, dass eben doch Wiederherrschaft akzeptieren. Das ist doch schön, du kannst immer irgendeine Situation herbeiführen, deswegen, aber jetzt nur das eine Mal noch, jetzt aber in der Situation, das ist Notwehr und das müssen wir jetzt so machen. Du kannst immer irgendwas herbeiführen, damit die Leute es doch wieder akzeptieren. Aber wie gesagt, du kannst es immer wieder auf die Basics, du kannst es halt runterbrechen, und ich sage dir, ich sage dir zum Beispiel, dass, wir hatten nochmal irgendwie dieses Beispiel oder sowas, auch mit einem Kapo oder sowas, dass man irgendwie ein KZ wäre und wie würdest du das eigentlich machen? Stell dir mal vor, wir werden jetzt alle eingesperrt, die Libertären hier oder was auch immer, du bist jetzt auch da und wir werden da jeden Tag, kriegen jetzt 50 Peitschen hier. und jetzt hast du die Möglichkeit, Kapo zu werden und du bist dann halt unser Aufseher und dann hättest du zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir nur 40 Peitschen hierbe bekommen. Würdest du das annehmen? Bei der Verbesserung, dann kriegen wir nur 40 Peitschen hierbe. Und ich wäre dann quasi der Wärter oder wie? Du bist der Wärter, ja, du bist der Kapo. Gab es auch, glaube ich, im Dritten Reich, wie, ich glaube, das gab es auch zum Teil bei der Mafia Kapo. Ich weiß gar nicht genau, was das überhaupt genau heißt. Ich will nicht sagen, dass das jetzt gar nicht, also, dass diese Gesamtsituation, dass diese moralisch ist. die Gesamtsituation ist natürlich unmoralisch. Aber wenn es für alle eine Verbesserung wäre, wenn es für alle eine Verbesserung wäre, wieso nicht? Dann würdest du machen dann, weil da hast du dich ja eigentlich nur geopfert dann. Wenn jemand kommt und sagt, entweder haust du dir jetzt selber ein paar Mal in die Fresse oder sowas oder haust du einen Hammer ins Gesicht oder sowas, sonst verprügel ich dich und dann wird es noch schlimmer. Machst du das dann? Würdest du das machen? Also, wenn ich die Ausweiter zwischen wenig Schläge und viel Schläge hätte, dann würde ich ja... Stell dir vor, da kommt jetzt jemand oder er sagt, du haust dir selber ein paar Mal Kopfnuss gegen die Wand oder was. Da kommt jetzt jemand, pass auf, entweder du machst das jetzt so oder ich verprügel dich und dann sieht es ganz böse aus. Oder zum Beispiel... Es gibt da auch einen Tritt... Oder zum Beispiel... Warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal ausreden. Oder zum Beispiel eine Situation, wo man sagt, pass auf, du lässt dich jetzt hier verprügeln und du kriegst dann nur ein, zwei Knochen gebrochen oder so, dann war es das aber auch. Oder du setzt dich halt zur Wehr und dann bist du richtig krankenhausreif geschlagen. Würdest du dann lieber hingehen und zum Beispiel dann dich selber selber einen Kopf gegen die Wand hauen in dem Beispiel oder dem anderen dich lieber nicht wehren oder so, weil es ja noch schlimmer wird. Was willst du dann machen? Kommt drauf an, wie mächtig der gegenüber ist. Also wenn der weniger... Der ist Übermächte gegenüber. Ja, dann würde ich doch... Was keine Chance gegen ist. Der ist hüterlich. Dann würde ich doch eher das Geringere vorzusehen. Da würdest du dir lieber selber ein paar Mal im Kopf gegen die Wand hauen, oder was? Ja. Da würdest du machen. Das ist interessant, ja. Oder du würdest dich lieber gar nicht wehren, damit du dann nicht komplett... Damit du dann nicht, was weiß ich, vier Wochen im Krankenhaus bist, sondern nur zwei Tage. Würdest du dann lieber einfach alles über dich hier gehen lassen? Ja, wenn es weniger schlimm wäre und wenn es eine Oder-Frage ist und es gibt keine anderen Ausweichmöglichkeiten. Ich würde, glaube ich, anders handeln. Es geht da sehr verschieden. Aber guck mal, es gab doch früher zum Beispiel, Rom, dann kamen die, was weiß ich, kamen irgendwo hin, wollten irgendeine Stadt erobern oder so. Und dann hat man da vielleicht gesagt, ja, wisst ihr was, guck mal, wir sind hier die römische Religion oder was und ihr habt eh keine Chance gegen uns und wir machen euch alle platt, ja. Ihr könnt aber auch hingehen, macht das Tor hoch und lasst uns rein und dann müsst ihr halt Tribut zahlen und so und dann, ansonsten lassen wir euch aber in Ruhe, ja. Und da dachte die Leute, ja, okay, wir haben eh keine Chance, haben aufgemacht, was ist passiert, ja. Natürlich die Männer getötet, Frauen und Kinder vergewaltigt, ja, oder was auch immer, ne. und das Ganze unterjocht, zum Beispiel, ne. Und vielleicht gab es aber auch welche, vielleicht gab es auch eine Stadt, die zum Beispiel gesagt hat, nö, wir kämpfen bis zum letzten Mann und wir lassen uns nicht versklaven, ja. Und dann haben sich vielleicht die Römer gedacht, ah, Moment, ja, wir können da jetzt schon angreifen, wir werden das auch gewinnen, und wir werden da auch schon einige Verluste haben und sowas und irgendwie rentiert sich das nicht so, ja. Dann gehen wir lieber zu der Stadt, die doch alles mit sich machen lässt oder so, ne. Und, äh, es kann manchmal passieren, dass eine Situation erst gar nicht eintritt, ja, weil schon klar ist, du wirst bis zum Schluss dagegen kämpfen, ja, weil es sich dann einfach nicht rentiert. Aber wenn der andere schon weiß, du wirst da eh nichts machen oder so, ja. Aber Rom ist jetzt auch kein übermächtiger Staat. Also ein bisschen Hoffnung hatten die Leute ja dann doch, dass sie eventuell gehen, Rom war schon, aber Rom war schon ziemlich mächtig, ne. Aber, äh, es bestand die Chance, die Schlacht trotzdem zu gewinnen. Das haben ja die Germanen ja auch geschafft. Es soll ja nur ein Beispiel sein, ne. Jedenfalls, aber im Grunde genommen, ne, wenn du da so eine Kleinstadt bist, oder sowas, und da ist es jetzt komplett rum gegen dich, wie willst du denn das packen? Wie soll das gehen? Wenn die mit der ganzen Armee alles, was sie haben, wenn sie mit allem, was sie haben, dagegen vorgehen, das werden die besiegen. Ja, dann ist ja die Entscheidung besser, die Tore aufzumachen. Weil entweder ist man ganz tot oder nur zu hause tut. Ja, aber vielleicht sind sie ja dann erst gar nicht, vielleicht haben sie dann erst gar nicht angegriffen, weil sie gesehen haben, die kämpfen bis zum Schluss und dann machen wir das erst gar nicht. Verstehst du? Ja, wenn auch Rom sowieso übermächtig ist, dann ist denen Verluste egal. Nein, das ist denen nicht egal, weil es einfach unwirtschaftlich ist. Es ist einfach unwirtschaftlich, wenn der Preis einfach zu hoch ist. Dann machst du doch lieber erst mal das, wo der Preis einfach niedriger ist oder wo es sogar gratis gibt. Verstehst du, was ich damit sagen will? Also, guck mal, dieses ganze System funktioniert nur deswegen, weil wir daran glauben. Weil wir uns daran beteiligen, weil wir da mitmachen. Und vieles basiert hier auch auf Freiwilligkeit. Da muss man ganz klar sagen, es gibt Dinge, die basieren nicht auf Freiwilligkeit. Das ist, wenn du hier zum Beispiel ausgeplündert wirst oder sowas. Aber Wahlen funktionieren zum Beispiel freiwillig. Warte mal gerade. War die Bezeichnung der Position eines Funktionsherpflegens am Konzentrationslager in der Zeit des Nationalsozialismus? Ja, aber warum heißt das ausgerechnet Kapo? Deine Beispiele sind ziemlich schräg. Es gibt ja ziemlich selten solche Situationen. Okay. Wie gesagt, deswegen funktioniert das halt. Und ich sage halt ganz klar, nee, ich habe gar nicht das Recht, andere dazu zu beauftragen, andere auszublündern. Ich würde das auch selber nicht machen. Und ich beauftrage auch andere nicht dazu. Und es geht hier nicht darum, es geht nicht darum, dieses Kreuz zu machen auf das Blatt Papier. Im Grunde genommen ist das irrelevant. Es geht um den Klauben an Herrschaft, der sich dadurch manifestiert. Darum geht es. Verstehst du, was ich meine? Ich nehme mal ein anderes Argument, mal wie du handeln würdest. Oder, ja, ich habe das jetzt schlecht erklärt. Also, du gehst ja nicht zur Wahl und gibst deine Stimme nicht ab. Nee, ich war auch noch nie wählen, ehrlich gesagt. Ja, du gehst ja nicht zur Wahl. Ja. Aber du zahlst ja brav deine Steuern weiter, weil du sie ja zahlen musst. Weil ich dazu gezwungen werde, ja. Ja, weil du dazu gezwungen wirst. Also wird sich in diesem System niemals etwas verändern, weil du ja sagen kannst, ja gut, es ist halt so, wie es ist und es wird eh nicht besser. Und ich will nicht das System legitimieren, also es wird ja niemals eine Veränderung. Vielleicht verändert sich ja gerade deswegen nichts, weil Leute das sagen, da tut sich ja eh nichts oder man kann, ich sage das ja nicht, ja. Ich sage nicht, dass man eh nichts tun kann oder so, man kann zum Beispiel, man kann andere Strukturen schaffen, zum Beispiel am Start vorbei oder sowas, ja, alternative Zahlungsmethoden wie zum Beispiel Cryptocurrencies, ja, und, 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 ja. Du kannst ja beides machen. Ja, aber ich will ja nur damit sagen, es ist ja, es ist ja gar nicht so, wenn zum Beispiel der Staat versagt oder sowas oder zum Beispiel auch was Sicherheitsaspekte angeht oder sowas, kann man auch Sicherheitsunternehmen gründen vielleicht, ja, oder Alternative, verstehst du, was ich meine? Also du bist da, du bist da gar nicht so abhängig, ne, oder kannst auch selber in die Eigenverantwortung gehen, ja, und das halt selber in die Hand nehmen. Ja, und wenn jetzt der Staat manche Bitcoins das verbieten? Und dann könnte das schwierig werden, das könnte auch viel schwieriger werden, als manche sich da denken, ja. Man kann, du kannst dann trotzdem natürlich noch das benutzen oder sowas, nur die Frage ist halt, wenn du es dann halt in bestimmten Gebieten nicht mehr benutzen kannst, ob dann nicht die Leute doch davor zurückschrecken oder sowas, ja, oder das Ganze abstoßen oder wenn du auch mal einen massiven Wertverlust hast. Also das geht dann trotzdem noch, ja, aber die Frage ist, ob das nicht eine große Auswirkung hätte und ich glaube schon, dass das eine große Auswirkung hätte, ja. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, ja. Ich sage dir nur ganz klar, ich weigere mich einfach unbordig zu handeln, ja. Und wenn du mir jetzt anbieten würdest, Kapo zu sein oder so, nee, ich würde die nicht 40 mal auspeitschen. Und selbst wenn ich nur einen Peitschenheb, den geben müsste oder sowas, ich würde das nicht machen, weil es einfach unbordig ist. Weil es ist ein Unterschied, ob du dazu gezwungen wirst oder sowas von extern oder du kannst das nicht beeinflussen oder ob du dich quasi selber in diesem System beteiligt. Siehst du denn keinen, siehst du denn keinen Widerspruch darin, einerseits zu sagen, jemand sagt zum Beispiel, er ist Anarchist, ja, er lehnt Herrschaft ab, aber ruft zur Wahl auf. Merkst du da keinen, merkst du da keinen Widerspruch? Merkst du nicht, dass das keine Anarchie ist, sondern dass derjenige Herrschaft legitimiert? Das ist doch, das ist doch ein Widerspruch. Merkst du das nicht? Entschuldigung. Hallo? Ja, wie gesagt, dieser Wackelkontakt. Ja, man kann ja jetzt zum Beispiel, du kannst ja jetzt irgendwelche Argumente bringen, warum das dann doch irgendwie, sagst, das ist klein oder übel oder bla bla, ne? Du arbeitest jetzt ja im Lager und schwer, schwer, du arbeitest im Lager und du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite nicht mehr für den Sklaventreiber, aber solange du in diesem Lager arbeitest, legitimierst du ja dieses System. Erst dann, wenn du überhaupt nicht mehr dafür arbeitest und dich weigerst und das ist zum Beispiel du kannst auch sagen, du peitschst die anderen nicht aus. Also der Mensch, der zum Beispiel das System wirklich nicht legitimiert hat, war Jesus. Aber zu sagen, ja, ich werde gezwungen und deswegen zahle ich meine Steuern, also da legitimiere du das System trotzdem. Ne, ich legitimiere dadurch nicht. Ne, Legitimation erfolgt freiwillig. Du wirst gezwungen, aber du machst es trotzdem. Aber du hättest ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich tue es überhaupt nicht machen, auch wenn ich dafür sterbe, also diese Möglichkeit gibt es ja auch. Ja, das möchte ich aber nicht. Verstehst du, was ich meine? Aber das ist trotzdem eine Täter-Opfer-Umkehr. Verstehst du? Die anderen haben nicht das Recht, mich auszurauben. Ja, und ich mache das Ganze nur widerwillig. Wenn du etwas widerwillig machst oder sowas, ist das eine völlig andere Geschichte. Du wirst dazu gezwungen, ja, deswegen ist es ja Raub, diebstahl und der Gewaltandrohung halt. Und so einfach ist das. Aber ich will da mal wirklich eine Frage stellen, ja. Guck doch mal, jemand, was ist ein Anarchist? Was ist das? Also Anarchie ist ja Staatenlosigkeit und Anarchist ist jemand, der die Staatenlosigkeit anstrebt. Ist es jemand, würdest du mir zustimmen, dass ein Anarchist jemand ist, der Herrschaft vollumfänglich ablehnt? Nee, für mich ist ein Anarchist jemand, der die Herrschaftslosigkeit anstrebt. Also du würdest jetzt nicht, und jemand, der Herrschaft vollumfänglich ablehnt, was ist das denn, wenn das kein Anarchist ist? Ja, das ist auch ein Anarchist. Aber ein Islamist kann ja den, versucht ja diesen Islam so gut wie möglich umzusetzen oder lebt halt auch zu 100 Prozent nach dem Islam, also Also Islamismus ist halt einfach der politische Islam. Oder was gibt es denn noch so fast für ist denn? Also wenn du die Herrschaftslosigkeit anstrebst, dann lehnst du doch Herrschaft ab, oder nicht? Ja, schon, aber Sonst würdest du es doch nicht anstreben, oder? Ja, schon, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass wir quasi nicht in der Anarchie leben und irgendwie müssen wir ja zum Ziel kommen. Ja, die Frage ist aber, ob wir dadurch zum Ziel kommen. Das ist halt meine Frage, indem wir das immer legitimieren, das Ganze mitmachen und sie immer irgendeinen Grund finden werden, warum wir es dann doch wieder schlucken, die bittere Pille. Aber die Frage ist doch, jemand, okay, du kannst jetzt sagen, entweder jemand, der Herrschaftslosigkeit anstrebt oder sowas, ja, oder der Herrschaft vollumfänglich ablehnt, aber wie kann denn jemand, so jemand, Herrschaft fordern, beziehungsweise dazu auffordern, Parteien zu wählen? Das passt doch nicht zusammen. Das passt, das passt doch nicht zusammen. Ich habe ja jemanden gefordert, eine Partei zu wählen. Du nicht, aber ich stelle dir die Frage, zum Beispiel jetzt, Oliver Janich, wie du das siehst, ja, der sich als Anarchist bezeichnet, der aber zur Wahl aufruft und sogar noch mit dem Schuldkult operiert, dass das Blut an deinen Händen klebt, wenn du die AfD nicht wählst. Merkst du nicht, dass da, dass da ein Widerspruch ist? Das sollte eigentlich, ich wette mit dir, ein Fünfjähriger. Ja gut, als Wähler muss ich jetzt sagen, dass so ein Aufruf zur Wahl jetzt auch, ich finde es gut, wie es der Charles Krüger gemacht hat. Der Charles Krüger hat beide Seiten aufgezeigt und hat den, ja, aber es war sehr manipulativ und einseitig. Ich war doch dieses Gespräch mit Oliver Janich, seitdem ist er auch bei mir und durch, Charles Krüger, muss ich sagen. Ich habe vorher sehr, sehr viel von ihm gehalten, aber das war einfach so, ich habe da auch eine Sendung drüber gemacht und das war, er hat ja zwei Sendungen gemacht. Ja, ich habe das gesehen, ja, aber das war wirklich sehr, sehr schwach, was ich da gesehen habe. Ich habe auch, glaube ich, noch mal ein Video drüber gemacht, ja, was ist los mit Charles Krüger, glaube ich, ne, und da wusste ich halt Bescheid, ne. Ich kann dir wirklich ganz klar sagen, ne, pass auf, weißt du, so ein Fünfjähriger, ne, so ein kleines Kind, ne, so ein kleines Kind ist ja meistens noch nicht so krass indoktriniert. Deswegen kannst du auch einem kleinen Kind, kannst du zum Beispiel noch oftmals Zusammenhänge, oder ganz einfache, wir reden ja meistens von ganz einfachen Sachen, die kann man ja runterbrechen, und so ein kleines Kind begreift das häufig noch, ja, und wenn du aber dann, umso mehr man indoktriniert wurde oder sowas, ne, umso schwieriger wird das, das Ganze zu begreifen, durch das geistige Gefängnis, ja, und, ähm, es ist ganz einfach so, dass, verstehst du, das ist kognitive Dissonanz, ja, du weißt ja, was kognitive Dissonanz ist, ne, dass man halt ein bestimmtes Weltbild hat, ne, oder Anschauungen, und, äh, dann eben bestimmte Handlungen ausführt, ja, und das passt halt nicht zusammen, ne, was dann zum Beispiel, ja, glaubst du, ich bin Opfer davon, weil ich jetzt zur Wahl gegangen bin, oder, äh, im Grunde genommen, im Grunde genommen ist das eigentlich eine Form der kognitiven Dissonanz, wenn du sagst, du lehnst Herrschaft ein, du lehnst Herrschaft ab, vollumfänglich, aber beauftragst andere, andere auszuräumen, das ist kognitive Dissonanz. das ist aber auch andere, die Leute weniger auszuräumen, als, ja, aber du beauftragst, weniger, pass auf, weniger Ausräumen ist trotzdem Ausräumen, verstehst du, was ich meine? Natürlich, weniger Ausräumen. Ansonsten ist ja die Mafia Familie 1, andere gemacht. Das mag ja sein, das mag ja sein, aber trotzdem beauftragst du andere auszuräumen. Das ist aber ein sehr gutes Thema eigentlich, für die Sendung, halt, wir müssen uns jetzt noch nicht ewig daran festbeißen, ne, aber ich finde, das ist, ich glaube, wir drehen uns auch im Kreis. Ja, da kommen wir auch nicht weiter, aber ich finde, das ist halt ein sehr gutes Beispiel halt, ne, verstehst du, was ich damit sagen will? Ja. Natürlich, natürlich willst du nur das Beste, ja, und du willst Herrschaft reduzieren, oder was, ne, aber ich wollte nur nochmal auf diesen, vielleicht bin ich ja auch in einem geistigen Gefängnis drin, ne, jedenfalls, ne, dass man das einfach nochmal halt aufzeigt halt, ne, zum Beispiel an diesem Beispiel, wie zum Beispiel auch meiner Meinung nach, eben auch ein geistiges Gefängnis funktioniert, und man das System immer wieder am Laufen hält, weil man zum Beispiel Szenarien erschaffen kann, wo die Leute dann sagen, okay, ich will das ja reduzieren, und bla bla, äh, ja, ne, also, wie gesagt, wir sind ja da auch schon, sind ja auch schon sehr ausführlich in Sendungen drauf eingegangen, oder so, ne, ansonsten wiederholt sich ja auch alles nur, und die Leute finden das auch vielleicht dann irgendwann auch langweilig, ne, ähm, jedenfalls. Aber du wärst jetzt zum Beispiel für den Libertarismus von heute auf morgen, also wenn es möglich wäre, dann würdest du ihn von heute auf morgen einführen? Es gibt moralisch gesehen, ne, es gibt moralisch gesehen eigentlich, wie soll ich das sagen, also moralisch gesehen, ne, dass das wahrscheinlich nicht so passieren wird, oder was, ist eine andere Frage, nur moralisch gesehen, hab ich auch nicht das Recht dazu, auch nur für einen einzigen Tag, andere auszublündern, oder welche dazu zu beauftragen, oder sowas. Das Recht, das Recht hast du einfach nicht. Okay, jetzt angenommen, wir hätten hier Anarchie, im jetzigen System, von heute auf morgen, dann würdest du ja dann auch im Kauf nehmen, dass hier die ganzen, äh, Moslems hier ausrasten, und hier ein Kalifat errichten. Ja, machen sie das nicht schon, rasten sie nicht schon aus? Gibt's nicht schon einen Haufen Messerattacken? Und wir haben jetzt einen Staat, und der Staat hat dieses Problem verursacht. Ja, gut, das ist auch wieder ein gutes Argument. Naja, aber weißt du, weißt du, ähm, pass auf, du musst gucken, nur mal angenommen, es gäbe jetzt keinen Staat mehr, nur mal angenommen, die Leute würden alle ausrasten, ne, was ich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich finde. Äh, pass auf, guck mal, da musst du nach dem unmittelbaren Verantwortungsprinzip gehen, ja, wer ist jetzt verantwortlich, dass jemand ausrastet, oder eine Handlung begeht? Das kann niemals ich sein, weil ich andere nicht dazu beauftragt habe, andere auszublündern. Verstehst du, was ich meine? Das kann nur derjenige selber sein, derjenige ist selber für seine Handlung verantwortlich, wenn er ausrastet, oder sowas. Ich sage auch nicht, dass alles eitel Sonnenschein wäre, in so einer, in der Privatrechtsordnung. Wir können eh nicht die Zukunft voraussagen, wie das genau wäre, ja. Äh, ich sage nur ganz klar, wenn du so die Basics herunterbrichst, ja, äh, dann gibt es, moralisch gesehen, ja, äh, wäre das selbst für einen Tag, die Leute auszuräumen, selbst dann wäre es unmoralisch. Das, das ist halt eben ganz wichtig. Weißt du, man kann sich ganz viel unterhalten über, über, äh, Ökonomie oder was auch immer und das und das und das ist alles sehr wichtig, ne? Aber es ist wichtig, die Basics verstanden zu haben. Und das, ich merke das, dass Leute das irgendwie nicht, weißt du, man kann schon auch etwas verstanden haben, im Grunde genommen, aber es ist, aber es kommt trotzdem nicht an. Ja? Ähm, du sprichst sehr oft von der Moral und ich spreche auch sehr oft von der Moral. Ich bekomme aber dann immer wieder als Antwort, ja, Moral ist doch etwas, äh, menschengemachtes, äh, jeder Mensch hat eine eigene Moral, also, was sagst du zu diesem Satz? Na, geh doch mal zum Beispiel hin, ne? Du kannst zum Beispiel mal eine große Menschengruppe befragen, ne? Und da kann es zum Beispiel ein Thema geben, wie zum Beispiel, jetzt darf man Tiere schlachten oder nicht, ne? Äh, da sind die Leute mit Sicherheit geteilter Meinung, ja? Es gibt aber auch so Dinge, äh, die sind eigentlich eindeutig, zum Beispiel, darf man Kinder ficken oder sowas, ne? Oder darf man einfach einen anderen Mensch töten, ja? Oder sowas, ne? Das ist einfach, äh, da werden die allermeisten Leute, äh, werden da wahrscheinlich dasselbe antworten, obwohl man ja auch wieder sagen kann, das ist ja alles relativ oder so, ne? Es scheint also, es scheint also Dinge zu geben, ja? Äh, wo du einfach, wo die allermeisten Menschen, außer jetzt vielleicht Psychopathen oder sowas, äh, tatsächlich einen moralischen Kompass haben und schon aus sich selbst daraus erkennen, ja, das, das ist richtig und da, und da stimmt irgendwas nicht, ja? Allein schon aus, aus, äh, einem Empathievermögen heraus, ja? Und, äh, da kommen ja Leute immer mit, es gibt ja immer Leute, äh, die immer gerne alles relativieren oder sowas, ne? Aber es gibt ja scheinbar schon so ein paar Sachen, wo sich doch die allermeisten einig sind halt, Ja, gut, jetzt zum extremen Beispiel Kinderficken, also, im alten Griechenland hat man ja auch kleine Jungen jetzt, äh, genommen quasi, äh, für, aus unserer heutigen Sicht total unmoralisch, aber bei den alten Griechern war das überhaupt nicht unmoralisch. Ja, das, das mag natürlich sein, ne? Das mag natürlich sein, dass du gucken kannst, also je nach Gesellschaft oder sowas, ne? Äh, dass du das dann doch wieder akzeptieren oder so, ne? Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal hier auf die westlichen Industrienationen beziehe oder sowas jetzt, ne? Da wirst du halt wahrscheinlich von vielen Leuten die Antwort kriegen, nö, das ist nicht okay, ne? Und man kann diese Frage ja auch ganz einfach beantworten, ob das okay ist oder nicht, ja? Wenn du es wieder auf diese Sachen runterbrichst, ne? Auf das Selbsteigentum und das Nicht-Akkrationsprinzip, ne? Und das sind für mich, für mich sind das halt universelle Werte oder sowas, ne? Oder zum Beispiel auch das Naturrecht, ich weiß nicht, inwiefern du dich mal damit befasst hast oder sowas, ne? Aber das ist, das sagt ja das im Grunde genommen, sind ja diese beiden Sachen, ne? Und das ist eigentlich für mich universell gültig, das wird vielleicht dann nicht angewendet oder sowas, ne? Äh, aber das ist für mich zum Beispiel, wenn ich mir eine Frage stelle, ob etwas Moralisches oder nicht, ne? Dann breche ich das darauf runter und kann das dann beantworten. Gibt ein paar Ausnahmesituationen, zum Beispiel ist ja jetzt ein, ein Kind oder sowas, äh, nicht, da ist es ja zum Beispiel so mit den Eltern, das ist ja eine Art Treuhänderschaft, ja? Von, von 100% auf null später, ne? Weil ein Kind ja nicht, zum Beispiel jetzt ein Kind, äh, im Swimmingpool und will jetzt nicht die Sachen da ausziehen, sind vielleicht nass oder so und damit das, so, versteht das nicht, kann die Konsequenzen nicht abschätzen. Jetzt kann man natürlich warten, dass das Kind eine Lungenentzündung kriegt oder man zieht dem Kind dann einfach was anderes an, ne? Und macht das trocken, ne? Und, äh, das natürlich solche Geschichten, das natürlich, kann man das davon ausschließen, man kann auch geistig Behinderte, die das nicht einschätzen können, aber ein erwachsener Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ja? Äh, da gibt's, gibt's keinerlei Grund, äh, den zu etwas zu zwingen. Es sei denn jetzt, es ist irgendwie, äh, defensiv oder sowas, ne? Oder was weiß ich, da ist jetzt irgendwie ein Verbrecher und man zwingt ihn jetzt zu Boden oder was, oder, du weißt, was ich meine, ja? Ja, also, ähm, ich definiere meine Moral so, also, da gibt's bei mir zwei Punkte, der erste Punkt ist halt, äh, ob ich jemandem schade, oder, also, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, äh, ob es der Erschöpfung und der Menschheit dient. Und, äh, Ja, und wenn es, wenn es, wenn es der, wenn es der Menschheit dient, jemandem zu schaden, oder? Es dient ja nicht der Erschöpfung und der Menschheit, also, das schließt sich ja aus. Ja, aber Gemeinwohl geht doch vor Eigenwohl oder nicht? Nee, nicht unbedingt. Okay. Dann muss man dann immer im Sachzusammenhang betrachten, also. Was soll denn das? Fällt dir denn was ein, wo Gemeinwohl vor Eigenwohl geht? Hm. Ja, zum Beispiel, ich wäre jetzt, hätte jetzt die Möglichkeit, also, zwei Knöpfe wären vor mir, ähm, entweder sterben 100 Menschen oder ich und ich hätte die freie Wahl. Dann. Also, du bist jetzt, du musst, also, es gibt quasi eine Verpflichtung, dass du jetzt sterben musst für die 100 Leute. Warum eine Verpflichtung, das ist ja wieder unmoralisch. Also, ich hätte jetzt die Auswahlmöglichkeit. Fällt dir denn, also, fällt dir denn irgendein Beispiel ein, wo Gemeinwohl vor Eigenwohl geht? Wo das auch notfalls erzogen werden muss, um Gerechtigkeit herzustellen? Ja, dann müsste ich jetzt jetzt mal nachdenken, also, jetzt auf die Schnelle komme ich jetzt nicht drauf. Also, mir persönlich fällt da eigentlich nichts ein. Aber es sei denn, jemand verteidigt sich von der Schöpfung, der Menschheit, ähm, damit ist was anders gemeint. Damit ist was anders gemeint. Wie definierst du das denn? Also, jetzt angenommen, ähm, abtreiben zum Beispiel, damit schade ich ja jemanden, dem Kind. Aber beim Verhüten, also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kondom überziehe, schade ich ja niemanden. Aber es dient nicht der Schöpfung, der Menschheit. Weil ich ja quasi das verhindere. Okay. Ja. Es dient nicht der Schöpfung oder der Menschheit. Ja, aber inwiefern hat das denn Relevanz, ob das jetzt der Schöpfung, der Menschheit dient? Also, hat das jetzt irgendeine rechtliche Relevanz, oder wie ist das? Nee, das hat halt für mich eine Relevanz. Kann das irgendwie auch definieren, oder? Für mich hat das eine Relevanz. Okay, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass man das jetzt verallgemeinernd durchsetzen müsste, durch Zwang oder so. Ja, ich kann doch niemandem meine Moral aufzwingen. Ich denke, so, ähm, ja, ein Psychopath hat jetzt auch seine eigene Moral, aber, ein Psychopath, also, seine Moral deckt sich nicht mit der Moral der Mehrheit. Also, das ist ein schwieriges Thema. Okay, jetzt mal angenommen, du bist jetzt wirklich da, also mit diesem Gleis, oder was, ne, und, das Gleis ist jetzt irgendwie, entweder, fährt der Zug jetzt einen Wissenschaftler platt, der irgendwie super krasse Entwicklungen gemacht hätte, der die Menschheit weitergebracht hat, oder, zehn Kinder, ja, und das Gleis ist jetzt auf den Wissenschaftler gerichtet. Ja, du kannst jetzt entweder da stehen und du betätigst den Hebel nicht, dann wird der Wissenschaftler ist dann platt, oder du betätigst den Hebel, da sind die Kinder platt, oder, äh, findest du, es gibt da eine Verpflichtung, zum Beispiel den Hebel zu betätigen, oder den nicht, oder wie siehst du das in so einer Situation? Also da, ähm, da ist ja die Zielvorgabe schon gerichtet auf den Wissenschaftler. Das heißt, ähm, ich muss, äh, also, ich kann entweder, hab die Möglichkeit, das Gleis auf die Kinder zu richten, oder, ich hab die Möglichkeit, zuzuschauen, aber ich hab nicht die Möglichkeit, das Gleis auf den Wissenschaftler zu richten, weil der Wissenschaftler ja schon festgebunden ist, und, er ja sowieso sterben würde. Nee, nee, du könntest das, du könntest das auch ändern, dass die Kinder sterben, dann stirbt er nicht. Das ist jetzt keine Oder-Frage, das ist so wieder so eine Dreier-Frage, weil wenn ich gar nichts mache, dann beeinflusse ich ja das Geschehen nicht. Aber dann stirbt der Wissenschaftler. Das wäre die logische Konsequenz, aber ich wäre ja, Also du kannst das, du kannst das, du kannst das, du kannst das also beeinflussen, also du kannst jetzt hingehen und, äh, Ja, ich kann es beeinflussen, indem ich quasi das auf die Kinder richte, oder quasi nix mache, aber dann beeinflusse ich es ja nicht mehr. Okay, nur mal angenommen, du hättest jetzt, also du würdest einfach gar nichts machen. Dann beeinflusse ich es ja gar nicht. Gut, nur mal angenommen, du hast jetzt ein Gleis, äh, das ist gerichtet auf 50 Kinder und, äh, du hast einen Hebel, du kannst das ändern, äh, da sind auch nur 40 Kinder auf der anderen Seite. Ich, ich mach mal ein anderes Beispiel. Also, ne, 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 das interessiert mich jetzt wirklich mal, ne? Also wie gesagt, du hast jetzt, du hast jetzt, das mit den Zahlen, das ist, das ist, das ist egal, das sagen wir für mich, das ist fünf Kinder, ja? Jetzt sagen wir mal, der Drachenlord, Oh, 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 sehr gut, sehr gut, da können wir übrigens auch noch drauf zu sprechen kommen, das ist ein interessantes Thema, aber warte mal ganz kurz. Ja. Ähm, du hast, mit den Zahlen, das finde ich interessant, so, du hast jetzt, von mir aus, auf dem einen Gleis, sind es jetzt halt 10 Kinder, ja? Also das ist jetzt auf 10 Kinder gerichtet, ja? Das, das Gleis, da fährt jetzt der zu Kind, du hast aber auch, kannst du auch einen Hebel betätigen, dann, auf dem anderen Klasse, nur fünf Kinder, so, was machst du da? Kannst du entweder, kannst du entweder gar nichts machen, dann sind die 10 Kinder platt, oder du betätigst einen Hebel, dann werden nur fünf überfahren, was machst du da? Wie viel Beispiel ist es natürlich blöd, wenn man eh nicht weiß, was man macht, wenn man sich da konstruiert hat, das ist schon klar, aber nur mal rein, kein Gedanke. Ich denke da eher so rational. Aber was würdest du da machen? Würdest du das auf die 10 Kinder lassen, oder betätigst einen Hebel auf die fünf Kinder? In so einer Situation würde ich gar nicht groß über die Moral dahinter nachdenken, sondern nicht versuchen, mich ist ja schon klar, was? Bitte? Mir ist ja schon klar, dass diese Beispiele natürlich völlig konstruiert sind. Ja, also, die Moral wäre mir da sowas von egal. Ich würde eher die, würde eher noch mehr Kinder retten, als, also, ich würde mich dann eher für die 10 Kinder entscheiden, weil da mehr dabei gerettet wird. Also, für die fünf Kinder, dann werden halt mehr gerettet. Aber das, ob diese Entscheidung auch moralisch ist, das wäre eine andere Sache. Ich würde nur wollen, dass das Schicksal positiv beeinflusst wird. Okay, aber du würdest es, du würdest es auf diese fünf Kinder richten dann. Also, es dient, ich würde es quasi aktiv sagen, weil dann ist ja der kleinere Übel, dass jetzt die fünf Kinder überleben und deswegen betätigst du den Hebel und dann werden die fünf Kinder blattgefahren, statt die 10 Kinder. Ja. Okay, jetzt nur mal angenommen, eins von den 10 Kindern, da ist jetzt ein Kind dabei, der wird irgendwie eine super krasse Entwicklung machen für die Menschheit, der, keine Ahnung, kann Krebs heilen oder was auch immer. Ja, du weißt schon, dass der in der Zukunft irgendwas Wichtiges vollbringen wird. Ja, äh, einer von den, also, nee, der ist untergekommen. Nee, Quatsch, 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 nee, das ist jetzt blöd, das Beispiel, warte mal. Äh, Moment, nee, pass auf, da ist jetzt die Möglichkeit, dass halt die, wie gesagt, es können jetzt entweder die 10 Kinder blattgefahren werden oder die fünf, ja, und wenn du dich für die fünf Kinder entscheidest, ja, das sind ja weniger dann, die blattgefahren werden, aber da ist einer dabei, der wird eine super krasse Entwicklung machen für die Menschheit, ja, und, äh, der wird vielen Leuten helfen. Was machst du dann? Also, das ist dann sicher, oder? Das weiß ich sicher. Ja, dass der vier. Okay, du wirst es sicher, ja, er würde das machen, ja. Und er rettet Millionen quasi. Er rettet Millionen, ja, also, genau, du hast jetzt die Möglichkeit, das entweder auf die 10 Kinder zu lassen. Dann würde ich wieder das kleinere Übel nehmen. dann würde ich... Da gehst du dann, aber da bist du dann schon auf die 5 Kinder dann. Dann würde ich auf die 10 Kinder. Auf die 10 Kinder würde ich dann. Das habe ich dann selber durcheinander geschmissen. Aber du würdest dann auf jeden Fall auf die, wo dann zwar mehr umkommen, ja, aber wo nicht das Kind dabei ist, was ein interessanter Wissenschaftler wird. Ja. Okay, das würdest du also mal. Es interessiert mich nur mal, Das ist natürlich, das wissen alle, das ist ja super konstruiert oder sowas, ne? Und das ist jetzt auch irgendwie nicht, das ist eigentlich auch keine Fangfrage oder sowas. Aber jetzt mal eine andere Sache. Das würdest du machen, wenn du die Auswahl hättest zwischen 10 Kinder oder die Frau, die du wirklich liebst, also für die dein Herz schlägt? Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich würde sagen, jetzt moralisch gesehen, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde es gar nicht beeinflussen, weil ich bin ja nicht verantwortlich für die Situation, wenn ich nichts mache. Allerdings, es könnte gut sein, dass man in der Situation drin ist, dass man dann doch die Frau rettet. Also das kannst du so nicht sagen, aber es ist gut möglich, dass man es doch machen kann. Also ich würde da nicht moralisch handeln. Also ich würde dann eher den Egoisten raushängen lassen. Ja, also, das ist halt tatsächlich so eine Sache, ne? Nur wo ich mir halt darüber im Klaren bin, ist, dass, wenn ich halt den Hebel betätige, dann ist das schon irgendwie eine gewisse Verantwortung. Wobei man ja sagen kann, die Situation war eh schon beschissen, ja? Die war sowieso schon beschissen und man hat nur probiert, irgendwie was zu machen und sich dafür irgendwas zu entscheiden. Aber, ne, aber ich wüsste dann, ich hätte auf jeden Fall Einfluss drauf genommen, auf die Sache, ne? Und ansonsten hätte ich mich halt, naja, gut, aber dieses Szenarien, du weißt es ja, ne? Das ist halt alles für die Haftung. Das ist ja nicht da. Das ist ja nicht da, ne? Aber, äh, ich würde gerne mal, ich würde gerne mal auf das interessantes Thema gesagt, ne? Und zwar, äh, hast du da nicht auch mal so eine Pilgerfahrt gemacht zum Drachenlord oder so? Wie war das eigentlich? Äh, Drachenlord, äh, das ist ein Thema für sich. Weil das ist ja auch in einer gewissen Weise Mobbing, was man da betreibt. Andererseits ist er ja auch ein Sozialschmarotzer, welcher auf die Kosten der Gemeinschaft lebt. Aber dann darf man das doch, oder? Ja, das ist sehr, äh, moralisch gesehen, ist es eine sehr schwierige Frage. Also, gepilgert, ich war mal im Dorf, aber ich bin nicht zu ihm gepilgert. Also, ich habe keinen Scheiß gemacht. Ich wollte es mir mal ansehen, was so die Hater gemacht haben, weil ich es ein bisschen lustig fand. Oder ihn anzusehen auf YouTube, also, ich verfolge den schon gern, weil ein bisschen hat es dieser, dieses Assi-TV-Charakter. Also, wie, irgendwie RTL 2 Nachmittagsprogramm. Also, man belustigt sich schon dran, aber ich finde es unmoralisch, da mitzumachen. Ja. Das, das ist eine interessante Aussage, auf jeden Fall. Ähm, das, was interessant ist gesagt, und zwar, äh, Sozialschmarotzer oder sowas, ne. Und ich finde übrigens, ich finde das übrigens auch sehr interessant, ne. Äh, ich sehe das zum Beispiel so, dass, wenn der zum Beispiel jemand, da waren ja auch Leute, die haben, glaube ich, irgendwie auch sogar behauptet, sie hätten einen Toni angeschissen oder sowas, irgendwie beim Arbeitsamt, ob die das dann wirklich gemacht haben, weiß ich nicht, und ich weiß auch gar nicht, wie da jetzt überhaupt der aktuelle Stand ist, keine Ahnung, ne. Jedenfalls, äh, ich habe mir da wirklich schon mal die Frage gestellt, ne, in der Situation. Und, ähm, es ist für mich so, wie, ähm, wie mit der, wie mit einer Oma oder so, ne, es wird jetzt hingehen, ich würde eine Oma überfallen und ich schenke dir jetzt das Geld, ja. Äh, dann kann man sich jetzt überlegen, nimmt man dieses Geld an, aber Fakt ist, du hast diese Oma nicht ausgeraubt, ja. Und das ist zum Beispiel, äh, und das ist ja nicht nur jetzt irgendwie hier auf Sozialleistungen bezogen oder auf Arbeitslosengeld oder was, sondern es ist auch zum Beispiel bezogen auf die Migrationskrise halt, ne. Denn es ist doch ganz einfach so, äh, wenn wir mal gucken nach dem unmittelbaren Verantwortungsprinzip, nach kausaler Verantwortung, ja, dann ist es so, derjenige, der den anderen ausraubt, der ist dafür verantwortlich, ja, dass der ausgeraubt wurde. Und wenn jetzt dieses ausgeraubte Geld ein anderer zum Beispiel verschenkt wird oder sowas, ne, dann ist nicht der andere, der das Geld angenommen wird, also jetzt zum Beispiel der Ausländer oder sowas, ne, äh, oder jetzt irgendwie der Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer, äh, nicht derjenige ist verantwortlich dafür, dass der andere ausgeraubt wurde. Würdest du mir da zustimmen? Ja, schon, aber du weißt ja, wie das so abläuft. Also, die Wut ist dann trotzdem auf diese Gruppe gerichtet. Ja, das stimmt natürlich. Auf den eigentlichen Feind. Ja, das stimmt natürlich. Aber wie siehst du das? Findest du, das ist so? Findest du, dass dann eigentlich derjenige nicht unmittelbar dafür verantwortlich ist, dass der andere ausgeraubt wurde? Derjenige, der das Geld angenommen hat? Also, moralisch gesehen ist er nicht schuld an dieser Situation. Aber trotzdem fühle ich diesen Menschen dann nicht so sympathisch finden. Ja. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine andere Geschichte halt. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, der hat den anderen nicht das Geld weggenommen. Oder die Ausländer oder was haben nicht den anderen das Geld weggenommen. Da hat übrigens der Oliver Janich hat das auch mal mehr oder weniger verdreht, weil der gesagt hat, das ist ja quasi durch diese Migrationskrise, das wäre ja ein Angriff von denen auf das Eigentum der Bürger. Und das stimmt nicht. Der Staat startet den Angriff auf das Eigentum der Bürger, nicht die Migranten. Ja. Also, das ist wichtig, das zu verstehen halt. Und das wurde verdreht. Und Oliver Janich, dem sollte das eigentlich bekannt sein. Ich kann natürlich jetzt hier keinen Vorsatz unterstellen. Ich weiß ja nie, was die wahren Intentionen sind. Aber ich fand, das war auch ein interessanter Punkt, wenn ich das mal so im Nachhinein noch mal betrachtet habe. Und ja, das ist halt einfach wichtig. Es ist wie mit Veganismus halt. Wenn es zum Beispiel dann Menschen gibt, die vielleicht den anderen dann vorwerfen, ihr seid schuld, dass die Tiere geschlachtet werden. Die halt das Fleisch essen. Und da sage ich halt, nein, nein, die sind nicht unmittelbar dafür verantwortlich. Das sind auch keine Tiermörder in dem Sinne. Denn andere haben das gemacht, die sind dafür verantwortlich und die haben das Fleisch gekauft. Das hat natürlich das Ganze mit anderen gemacht. Ja, natürlich ist schon klar, dass es ein Angebot und Anfragen gibt. Ja, dennoch ist der andere, natürlich wird das dadurch begünstigt und man supportet das auch dadurch. Ja, das ist doch völlig klar. Aber du bist nicht unmittelbar dafür verantwortlich, weil du Fleisch gegessen hast oder das Fleisch gekauft hast. Das ist ganz wichtig. Sondern der, gegen die das Tier geschlachtet hat, ist unmittelbar dafür verantwortlich. Das ist gerade als Libertärer ist eigentlich sehr wichtig, dass man das unterscheiden kann halt. Also sehe ich jedenfalls so. Ja, ja gut. Du hast mich den Sozialschmarrotzen gefragt, da war es mir jetzt eindeutig, aber so bei diesem Fleisch, da bin, ich weiß nicht, also, also ich sage, wenn man eine gewisse Sache noch so bewusst supportet, dann kriegt man schon eine Mitverantwortung. Das mag ja sein, dass du irgendwie das schon supportet hast oder dass du da irgendwie auch Einfluss drauf hast. Aber wichtig ist, du bist nicht schuld daran, du bist nicht unmittelbar dafür verantwortlich. Du hast diese Handlung nicht begangen. Ich finde das, ich finde das ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Formen von Verantwortung halt. zum Beispiel die kausale Verantwortung, dann gibt es auch zum Beispiel noch eine Haftungsverantwortung, wenn du zum Beispiel als Elternteil für deine Kinder haftest und 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 halt. Und es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten oder sowas. Denn dadurch, ja, durch solche Dinge, ja, gut, das jetzt vielleicht eher weniger, aber jetzt zum Beispiel auch, weil Menschen, weil Menschen da kein, wie soll ich das sagen, die sind ja moralisch nicht so gefestigt oder sowas. Und du kannst halt Menschen, die moralisch nicht gefestigt sind, dann kannst du halt irgendwie was in X für ein U vormachen oder sowas. Den kannst du halt erzählen, du bist dafür verantwortlich für Dinge, für die du gar nicht verantwortlich bist. Und weil die sich dann schuldig fühlen, kannst du die wieder besser manipulieren oder steuern oder sowas halt. Weil sie sich ja schuldig fühlen und denken, ah, nee, ich bin schuldig und das ist schon okay, dass ich jetzt so behandelt werde oder was auch immer. Das ist ganz wichtig halt, das zu unterscheiden, also meiner Meinung nach. Dieser Schuldkult, ich weiß, auf was du hinaus willst. Genau, ich finde das ganz wichtig. Es gibt wirklich Menschen, es gibt wirklich Menschen, die Fleisch essen und die sich dafür schuldig fühlen oder die sich wirklich als Tiermörder fühlen zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, das gibt es. Und das ist so ein Ding, das funktioniert bei mir zum Beispiel gar nicht. Ich würde mich niemals als Tiermörder fühlen, wenn ich kein Tier ermordet habe. Das ist halt wirklich zu gucken, wo ist die unmittelbare Verantwortung halt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Wir haben mal eine Sendung gemacht, da ging es, glaube ich, irgendwie um Polizisten und um Grenzsicherung und sowas. Und ich glaube, die hießen irgendwie diesen Polizisten gute Menschen oder so. Und dann sind wir auch mal darauf eingegangen, dass das doch gar nicht alles so einfach ist. Das natürlich auf dem Wissenstand abhängt, was da jemand macht und bla, bla, bla. Aber dennoch, dennoch, wie gesagt, die kausale Verantwortung, da will ich ja immer auch ein Augenmerk drauf legen, dass es halt, Moment, was schreibt du, die größten Gruppen, die Sozialleistung beziehen, sind alte und kranke Menschen, dicht gefolgt, finden alleinerziehend vor. Und das weiß ich jetzt nicht genau, wie die Statistik ist. Ja, ich weiß nur, dass, ich glaube, diese Hartz-IV-Empfänger da oder was, das ist, glaube ich, relativ wenig. Aber das spielt trotzdem keine Rolle, trotzdem nicht der Staat, das Recht, die auszublündern, die anderen, egal, ob das für einen guten oder gesunden ist. Das ist jetzt auch keine Sozialschmarotzer, also, das sind halt Leute, die es nötig haben und die nutzen halt die Sachen, die vom Staat halt, also die Rechte vom Staat. Ja. Ja, legitimierst du den Staat, zum Beispiel, Let's Play, wenn du Hartz-IV beantragst, legitimierst du das dann? Na gut, ich beantrage ja zum Glück an Hartz-IV, aber legitimiert man damit den Staat? Das ist eigentlich, das ist eine sehr gute Frage, das ist eine gute Frage. Also, du gehst jetzt hin, Toni hat das so mal angesprochen, ja, weil, soweit ich weiß, hat er das mal beantragt. Und, na ja, sagen wir es mal so, ihm wurden ja Gelder weggenommen, ja, also berufstätig war, vielleicht ist er jetzt auch wieder berufstätig, weiß nicht genau, was er momentan macht, ja, jedenfalls, ihm wurden Gelder weggenommen und er holt sich die Gelder jetzt wieder zurück, also quasi das Geld, was ihm zurückgenommen wurde, äh, weggenommen wurde, im Grunde genommen. Aber legitimiert er damit den Staat? Legitimiert er den Staat, dass sie den jetzt wegnehmen? Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, ja, worüber man tatsächlich mal nachdenken könnte. Legitimierst du den Staat damit? Ja, Ich kann dir das gar nicht so beantworten, auf die Schnelle. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja? Du hast natürlich, natürlich kannst du ja eigentlich den Staat gar nicht dazu beauftragen, die anderen auszublündern, weil du ja gar nicht das Recht hast. Ja, wie mit den Wahlen, ja? Das Recht hast du ja eigentlich nicht, ja? Und, das kann man natürlich machen. Gut, wobei du es jetzt nicht den Staat direkt, direkt beauftragen kannst. Ich würde es so machen, ich vertrete ja die Meinung, ich nehme halt dieses Recht in Anspruch, also genauso wie bei der Wahl. Also ich würde, also ich hätte da keine Bedenken. Aber gut, weil du ja vielleicht die Wahlen ablehnst, vielleicht lehnst du ja auch Hartz IV dann ab. Deswegen habe ich dich gefragt. Ich hätte aber seltsamerweise wahrscheinlich auch keine Bedenken, das zu machen. Also wenn ich in der entsprechenden Situation wäre, würde ich das, denke ich, machen. Ich würde das wahrscheinlich auch so sehen, dass das Geld mir jahrelang abgenommen wurde. Und, aber selbst, selbst wenn nicht, selbst wenn jetzt jemand irgendwie noch nie gearbeitet hätte oder sowas, dann wäre es doch trotzdem so, wie gesagt, er hat die anderen ja nicht ausgeraubt. Aber es ist wirklich, es ist wirklich eine interessante, eine interessante Frage, wenn du halt staatliche Leistungen in Anspruch nimmst, oder auch andere Dinge in Anspruch nimmst, Leistungen des Staates, ob du den damit legitimierst. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube, im Grunde genommen, legitimierst du den Staat eigentlich nur durch Wahlen. Also indem du halt, ja, indem du halt die anderen, da tust du ja direkt andere quasi zu einer Straftat auffordern. Da machst du das, durch die Wahl legitimierst du das. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich anwendbar ist, wenn du diese Leistungen da halt beantragst. Also glaube ich nicht, weil da, du beantragst, du beantragst ja nur diese Leistung halt. Ja, du beantragst Leute, damit sie, also du beauftragst Leute, damit sie von anderen Leuten das Geld abnehmen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich tust du da halt eben, ja, wenn du das beantragst, dann tust du, naja, du stellst halt einen Antrag auf diese Leistung halt, ne? Und die können halt dann entweder bewilligt werden oder nicht, ja? Aber da ist es eigentlich nicht wie bei der Wahl, dass du halt direkt die anderen beauftragst, die auszublündern. Weil das machst du im Grunde, bei der Wahl machst du das im Grunde genommen. Ja, das finde ich jetzt nicht so konsequent. Ich meine, wo jetzt das Geld herkommt im Grunde genommen, ja? Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, Deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, ja? Ja, ich finde es nicht so konsequent. Also pass auf, das ist quasi so, du gehst jetzt hin, ne? Und du bittest, vielleicht ist das sogar so, ne? Deswegen reden wir auch drüber. Also wenn du das beantragst, dann bittest du diejenigen darum, ja? So und so oder stellst den Antrag, diese Leistungen halt eben zu gewähren. Mal unabhängig davon, wo das Geld herkommt, ja? Wie die das dann beschaffen, das Geld, ja? Wie das Ganze funktioniert, dafür bist du im Grunde genommen nicht verantwortlich. Das wäre so, wie wenn du mich fragst, kannst du mir mal irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro leihen oder so, ne? Und ich habe das jetzt aber daher, dass ich die Oma halt ausgeblendet habe oder so. Verstehst du? Also du hast mich ja nur gefragt, ob ich dir das Geld geben kann. Du hast ja nicht gesagt, hier, aber bitte, ja? Raub da jemanden aus dafür. Ja, gut. Also ich, ich finde, dass du dich ja ein bisschen da rauswinden willst. Was heißt rauswinden? Das ist aktives Denken. Ich überlege mir gerade. Ich akzeptiere das, weil ich ja auch ein Wähler bin. Warum ist das rauswinden? Weil ich, also ich versuche, meine Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ich schon Pflichten habe. Also ich werde wahrscheinlich dann eh bald BAföG bekommen, wenn ich studiere. Ja. Also ich versuche, man hat gewisse Rechte von der Mafia und man hat gewisse Pflichten. Ja, aber du nimmst das Leben ja nicht weg. Und ich nehme die Rechte, ich finde die ganzen Pflichten zwar unmoralisch, aber wenn mir jemand irgendwelche anbietet. Fakt ist, Fakt ist, dass du das Leben nicht wegnimmst. Ja, ich kann jetzt doch hingehen und ich kann jetzt auch bei dir Leistungen beantragen oder sonst irgendwas. Oder kannst du mir bitte, keine Ahnung, das kannst du dann entscheiden. Du kannst das machen. Du kannst auch andere dafür ausblündern oder sowas, um mir Geld zu geben. Ja. Oder eben auch nicht. Ja. Aber ich finde, die einzige Sache im Grunde genommen, wo man hier wirklich Leute dazu auffordert, andere auszubilden, beziehungsweise im Auftrag deren, ja, du weißt ja, was ich meine, ist die Wahl. Ja, meiner Meinung nach, wo du das halt machst. Und ansonsten, ansonsten, wie gesagt, du beantragst halt irgendeine Leistung oder sowas, ja, und die können natürlich sagen, nee, was weiß ich, in der weiteren Instanz, Politiker oder so, jetzt, wir rauben keinen aus oder so, es gibt jetzt halt nichts, ja, dann bekommst du eben nichts, ne, aber wie gesagt, wenn du halt bittest da um eine Leistung, ja, und du sagst aber nicht, wo steht denn drin in dem Antrag, ja, wo steht denn in dem Antrag drin, bitte rauben sie Leute aus oder, oder dass das, dass das irgendwie klar ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil beim Politikern ist ja klar, ne, wenn du die legitimierst oder sowas, ne, dass die ja natürlich übersteuern, die müssen das irgendwie eintreiben, das ist ja völlig klar und du legitimierst ja auch das System damit, ne, du wählst die Partei, du wählst, du wählst Menschen dafür, andere auszurauben. Nee, nee, wenn ich einen Politiker wähle. Ja, du wählst, du wählst, pass auf, du wählst, du weißt doch ganz genau, wie dieses System aufgebaut ist. auf diesem Gesetzesblatt steht zum Beispiel 70 Prozent Steuern. Ja. Und wenn dann ein Politiker meint, aus diesen 70 Prozent 60 Prozent zu machen. Ja. Pass auf, es kann ja sein, dass du Menschen dazu beauftragst, andere weniger auszurauben. Das mag ja sein. Aber trotzdem beauftragst du sie, andere auszurauben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und derjenige, der eine Leistung beantragt, der beauftragt, keinen anderen auszurauben. Vielleicht kriegt der ja dann keine Leistung, wenn das nicht gemacht wird. Ja. Und das kann ja auch anders gebracht werden. Oder was? 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 Jetzt angenommen, er würde aus diesen 70 Prozent Null machen. Der Politiker. Ja, jetzt angenommen, er würde aus den 70 Prozent Steuern Null machen. Oder Null machen wollen. Wie soll das gehen? Der Staat, der sich selber abschafft, oder was? Ja. Also wenn es jetzt irgendwie, das ist ja, es ist ja ein Widerspruch in sich. Verstehst du, was ich meine? Also ich würde nicht... Der Staat muss ja finanziert werden, der wird über Steuern finanziert. Und wenn, wenn der Staat nicht mehr finanziert werden kann, ist der Staat ja gar nicht existent. Das ist, was ich meine. Das ist ja quasi ein... Ja, wenn ich Politiker wähle, die quasi den Staat abschaffen wollen, dann... Das mag ja sein, das mag ja sein, dass der Politiker... Wir müssen zwar Kompromisse eingehen, weil sonst... Das mag ja sein, dass der Politiker, der das erzählt, dass er den Staat abschaffen will, oder was, ne? Aber Fakt ist... Aber Fakt ist... Ja, das mag ja sein, dass das so ist, aber Fakt ist... Also wenn mich jetzt ganz Deutschland wehen würde, also ich, wenn ich 100 Prozent der Stimmen hätte und die Möglichkeit hätte, dann würde ich den Staat abschaffen. Und ich erzähle das nicht nur so, ich würde das wirklich machen. Ja, ja, natürlich. Ja, aber wie gesagt, trotzdem, wenn jemand sagt, nee, ich will zum Beispiel Herrschaft reduzieren, ich will Steuern reduzieren, bei mir ist das halt weniger, dann beauftragst du trotzdem jemanden, andere Menschen auszurauben. Und das passiert direkt per Wahl. Ja, damit autorisierst du die, was du eigentlich natürlich nicht kannst und so, das ist ja schon klar, ne? Und, so, das machst du damit, ja? Und ich glaube, wenn jemand Leistungen beantragt oder sowas, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, der beantragt nur diese Leistung. Wo das Geld herkommt, darauf hat der ja keinen Einfluss. Ja? Und diese Leistung wird beantragt. Und gerade, wenn ihm vorher noch Geld weggenommen wurde, ne? Weil der vorher gearbeitet hat oder sowas, ne? Dann nimmt er sich ja eigentlich nur dann das Geld nochmal zurück oder sowas, was ihm vorher weggenommen wurde. Verstehst du, was ich meine? Und da wurden dann auch nicht die anderen ausgeblündert. Ich glaube, jetzt reden wir uns wieder. Weil das ist das Alter. Ja, aber da wurden ja auch dann nicht die anderen ausgeblündert. Weißt du, das Geld, was ihm vorher weggenommen wurde, der Staat ist weggenommen, der gibt uns jetzt wieder. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Für mich ist immer noch die Wahl ein gutes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, das mag ja sein, aber ich glaube, dass wir das so nicht erreichen werden. Das ist jetzt halt meine Meinung. Und ich finde es halt auch hochgradig unberatig. Du kannst doch gerne mal Videos dazu angucken von freiwillig frei. Die haben das ja auch ewig durchgekaut oder sowas, ne? Jedenfalls so. Und wie gesagt, Leistung beantragen. Wie gesagt, ich kann jetzt auch hingehen, ja? Ich kann jetzt hingehen und gehe jetzt irgendwo hin und beantrage irgendwas. Ich hätte gerne einen Ferrari oder egal, ne? Spiel keine Rolle. Ich kann zu irgendjemandem hingehen, ja? Und beantrage das. So. Und wie der das jetzt, wie der mir jetzt den Ferrari beschafft, oder auch nicht, das steht ja nicht in meinem Anflussbereich. Aber du weißt, der Ferrari wird einfach beantragen, ne? Du weißt aber, wie er das Geld... Gut, das mag ja sein. Das mag ja sein. Und der Fleischesser, der weiß auch, wie das hergestellt wird, das Fleisch. Ja? Oder dass es nicht auf Bäumen wächst oder so. Der weiß es auch. Trotzdem ist er nicht unmittelbar dafür verantwortlich. Natürlich ist er verantwortlich. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Schuldfrage. Was? Ja, ich denke schon, dass er verantwortlich ist. Er ist unmittelbar dafür verantwortlich. Ich denke, wie der Fleisch ist, dass die Tiere geschlachtet werden. Nee, ich sage nur, er ist verantwortlich. Ja, was denn jetzt? Du musstest sagen, hat er die Haftungsverantwortung, oder die kausale Verantwortung? Ja, welche Verantwortung hat er denn? Ja, die moralische Verantwortung. Die moralische Verantwortung hat er. Was ist denn die moralische Verantwortung? Oder vielleicht auch die juristische, aber ich bin mal kurz weg. Ja, klar. Ja, aber der Staat, ist doch der Erstauslöser, beziehungsweise derjenige, der die Verantwortung für die Gesetze die Arrest trägt. Okay. Wenn wir diese Dinge nicht begreifen, dann bewegen wir uns in einem geistigen Gefängnis. Und dadurch kann das System überhaupt erst funktionieren. Wir halten uns dadurch am Leben. Und zwar freiwillig. Das ist ganz wichtig. So, heute werde ich nicht in Ruhe gelassen, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts, ne? Wie gesagt, du hast, du bist nicht unmittelbar, du kannst nur für Handlungen verantwortlich sein, die du auch selber ausführst. Kausal verantwortlich, verstehst du? Ja, indirekt kannst du auch für andere Sachen verantwortlich sein. Ja, das mag ich jetzt, aber du bist trotzdem nicht unmittelbar verantwortlich. Du bist zwar nicht direkt verantwortlich, aber indirekt. Du bist nicht, ja, du kannst jetzt irgendwas konstruieren mit indirekter Verantwortung, ja? Wobei du mir dann auch mal definieren müsstest, was das ist. Aber trotzdem ist es so, dass derjenige, der eine Handlung ausführt, ja, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ja, derjenige ist für diese Handlung verantwortlich. Verstehst du? Das ist ganz wichtig, das zu begreifen, ja? Und es ist ein Unterschied, es ist wirklich ein Unterschied, ob ich vom Staat ausgeblündert werde oder sowas, ja, und ich hier so und so viel Steuern bezahlen muss, widerwillig, aber dazu gezwungen werde, oder ob du hingehst und erstens mal dem Ganzen zustimmst, weil du stimmst der Sache ja zu, du brauchst dich eigentlich nicht drüber zu beschweren, und zweitens, und zweitens, beauftragst du sogar noch Leute, mich auszublündern, ja? Und würdest du das auch selber machen, würdest du selber hier vorbeigekommen mit vorgehaltener Waffe und würdest mich auszublündern und ins Gefängnis schmeißen? Würdest du das machen? Hm? Nein. Nee, das würdest du nicht machen, ne? Dazu hast du nicht die Eier, das selber zu machen, die Leute auszublündern, aber andere dazu beauftragen, die anderen auszublündern, das ist okay. Ja, das ist dann genauso viel mehr Fleisch. Weißt du das? Ich habe diese Leute nicht dazu beauftragt, die Tiere zu töten. Ich habe, da war, da ist Fleisch gewesen, und das habe ich gekauft, zum Beispiel, ja? Ich habe die nicht dazu beauftragt, die Tiere zu töten, und selbst wenn ich sie dazu beauftragt hätte, Nee, nee, Das mag ja sein, dass ich dafür beauftragt habe. Mord, 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 also... Mag ja sein, deswegen ist es Mord, weil ich bezahlt habe dafür. Nee, das ist Beihilfe zum Mord, also wenn du dafür bist. Das ist keine Beihilfe zum Mord, ja? Beihilfe zum Mord ist zum Beispiel, wenn jemand hingehen will, will mit dem Tier mit einer Axt den Kopf abpacken oder so, und ich bringe ihm diese Axt, ich lege ihm die Axt in die Hand oder sowas, dann ist das Beihilfe vielleicht, ja? Und trotzdem ist immer noch er unmittelbar dafür verantwortlich, was er mit dieser Axt macht. Das ist einfach wichtig, das zu verstehen halt, ja? Aber wie gesagt, die meisten Leute begreifen das nicht, die werden es noch nicht begreifen, deswegen werden wir auch nicht weiterkommen, ja? Aber jetzt angenommen, der Fleischer bringt jeden Tag 50 Kühe um, und du hättest die Möglichkeit, mit einem Kreuz, dass nur noch 40 Kühe umgebracht werden. Also ich könnte das quasi legitimieren, was ich ja sowieso nicht kann, aber ich könnte jetzt quasi jemanden dazu beauftragen, 40 Kühe umzubringen. Dass also nicht mehr 50, sondern 40 Kühe umgebracht werden. Genau. Das würde ich nicht beauftragen, jemanden dazu. Ja, ich schon. Ich glaube, das Recht dazu haben, das beauftragen, das geht nicht um seine Kausse. Ja. Verstehst du? Und verstehst du, du machst dich quasi damit gemein. Also du, und vieles, vieles, was wir tun, basiert auf Freiwilligkeit, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Und wenn man sich freiwillig daran beteiligt, an der Sache, ja, dann ist da auch eine Mitverantwortung. Verstehst du? Also wenn du zum Beispiel hingehst und die Leute beauftragst, obwohl du es, wie gesagt, wieder eigentlich gar nicht kannst, ne? Also, obwohl du wieder das Recht nicht dazu hast, ja? Aber dann, auf jeden Fall, dann beteiligst du dich freiwillig an diesem Spiel, ja? Oder freiwillig daran beteiligt. Und derjenige, der einfach nur ausgeblündert wird, der halt nicht. Das ist halt ein Unterschied, ne? Verstehst du? Ja, und es geht nicht darum, dass du dieses, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du ein Kreuz da machst oder sowas, ne? Es geht halt eben darum, zu erkennen, dass wir das System nur dadurch am Laufen erhalten, indem wir daran glauben oder auch, sagen wir nur, sei es nur, dass wir daran glauben, dass es halt irgendwie ein bisschen verringert wird oder so und dass dann doch immer noch alles mitmachen, ja? Und trotzdem Menschen dazu beauftragen, andere auszuräumen, ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? Dass das verstanden wird. Und wie gesagt, die meisten verstehen das nicht. Und ich glaube sogar, dass ein kleines Kind das noch besser verstehen würde, weil das eben nicht so gehörend gewaschen ist. Und ich sage dir, für mich war das schon immer ein Widerspruch, sowas, wenn ich sowas gehört habe, ne? Wenn jemand gesagt hat, irgendwie Anarchie oder was und sagte dann hier das und das und das war für mich schon sofort ein Widerspruch, ja? Nur ich habe, ich habe zum Beispiel dann gedacht beim Olli oder sowas, der ist halt eben verzweifelt, ja? Die Situation ist so scheiße, er sitzt da im Exil, ne? Und das sind irgendwelche Verzweiflungsaktionen oder sowas, ne? Das habe ich mir da gedacht. Aber spanisch ist mir das eigentlich schon sofort vorgekommen, ne? Weil das der Absuch... teilen sich unsere Geister. Ja, das mag ja sein, aber es ist faktisch... Weil wenn ich beim Fleischer das Kreuz mache, dass da nur noch 40 Kühe umgebracht werden, du hast dann aber Leute dazu beauftragt... Dann tötte ich die Kühe ja nicht, äh, tötte ich die Kühe ja nicht selbst. Ne, natürlich hast du die nicht selber getötet, aber du machst mit bei dem Spiel. Du bist nicht, um das nochmal klarzustellen, ne? Du bist nicht unmittelbar dafür verantwortlich, dass diese 40 Kühe getötet wurden. Ja? Dafür bist du nicht verantwortlich. Die Leute, die die 40 Kühe geschlachtet haben, die sind nicht verantwortlich, nicht du. Ja? Das unmittelbar. Verstehst du, was ich meine? Du beteiligst dich aber trotzdem in einem Spiel, du machst das mit, du stimmst der Sache halt zu. Verstehst du, was ich meine? Ja? Ja, und das ist halt, du kennst jetzt auch, du würdest wahrscheinlich sogar noch zustimmen, 40 Menschen zu töten, damit 50 Menschen nicht getötet werden oder sowas, ja? Dann würdest du das sogar noch unterschreiben, diese Todesliste oder sowas. Du verstehst du? Und damit machst du mit bei dem Spiel und wenn wir nicht bei dem Spiel mitmachen, dann funktioniert das Spiel nicht. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Was ist dann? Was ist einfach, wenn alle sagen, oder hier mit dem Beispiel mit dem Kapo oder was, die Gefangenen auszupatschen oder die Sklaven oder was auch immer, ist ja blieblich austauschbar, ja? Stell dir mal vor, alle sagen, nö, das machen wir nicht, das ist unvorraglich. Wie soll das dann funktionieren? Was ist, wenn die Merkel sagt, wir öffnen die Grenzen und die sagen alle, nö, wir öffnen die Grenzen nicht. Wie kann das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nur, wenn wir freiwillig uns daran beteiligen an dieser ganzen Sache. Ja? Das ist halt einfach so. Ja, es macht genug und dann Leute bei diesem Spiel. Das spielen wir dann auch so schwierig. Ja, das mag ja sein. Das mag ja sein. Selbst wenn du das Spiel nicht akzeptierst und dein ganzes Leben nichts tun hast. Machen trotzdem die anderen mit. Machen trotzdem die anderen mit. Ja. Und es gibt sich an dieser Situation niemals was ändern, weil die anderen werden immer mitmachen. Ja, weil jeder, weil jeder so denkt, ändert sich dann nichts. Das ist schon klar. Aber wenn sich einfach jeder denkt, ja, nee, ich mache da jetzt nicht mehr mit oder so, ja, dann kann sich dann eben etwas ändern, ja. Oder wenn zum Beispiel immer weniger mitmachen, dann wird dem System immer mehr Energie dadurch entzogen halt, ne. Also jetzt angenommen. Aber ich, wie gesagt, ich werde keine zu beauftragen, andere auszubländern oder sowas, ne. Also ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel früher wären gegangen wäre oder sowas, ja, wo ich mir dann nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe oder so, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen oder so. Aber mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich das nicht machen, ja. Also let's play mal in eine andere Sache. EDV als Libertäre Partei hat 49 Prozent der Stimmen. Ja. Kann man ja auch gleich sagen, ich mache bei dem Spiel nicht mit, weil man weiß ganz genau, dass genug Leute gegen den Staat sind. Ja. Aber wir sind momentan, wir haben nicht mal momentan 5 Prozent im Bundestag. Also müssen wir unsere, also, was heißt müssen, wir sollten unsere Standpunkte, also, dass wir halt auch einen Einfluss auf die Glaubst du wirklich, dass das System, weil es gibt genug Leute. Glaubst du wirklich, dass das System so funktioniert? Glaubst du, wenn so viele Leute die PDV wählen würden oder so, glaubst du, dann kriegen wir wirklich die erste Zeit präsentiert? Glaubst du das, glaubst du das wirklich? Nee. Dass sie das so machen? Wenn es jetzt zum Beispiel 40 Prozent wären, dann gibt es ja genug Leute, die den Staat ablehnen, also bräuchten wir die ganze Wahl nicht mehr, weil die ganze 49 Prozent würden einfach nicht mehr irgendwas mit dem Staat zu tun haben. Dir ist schon klar, dass da noch andere Sachen in Kraft treten könnten oder sowas. Wir haben noch nicht mal einen Friedensvertrag, die Feinstaatenklausel und, und, und. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich auch. Die können doch einfach den Laden hier dann komplett übernehmen oder sowas. Also wenn da irgendwie nicht das gewünschte Wahlergebnis oder was auch immer. Verstehst du, was ich meine? Das funktioniert nicht so einfach. Ich glaube, es gibt wirklich noch Leute, die denken, dass dann diese Zahl, die uns repräsentiert wird, dann auf jeden Fall auch die richtige Zahl ist oder sowas. Du weißt ja nicht, du weißt ja im Endeffekt nicht. Du gehst da hin. Ja, doch, ich bin Wahlbeobachter. Ja, das mag ja sein, aber dann geht das nochmal weiter und dann, die können das auch nur bis zu einem gewissen Punkt halt beobachten. Ja, und dann geht das nochmal weiter und dann weißt du gar nicht, ob diese Zahl oder ob die überhaupt stimmt, die uns da präsentiert wird. Ja, vielleicht präsentieren die uns irgendwas. Vielleicht haben auch viel mehr Leute der AfD gewählt oder so. Das weißt du doch alles gar nicht, ne? Das kannst du nicht wissen. Ja, ich beobachte zumindest immer die Zahl, wo ich auch wähle. Ja, das mag ja sein, aber du kannst es nicht ganzheitlich überprüfen. Verstehst du, was ich meine? Die können uns irgendwas präsentieren, aber es ist nie, ob das ganz so stimmt. Ja, deswegen ist das auch ganz wichtig für mich auch solche Sendungen wie mit Alexander Waggant oder so, wo er davon spricht, dass wir in der kindlichen Vorstellungswelt leben oder sowas. Ja, und das gehört da auch mit dazu. Meiner Meinung nach. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und es gehört auch wieder zum Geist im Gefängnis mit dazu, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht in zwei Jahren komme ich dann wieder drauf und muss dir zustimmen oder vielleicht hast du Unrecht, wer weiß. Du musst gar keinem, ja, vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht habe ich auch Unrecht und Eigentumsrechte gelten gar nicht und das Nicht-Aggressions-Prinzip gilt auch nicht. Aber für mich gilt es halt eben. Und ich glaube, wir würden ganz gut miteinander auskommen, wenn wir das halt beachten würden oder sowas. Und derjenige, der dagegen verstößt, derjenige ist das Problem. Verstehst du? Und nicht derjenige, der sich dagegen verteidigt. Ja, aber ich denke trotzdem, dass dieses Thema quasi, ja, da teilen sich dann doch die Ansichten. Selbstverständlich teilen sich da die Ansichten. Und da hat doch, zum Beispiel hat jeder, jeder hat doch das Recht, seine Ansicht zu vertreten und jeder hat auch faktisch gesehen das Recht, auf einem Blatt Papier ein Kreuz zu machen. Aber wie gesagt, ich habe das ja jetzt häufig genug gesagt, dass dieses Blatt Papier und dieser Stift, dass das nicht das Problem ist. Sondern das, was sich darin manifestiert. Dass man das Ganze dann, dass man das System akzeptiert. Ja. Es gibt genug Leute, die Videos darüber gemacht haben. Ja. Man kann sich das auch noch mal anrufen. Was sagt denn der Chat dazu? Also von denen, also angenommen, ihr wärt alle libertär, würdet ihr dann zur Wahl gehen oder nicht? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute noch nicht mal hundertprozentig verstanden haben, was Libertärismus überhaupt ist. Glaube ich. Und für mich ist das irrelevant, was der Chat dazu sagt, weil die meisten, die uns jetzt zugucken, sind, glaube ich, Trolle oder Etatisten oder was auch immer. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Wie gesagt, aber das macht ja jeder, das macht ja jeder so Entwicklungsschritte durch oder sowas, ne. Und guck mal, wir sind heute wiederum Sachen klar, die mir vor einem Jahr noch nicht klar waren oder sowas, ne. Wo ich, wo ich mir, wo ich mir in den Arsch treten könnte, ne. Wie ich da vor einem Jahr reagiert habe auf manche Dinge halt, ne. Und die Dinge waren auch nur möglich, weil ich sie zugelassen habe. Gerade auch in den Sendungen, was teilweise auch passiert ist, ja. Wo ich auch ganz klar sagen muss. Wo sich hier bestimmte Leute dahin benommen haben oder sowas, ne. Es konnte auch nur passieren, indem ich es zulasse halt, ne. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen halt, ne. Und ich bin auch exakt froh, dass ich an dem Schritt bin. Klar älgere ich mich dann darüber, was früher war zum Teil. Nur ich merke auch daran, dass ich mich dann noch weiterentwickelt habe oder sowas, ne. Und ich finde es ja besser, wie wenn man immer nur auf der Stelle tritt. Muss ich dann auf jeden Kilometer Autobahn einen Vertrag mit dem Besitzer aushandeln? Naja, also du brauchst schon die Erlaubnis des Besitzers, ne. Das muss jetzt nicht auf jeden Kilometer sein. Ich meine, wenn die mir jetzt 100 Kilometer gehören oder so, dann musst du jetzt nicht für jeden Kilometer, warum kannst du auch direkt für die 100 Kilometer? Das kannst du schon irgendwie regeln oder sowas. Du musst jetzt da nicht jedes Mal irgendwie ein Blatt Papier unterschreiben oder was, ja. Das lässt sich schon alles regeln, Die Leute sind ja nicht blöd. So. Ne, ich wollte das einfach nur nochmal, ich wollte das einfach nur nochmal herausarbeiten, ja. Dieser, 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 dieser Widerspruch halt eben, ja. Ähm. Aber du hast da, du hast da was Interessantes angesprochen, muss ich definitiv sagen, ja, mit Beantragung von Leistungen oder sowas, ne. Da können sich auch gerne mal andere Leute noch Gedanken drüber machen, ja. Ich hatte mir eigentlich bisher noch nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, ich sehe es halt so, dass da einfach Leistungen beantragt werden und dass da nicht konkret jemand dazu beauftragt wird, andere auszublindern. Im Gegensatz zu einer, zu der Bundestagswahl oder wie auch immer, ne. Aber, äh. Und ob das jetzt den, die beantragt hat oder nicht, äh, wie gesagt, das Geld, er hat nicht die anderen ausgeraubt. Das ist ganz wichtig und das ist vollkommen egal, ob das irgendwie der Sozialfamfänger ist oder der illegale Einwanderer oder sowas, ja. Äh. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, der hat die anderen nicht beglauert, ja. Weil ich finde, da muss man schon ansetzen halt, ne. Das nochmal genau gucken, der, der das beauftragt hat. Ja, wer führt eine Ahnung aus? Was? Der, der das jetzt beauftragt hat, also mit der Wahl, der tut auch nicht direkt die Leute bestehlen. Nein, nein, natürlich nicht, ja. Nach dem unmittelbaren Verantwortungsprinzip ist der nicht dafür verantwortlich, dass hier Leute beglaut werden. Das ist doch vollkommen klar. Es hat auch gar keine Gültigkeit, was du da machst, ja. Weil du nicht das Recht hast, andere auszublündern und du kannst das auch nicht aneinander abtreten. Das geht nicht. Ja, du hast sowieso, eigentlich ist das im Grunde genommen nichtig. Darum geht es aber nicht. Verstehst du? Darum geht es nicht. Es geht um den Glauben an Herrschaft, um dieses Spiel zu akzeptieren, ja. Und das Ganze mitzumachen. Statt, dass einem das klar wird, ja, und direkt komplett eine alternative Schiene halt zu fahren, ja. Und statt diese Energie aufzuwenden halt, ne. Ja, das machen wir auch so. Also, das machen wir auch so. Ja, ja, und das ist ja auch, das ist ja auch dann positiv. Ich finde es nur ein bisschen, ähm, ja, gut, ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber es gibt viele Leute, die das so als Ausrede nutzen und dann im Privatleben ja dann gar nichts machen. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich am allerschlimmsten, ja. Also, die das halt eben, die diese Verantwortung komplett abtreten, ja, und die Politiker werden schon richten oder sowas, ja, und dann überhaupt nichts machen, ja. Verstehst du, es ist jetzt auch keine Leistung, kein Kreuz zu machen bei einer Wahl. Verstehst du? Dadurch ändert sich nichts, das ist ja keine Handlung. Verstehst du, was ich meine? Da muss man natürlich auch, da muss man auch schon, da muss man dann auch schon aktiv etwas machen, ja. Ich tue mein, äh, ein Großteil, ein Großteil meiner Zeit eigentlich nur für Politik aufwenden. Dabei könnte ich, keine Ahnung, äh, zockern oder Sport machen. Was, was meinst du denn damit für Politik aufwenden? Ja, äh, Aktivismus und Aufklärung und so, so Geschichten. Naja, ich finde Aufklärung eigentlich ganz gut, wenn man dann auch wirklich Leute aufklärt und denen ich irgendwas erzähle. Ja. Äh, kann man ansonsten, also wie gesagt, Aktivismus oder sowas, ich weiß nicht genau, was du darunter verstehst, also ich finde es zum Beispiel, es ist zum Beispiel relativ sinnlos, irgendwie eine Demonstration zu machen oder sowas. Oder Petition oder sowas, den Herrscher anzuflehen, irgendwie etwas zu ändern. Das ist ja auch besser als nix. Ja, gut, das mag ja sein, aber für mich ist das eine Art Beschäftigungstherapie halt, ne? Ja, du kannst letztlich wirklich besser noch Demonstration mit Waffen organisieren, also wo jeder die Missgabe dabei hat, dann ändert sich vielleicht was. Okay, und dann haben die das Recht, Gewalt gegen andere auszuüben, oder was? Nee, aber ich will ja nur damit sagen, dass, ähm, es ist immer noch besser als nix, zu tun, also eine Petition zu unterschreiben, finde ich immer noch besser als nix zu tun. Ja, aber es ist wichtig, dass einem das klar wird, dass es einfach nur ein Anbetteln ist an den Herrscher, bitte, bitte, mach doch hier irgendwas und der Herrscher hat sowieso keine Legitimation, hier bei uns zu herrschen, ne? Das ist ganz wichtig halt, ne? Also, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, wie ich dir das, mich das erklären soll, ja? Also vielleicht einfach auch so eine persönliche Einstellungssache halt oder so, ne? Also, du bist ja nicht der Einzige, der das so sieht, ne? Ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht, was ich da sage halt, ne? Wie gesagt, ich kann es mir halt logisch herleiten halt, ne? Also ich kann dir genau sagen, der und der ist dafür verantwortlich, unmittelbar, das und das und das widerspricht sich, zu sagen, ich bin ein Anarchist, rufe zur Wahl auf oder man geht sogar selber wählen, was auch immer, das ist einfach ein Widerspruch. Das ist so wie, wie, äh, ich weiß nicht, ein lebender Toter oder so, außer jetzt Zombie, ne? Aber du weißt, was ich meine. Es gibt, es gibt einfach, oder eine gerade Kurve oder, oder was auch immer. Es ist einfach ein Widerspruch in sich, ja? Oder wenn man zum Beispiel sagt, gut, das darf man umgangssprachlich, das ist nicht so gemeint, aber eigentlich der Spruch, es herrscht Anarchie. Da sollte man sich eigentlich auch mal Gedanken drüber machen, weil das ist ja eigentlich auch ein absoluter Widerspruch, ne? Und dass das funktioniert auch nicht, irgendwie durch Überzeugen oder sowas, ne? Dass ich dir jetzt irgendwas erzähle oder so, funktioniert das nicht. Sonst wäre ja auch die Werbung so aufgebaut, ja? Aber das kann halt trotzdem immer mal wieder Impulse geben oder sowas. Oder mir geben ja auch andere Impulse, mit denen ich hier rede. Und, und dann kommt das aber irgendwann dann doch an oder halt auch nie, ne? Also ich sehe einfach nur, ich sehe einfach nur einen Widerspruch in Aussagen oder auch einen Widerspruch in Handlungen oder sowas, ne? Und das benenne ich dann halt in dem Fall, ne? Also ich glaube eigentlich auch schon, dass ich das doch relativ logisch herleiten kann oder so, ne? Es ist ja heute wirklich eine ziemlich öde Sendung, weil es ist gut, dass wir es nochmal gesagt haben, aber es ist ja eigentlich alles schon gesagt worden. Ich hätte eigentlich auch gerne noch ein paar andere Leute drin gehabt. Ich bin ja froh. Ja, wir können auch gerne wieder zum alten Thema zurückkehren. Genau. Ich bin auch froh, dass du überhaupt da bist, dass ich hier keine Echo-Kammer habe. Aber es ist trotzdem, ich muss mal gerade hier gucken. Das ist schon so ein Tiefpunkt hier heute, ne? Muss ich sagen. Also muss ich natürlich schon sagen. Also wenn, wenn das natürlich keine Sache interessiert, die Sendung, oder wenn da Ekelne rein will, dann... Danke fürs Kompliment. Was? Danke fürs Kompliment, wenn ich schon darf. Geht die Sendung zugrunde oder wie? Ja! Doch nicht wegen dir! Ich meine, du bist ja wenigstens noch da, verstehe? Aber es ist ja, es tut sich halt nichts. Also es will auch offensichtlich keiner mehr sehen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Gut, ich weiß aber nicht, was jetzt sonst noch hier alles so läuft. Aber ich kann ja auch nur mit den Leuten Arbeit nicht habe. Und ich bin froh, dass der Jasmin überhaupt drin ist. Weil sonst wäre noch weniger. Wobei, ich kann auch eine Sendung komplett alleine machen. Aber das ist halt auch irgendwie witzlos, ne? Ja, ich finde, du kannst ganz gut über Star Trek referieren. Also, ich habe die Serie auch angesehen, aber ich finde, deine Erzählungen sind uns unterhaltsamer als die Serie. Da muss die Serie ja ziemlich beschissen sein. Wenn sogar meine Erzählungen noch besser sind. Naja, also ich finde zum Beispiel, ich finde, dass gerade in den früheren Folgen oder sowas, dass da halt auch viele vernünftige Sachen gesagt wurden. Also ich kann das halt trennen, ja? Ich kann das zum Beispiel von der Symbolik trennen oder ich kann das auch von anderen Sachen trennen, dass die ja da im Grunde genommen eine Weltregierung haben oder so, ne? Aber es gab da schon Sachen, ich habe ja auch ab und zu dann mal Ausschnitte hochgeladen oder sowas, ne? Die mir da gut gefallen haben. Und ähm, ja, also ich fand, da waren schon Sachen dabei und es gab einen sehr, sehr interessanten Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals hochgeladen habe. Ich kann dir aber da mal einen Ausschnitt hochladen und da geht es halt darum, dass auf so einem Planeten, die haben halt irgendwie, das ist die ganz alte Star Trek Serie mit Captain Kirk und die haben da halt irgendwie Krieg mit den Klingonen und die wollen so einen Planeten annektieren und Kirk will das verhindern, ja? Und will die auch warnen und sowas, ne? Aber das interessiert irgendwie keine Sau und dann, ja, und dann kommen halt die Klingonen, die sagen die ganze Zeit, sie brauchen keine Hilfe, dann sind aber die Klingonen nun mal da und dann wird da halt alles unterworfen, aber Kirk hat sich verkleidet und dann Mr. Spock, die wissen nicht, dass sie von der Steinplotte sind und dann tun halt der Kirk und der Spock so ein Munitionslager in die Luft jagen, um da Widerstand zu leisten und dann werden die aber ans Messer geliefert von den Klingonen. Dann kommen halt die Klingonen hier, bla bla, oder, ja, es ist, sie brauchen ihn nicht zu foltern, es ist Captain Kirk und Mr. Spock und dann, ah, Captain Kirk vom berühmen Ratschus Enterprise und sein erster Offizier. Ich habe gehofft, dass wir uns im Kampf begegnen würden. Ja, und dann irgendwie, ja, und, keine Ahnung, liefern die halt ans Messer und der Kirk sagt dann, ja, es ist mir schon klar, dass sie mich töten werden, aber keine Sorge, ich habe nicht die Absicht für Leute wie sie zu sterben. Und die Klingonen, die sind auch total angewidert von dieser Bevölkerung da, von diesem Volk auf dem Planeten. Die Klingonen sagen auch, ja, verratet ihre Freunde immer, ihr seid wirklich ein bemerkenswertes Volk. Es sind immer die Mutigen, die sterben müssen. Ihr gehört nicht dazu, zum Glück. Ja, und irgendwie, das war interessant, die Folge. Und auch bevor die Klingonen wussten, dass das Captain Kirk ist, war auch schon so eine Szene, wo dann die Klingonen da einmarschieren und irgendwie merken die Klingonen das schon. Ja, haben wir etwa einen Bock unter den Schafen und sowas, weil der Kirk irgendwie, der stahlte schon so aus. Und ja, keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie, ich fand diese Folge sehr interessant. Am Schluss gibt es dann noch mal einen Twist, dass das doch alles anders noch mal war, als man dachte. Aber ich finde das halt irgendwie so, ja, ich fand das halt interessant. Also, dass das Kirk lässt da trotzdem Widerstand auch gegen den übermächtigen Gegner oder sowas und er macht das nicht mit und die anderen unterwerfen sich halt einfach, lassen sich versklaven und verraten auch ihre eigenen Leute. Und, ähm, das, ich finde interessant, sich diese Folge anzugucken. Die nennt sich Kampf um Organia, heißt die, glaube ich, auf Deutsch. War in der ersten Staffel und es gibt da so, es gab auch, diesbezüglich gab es auch mal eine interessante Folge und das war irgendwie bei Deep Space Nine, ja, mit dieser Station und dann führen sie den Krieg gegen diese Shapeshifter und sowas, ne, und irgendwie gibt es da jetzt Leute, da müsste ich jetzt zu weit ins Detail gehen, aber es haben halt Leute ausgerechnet, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist gegen die Shapeshifter. Und das wird dann auch dem Käpt'n von der Station präsentiert, hier so und so, wir gewinnen eh nicht, wir sollten uns ergeben, ne. Und er sagt dann halt, nö, machen wir auf gar keinen Fall. Selbst wenn ich das zu 100% wüsste, wir ergeben uns nicht, wir kämpfen bis zum Schluss. Und, ja, und dann wollen die irgendwie, die das ausgerechnet haben, wollen dann halt den Shapeshiftern diese Informationen geben, damit die dann Standorte wissen von Sternflotten-Schiffen und so, damit sie den Krieg schnell beenden können, ja, um Leben zu retten. Und dann, ja, irgendwie, und die planen das alle schon so, ne, und die haben auch alles berechnet. Und dann geht aber der Plan schief, weil einer von denen aussteigt. Einer von denen hat da keinen Bock drauf und macht den kompletten Plan zunichte. Und dann werden auch die Infos nicht weitergeleitet und die werden erwischt, ja. Und dann heißt es auch am Schluss, ne, dann, äh, führen die irgendwie so ein Gespräch, also derjenige, der halt den Käpt'n das gesagt hat, dass sie nicht gewinnen können, dann sagt, der Käpt'n, glaube ich, irgendwie, oder war das ein anderer, ich weiß nicht mehr, jedenfalls geht es dann darum, ah, es war hier alles schon perfekt berechnet, dass wir keine Chance haben, aber eine Variable wurde nicht mit einberechnet und schon wurde alles zum Anschluss gebracht. Und ich finde, das war auch nochmal, auch nochmal ein interessanter Hinweis, ne, für Situationen, wo man denkt, man hätte gar keine Chance oder sowas, ne, und vielleicht ist es auch oft nur so, dass, dass zum Beispiel auch die Herrschenden uns das einreden wollen, dass wir zum Beispiel gar keine Chance hätten oder sowas, ne, und in Wirklichkeit stehen die Chancen viel besser, als wir denken, ne, weil sie vielleicht gar nicht so allmächtig sind, wie wir denken. Sie sind vielleicht in gewissen Punkten mächtiger, als wir denken sogar, ne, aber vielleicht in anderen Punkten sogar weniger mächtiger, als wir denken, ne, und, man tut ja nicht seine Schwächen präsentieren, ne, also man kaschiert der mal seine Schwächen an. Also, ähm, äh, ein Kameradenschwein zum Beispiel bin ich nicht, auch wenn es, äh, kostennutzentechnisch, äh, schlechter ist, das wollte ich nochmal hinzufügen. Aber wenn du doch dadurch, wenn du doch dadurch, äh, äh, Also zum Beispiel im Lager, wenn man sowieso, also 50 Prozent, also wir haben ja vorhin von 50 Prozent Bestrafung gerechnet im Lager, äh, und man würde quasi die Möglichkeit finden, mich freizukaufen, aber die Situation bleibt die gleiche unter meinen Kollegen, dann würde ich halt mit denen weiterschuften, weil ich kann, weil ich die nicht zurücklassen würde. Aber du würdest schon, statt, sagen wir mal, mit den 50 peitschen, die über 40, aber die würdest du dann schon auch selber persönlich auspeitschen, hast du ja gesagt, ne? Ja, wenn ich aber die, äh, Gesamtsituation meiner Kollegen verbessere damit. Ja, das wäre ja nur 40 Mal ausgepeitscht statt 50 Mal, ne? Ja. Also das wollte ich nochmal hinzufügen, nicht, dass man das falsch versteht. Nee, nee, und verstehst du, diese Folge, ne, von Deep Space Nine, ja, die wollen ja auch nur das Beste für die, für die Föderation, ne? also diejenigen, die das da ausgerechnet haben, die wollen ja Menschenleben retten, ne? Die wollen ja wirklich nur das Beste und die machen das ja auch nicht aus Böseligkeit, dass sie dann diese Infos da weiterleiten wollen an die Shapeshifter. Äh, das ist ja alles aus, aus guten Beweggründen halt, ne? Ja, also das heißt, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie dann böse Absichten hat oder so, oder wenn du jetzt sagst, du würdest denen dann halt 40 Peitschniebe verpassen oder so, dass du dann schlechte Absichten dadurch hast. Du hast ja gute Absichten, du willst ja die gesamte Situation verbessern, aber es gibt zum Beispiel auch den Spruch, der Weg in die Hölle, das ist geflastert mit guten Absichten, ne? Also, äh, also ich, ich weiß nicht, wie ich das machen würde, wenn ich so im Lager wäre. Vielleicht werden wir es ja mal rausfinden, vielleicht werden wir irgendwann wirklich mal weggesperrt, ne? Aber ich hoffe nicht, ne? Aber, äh, es ist halt einfach, äh, vielleicht verratet man auch seine Ideale, weil die Schmerzen einfach zu stark sind. Ja, das kann auch sein. Ich, ich sage zum Beispiel auch, du kannst Folter nicht widerstehen, ja? Also, äh, die werden dich so oder so klein kriegen. Also, wenn man dann im Besitz von Wichtigen, ich hab mir das mal überlegt. Also, du hast ja Orwell gelesen bestimmt, oder? Ja. Ja, der hat er ja auch am Schluss aufgegeben. Ja. Oder hat er aufgegeben? Er liebt ja auch am Schluss. Er liebt ja auch am Schluss. Typisch fertig gemacht, sodass er aufgeben musste. Genau, ja. Aber er seine Freundin zum Beispiel hat, äh, ja. Er liebt ja auch den, am Schluss, glaube ich, auch den großen Bruder, der Winston Smith, ne? Sagt er nicht am Schluss, großer Bruder, ich liebe dich? Ich glaube, bei den Ratten hat er doch aufgegeben. Ja. Also, jedenfalls, jedenfalls, das muss einem schon klar sein. Also, Folter oder sowas, ich glaube nicht, dass man Folter langfristig widerstehen kann. Ich glaube, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie richtig angewendet wird, ne? Ich habe mir sowas mal überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn irgendwie ein Krieg wäre und ich wäre im Besitz von kriegswichtigen Informationen oder so, ne? Und ich wüsste eh, dass die, ich wüsste ja sowieso, dass die mich foltern würden und ich würde eher alles erzählen irgendwann. Und, äh, wer glaubt, er könnte Folter widerstehen, der hat sich wahrscheinlich nicht befasst mit Folter, aber, äh, jedenfalls, äh, und die bringen dich ja dann auch danach sowieso um, ne? Also, ich glaube, dann würde ich irgendwie eine Möglichkeit suchen, mich umzubringen oder so, bevor die mich foltern würden und die das rausführen würden, ne? Wenn ich die Möglichkeit hätte, glaube ich. Ob ich es dann wirklich machen würde, weiß ich nicht. Man hängt dann vielleicht doch am Leben. Aber das sind halt so Gedanken, die ich mir immer gemacht habe, ne? In so einer Situation halt, ne? Äh, ähm, Ja, für mich ist das das Schlimmste, was man einem Menschen so antun kann. Ja, ja, gut, vielleicht, äh, naja, äh, ich bin da, glaube ich, ich bin kein Psychopath, aber, äh, mir mit Empathie kommen und quasi meine Familienangehörigen töten, das würde mir nicht so viel ausmachen wie körperliche Schmerzen. Da ist, glaube ich, jeder anders ein bisschen gestrickt, gestrickt. Wie meinst du, wie meinst du mit Empathie kommen und deine Familie töten? Wie meinst du das? Ja, also, Psychopathen haben ja keine Empathie, die machen ja nur das, was, äh, ja, nützlich ist und, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt die, gut, jetzt Familientöten ist jetzt ein bisschen hart, aber, angenommen, entweder foltern sie mich oder sie töten meinen Hund. Dann würde ich lieber meinen Hund umbringen lassen, damit ich quasi den Schmerzen entgehe, weil, äh, ja, ich leide stärker unter körperlichen Schmerzen als jetzt seelische Schmerzen. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, ob ich meinen Hund opfern würde, wenn ich einen hätte. Ich weiß es nicht. Nein, Schmerzen sind Schmerzen, aber ich würde, glaube ich, äh, die seelischen Schmerzen bevorzugen, statt den psychischen, äh, statt den physischen. Ja, gut, wie gesagt, müssen wir halt in der Situation sein, da werden wir wahrscheinlich hoffentlich nie reinkommen, ja, in solche Situationen, ja. Äh, weißt du, für mich, mir hat ja diese Zeit, ne, mit diesen, mit diesen Hangouts da oder was, ne, mir hat das, obwohl ich mich auch eine Zeit lang sehr aufgeregt habe, ne, aber mir hat das einiges gezeigt, ja, diese ganze Zeit, dass, also ich bin dadurch, bin dadurch desillusioniert worden in vielerlei Hinsicht, ja, und ich finde auch, dass gerade auch, weil ein paar, ähm, heiklere Situationen entstanden sind, ähm, dass man da auch dann gut gesehen hat, wie, wie Leute drauf sind, ne, also, weil das siehst du ja immer erst dann, ne, also, wenn du mit Leuten weggehst oder bist befreundet, das ist immer nur Party und anders ist toll, dann, dann, weißt du ja nicht, stehen die auch zu dir, wenn was ist, ne, das weißt ja nur, also, das ist mir schon sehr viel wert, also, dass jemand auch, äh, äh, ich mag überhaupt keine Verräter und ich hab das auch oft bewiesen, dass ich in so Ausnahmesituationen nicht so handel. Aber das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Stell dir mal vor, du gehst mit einem Kumpel weg und, ja, das Beispiel hast du schon mal gesagt, da kommt eine Gruppe entgegen und entweder lauf ich weg oder weg oder helfe meinem Freund. Ja, aber du wirst ja so oder so von denen plattgemacht, du hast ja zehn Mann, ne? Ja, natürlich helfe ich meinem Freund, also, aber warum? Weil ich kein Kameradenschwein bin. Okay, das, das, das ist interessant, ja, das, das ist eine interessante Antwort, ähm, war immer auch in Bezug auf Leute ausbehalten, aber, jedenfalls, ähm, äh, ist das so, würdest du auch hingehen und wenn die sagen würden, äh, wenn die sagen würden, äh, du, du sollst deinen Kumpel verprügeln und dass das dann aber dann nicht so schlimm wird, wenn du den verprügelst, als wenn die den verprügeln, weil die werden den Krankenhaus aufschlagen, würdest du dann deinen Kumpel dann verprügeln? Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber ja, also, wenn, wenn quasi das dann weniger schmerzhaft ist, dann, ich glaube, das ist das wirklich, ich weiß nicht, ob er dann dafür auch dankbar wäre, aber, ich glaube nämlich nicht, der sich das machen würde, aber, ja, ja, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich interessant, ne? Äh, sag mal, ähm, es gab doch mal, es gab doch mal eine gewisse Situation, äh, hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, als Toni diesen offenen Brief geschrieben hatte und wo wir da massiv attackiert wurden, von mehreren Seiten, ne? wo dann auch Videos gestrikt wurden, Kanäle angegriffen wurden, wo es gießen hat, wir machen den Kanal komplett platt und sowas, ne? und findest du es eigentlich wichtig, diesbezüglich, wie, wie groß der Kanal ist oder wie viel Reichweite man hat oder wie, wie siehst du das? Ich habe das nicht mitbekommen. Okay. Also, aus diesen ganzen Kleinkriegern habe ich mich da rausgehalten. Ja. Es haben ja auch zum Beispiel Leute gesagt, also, ich weiß noch, wo von mir Videos gestrikt wurden oder sowas, ne? Also, das, das hat schon gepasst, ja? Oder auch wichtige Videos oder so, ja? Das hat, das hat also schon gepasst, da hätte jetzt keiner was gesagt, aber wenn dann zum Beispiel von Oliver Janich etwas gestrikt wurde oder gelöscht wurde oder so, ne? Und die Leute wussten das, dass ich da massiv attackiert werde und sowas, ne? Gerade auch unsere libertären Leute da, ne? Ähm, und, weißt du, ja, und da habe ich gemerkt, da kommt einfach nichts und dann bei Olli dann direkt, ja, es ist soweit, Oliver Janich Videos sind gelöscht oder sowas, ne? Und da habe ich halt schon gemerkt, äh, wenn, wenn dann ein Kanal, der nur 2000 Abonnenten hat oder so oder wo man jetzt nicht so viel da rausschlagen kann oder was oder da ist es dann anscheinend nicht so wichtig oder so, ne? Aber wenn dann bei Olli irgendwas ist oder so, dann ist das, und das war ja auch, das war ja auch wichtig, dafür einzustehen, ne? Es war ja auch scheiße, was da passiert ist bei Olli, aber ich habe das einfach gemerkt, dass, ähm, ja, du bist dann halt nicht so wichtig, ne? Das passt dann schon irgendwie, ne? Ja? Und das ist halt, für mich ist das, ähm, Opportunistentum und für mich ist das auch, äh, einfach mit zweierlei Maß messen oder so oder sich nur für diejenigen einsetzen, wo man dann vielleicht auch was davon hat oder so oder dann, dann ist das schlimm, ne? Und ich sage halt eben, dass egal, wen das trifft, wenn man 100 Abonnenten hätte oder so, ja, äh, dass es halt scheiße ist, ne? Und, äh, ich finde, was mir halt auch oft fallen ist, gerade auch unter den Libertären oder sowas, ne? Habe ich halt auch festgestellt, dass da doch der Zusammenhalt, also zumindest mal, was ich da so erlebt habe, was bei anderen vielleicht anders, äh, da echt nicht so da war oder so, ne? Wo es da wirklich dann hart auf hart kam oder sowas, ne? Äh, da, da wusste es halt dann schon Bescheid, ne? Also, dass, wenn diese Situation nicht gewesen wäre, ja? Dann hätte ich das nie rausgefunden, ja? Und so, hast du das dann halt rausgefunden, ne? Und ich muss sagen, als es zum Beispiel dann in schlimmen Situationen drin war, da gab es halt zum Beispiel irgendwann Leute, die, die einen supportet haben oder so, von denen man es gar nicht so erwartet hätte, ne? Oder wo man gar nicht damit gerechnet hätte oder sogar Leute, die auch selber dann wirklich richtig Angst hatten auch vielleicht oder so, ja? Äh, und sich trotzdem einen verteidigt haben, ne? Oder einem geholfen haben oder so, ne? Und die auch wirklich, und da habe ich wirklich, da hatte ich wirklich großen Respekt dafür und da bin ich auch immer noch sehr dankbar denjenigen, ne? Ähm, äh, ja, da siehst du halt schon so irgendwie das wahre Gesicht der Leute irgendwie, ne? Also gerade in solchen Situationen halt, ne? Ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass vielleicht in anderen Kreisen oder sowas, ne? Dass da vielleicht auch mehr Zusammenhalt ist oder sowas, ne? Ich glaube sogar unter den Linken oder sowas oder unter den Rechten, ja? Ich könnte mir vorstellen, dass da schon irgendwie, dass da mehr Zusammenhalt ist und ich, ich kann dir nur sagen, ne? Also ich kann nur sagen, dass, ähm, wenn ich mitbekommen hätte, ne? Dass irgendwelche Leute, und das sind ja keine Fremden gewesen, man kennt sich ja untereinander, ne? Das darf man nicht vergessen. Äh, wenn ich mitbekommen hätte, dass bestimmte Leute attackiert worden wären, ne? Äh, Ich wäre denen sofort, äh, ich hätte denen, glaube ich, sofort zur Seite gestanden. Also, ähm, dieser Zusammenhalt, also ich glaube in diesen politischen Bewegungen, allgemein gibt es wenig Zusammenhalt. Also wo ich den Zusammenhalt sehe, ist so in, ja, so religiösen Sachen zum Beispiel, irgendwelche, äh, türkischen Clans oder irgendwelche Alternativchristen, die dann gemeinsam eine Kirche finanzieren und so. Und die sich dann untereinander Kredite vergeben. Also da ist der Zusammenhalt viel größer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir uns einiges abgucken, glaube ich, von denen, ne? Gerade von, von Arabern oder sowas, ne? Definitiv. Ja. Naja, aber weißt du, es gibt so gewisse Sachen, und die waren dann halt auch enttäuschend, ja? Aber im Grunde genommen kannst du ja dankbar sein für eine Enttäuschung, ne? Weil die Täuschung dann halt, äh, weg ist, ne? Wurde es halt vorher getäuscht, bis es halt enttäuscht. Das ist ja eigentlich was Positives, ne? Und man ärgert sich ja eigentlich, glaube ich, in erster Linie, halt über sich selber, dass man bestimmte Sachen halt nicht, äh, nicht gesehen hat. Okay, wenn du so darauf hinaus willst, ähm, würdest du die rote oder die blaue Pille schlucken? Ich glaube, ich habe die, äh, die, die rote, glaube ich, schon geschluckt. Ja, aber das war ja unfreiwillig. Also, wenn du ganz genau wüsstest, gut, die rote zeigt mir jetzt nichts Gutes. Ja, ich würde wahrscheinlich, ich würde sie wahrscheinlich schlucken und hinterher würde ich mich wahrscheinlich ärgern. Denke ich mal. Ja. Ja, äh, äh, ja, das ist halt, ähm, auch, auch eine schwierige Frage, so. Ich glaube, ich, ja, ich glaube, wenn ich mein ganzes Leben dann im Paradies leben würde, also mein ganzes Leben nichts mehr mitbekommen würde, so, und es gäbe keinen Bürgerkrieg oder sonst was, dann hätte ich mich dann doch für die blaue Pille entschieden. Ja, ja, weißt du, weißt du, es ist halt so eine Sache, ne, es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne, äh, dafür, dass man halt die rote Pille geschluckt hat, oder vermeintlich die rote Pille, vielleicht haben wir die noch gar nicht geschluckt, ne, also, ich glaube, das ist eher alles in Wirklichkeit noch viel krasser, als wir überhaupt uns vorstellen können wahrscheinlich, ne. Was wir da mitbekommen haben, ich glaube, das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt, ne, aber vielleicht gibt es unsere Realität auch gar nicht so, wie wir das denken, ne, aber, äh, jedenfalls, ähm, ja, du bist jetzt nicht so der Anime-Fan, aber ich habe vor so zwei Wochen einen sehr guten gesehen, der heißt Perfect Blue, der ist so für Erwachsene, und, äh, da gibt es auch eine Real-Verfilmung, also, wenn man da danach sucht, dann findet man auch eine Ami-Produktion mit echten Menschen, und, äh, da geht es so darum, äh, da ist halt so eine Schauspielerin, und die hat eine Doppelgängerin, aber man weiß nicht, äh, ob sie selber die Doppelgängerin ist, oder ob, ob die Doppelgängerin eine zweite Person ist, und, um ihr passieren halt ganz viele Morde und so. Ich kann mir noch was. Bitte? Du, du, das rauscht gerade wieder so, musst du ein bisschen aufpassen mit dem Kabel. Oh, Entschuldigung. Ja, um ihr passieren viele Morde, und, ähm, sie ist ja eine Schauspielerin, und man weiß nie wirklich, ob sie jetzt gerade träumt, oder ob sie gerade schauspielert, oder ob es gerade eine reale Situation ist. Und immer wieder wird man aus dieser Situation so, äh, herausgerissen, und dann zeigt es, ach, die war gerade nur bei den Dreharbeiten. es hat mit dieser eigentlichen Geschichte jetzt gerade wenig zu tun. Und, ja. Erst am Schluss löst es sich auf, so wie, wie jetzt diese Geschichte verlaufen ist. Also, der klingt eigentlich lustig. Wie hast du denn nochmal genau auf Blue, was? Perfect Blue. Perfect Blue, okay. Ja. Also, du weißt halt nie, was wirklich passiert. Und, gut, der Film ist jetzt nicht, also, keine Zehn-Sterne-Bewertung, aber, äh, er hat schon vieles vorgemacht, was, äh, Filme danach übernommen haben. Also, er hat viele neue Ansätze so geschaffen. Kann ich es empfehlen. Ja, kann man sich vielleicht mal angucken, tatsächlich. Ja, ich schaue nicht dieses, äh, keine Ahnung, Kinder-Animes. Das sind meistens so, alte Filme, die ich schaue. Also, ich mag sehr gerne, so 80er-Jahre-Filme und so. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe dich jetzt gerade rausgebracht. Also, da ging es ja so, ich habe Realität. Realität und, äh, Wahrnehmung. Das ist auch ein sehr spannendes. Ja, wie gesagt, wir, wir wissen es, wir wissen es ja tatsächlich nicht. Vielleicht ist doch das Leben nur ein Traum oder so, ne? Wir können es ja, wir können es ja echt nicht wissen. Also, ich glaube, ich glaube, wir denken, Leute denken immer, sie werden aufgewacht oder so, oder in Wirklichkeit sind wir wahrscheinlich alle noch, äh, meilenweit davon entfernt, ne? Ja, vielleicht bist du die einzige real existierende Person und alle um dich herum sind quasi nur so NPCs. Das könnte man sogar, in gewisser Weise so sagen, ne? Ja. Kann alles sein. Weiß man nicht, ne? Also, ja. Ich würde gerne mal noch irgendwie der Sendung hier so ein bisschen, die war heute nicht so sehr klein, wobei das schon interessant war, über das wir gesprochen haben, aber das war halt, was wirklich neu war, das war hier mit diesen Leistungen beantragen, ne? Wo ich mir tatsächlich nicht bis ins Detail Gedanken drüber gemacht hatte, ne? Ähm, aber das ist halt so irgendwie, das kennt ja irgendwie schon jeder, ne? Und ich würde mal gerne noch der Sendung irgendwie noch so ein, so ein, keine Ahnung, das Ganze nochmal so ein bisschen pushen, dass da jetzt irgendwie auch nochmal was kommt, weil es dümpelt so ein bisschen vor sich hin, was vorhin auf jeden Fall ganz gut war, das war, dass es so ein ganz, ganz bisschen hitziger wurde, das war zumindest unterhaltsam, aber, ähm, das ist irgendwie, wie gesagt, das dümpelt so vor sich dahin, ne? Das ist eigentlich, bisher ist das eine der, der schwächsten Sendungen überhaupt, ne? Muss ich sagen, ne? Und ich würde da gerne nochmal ein bisschen, manchmal kam das so, dass dann da doch noch so die Wende kam oder so, ne? Aber, äh, das ist echt, heute hier, Der Mauerfall. Was? Der Mauerfall. Der Mauerfall. Ja, genau. Ja. Äh, ja, irgendwie, ich habe auch eigentlich gedacht, dass man da, dass einem da auch mehr einfallen würde dazu, ne? Zu dem Geist im Gefängnis oder so, ne? Weil es auch sehr viele Beispiele gibt, ja nicht nur der Libertarismus oder der ganze Kram da, was wir da gesagt haben, und Wahlen oder sowas, ne? Ähm, ja, das wäre aber auch interessant, wenn wir noch ein paar Leute hätten oder so, die dann irgendwie noch ein bisschen so von ihren Erlebnissen berichten oder so. Aber geht dir das nicht auch so? Denkst du dir nicht auch manchmal, dass, ich ärgere mich da manchmal richtig drüber, ne? Über die Dummeheit der anderen. Dass ich mir echt denke, boah, ich könnte da echt rauskommen. Weißt du so? Ja, denke ich mir auch, aber ich habe ja auch nicht die Wahrheit für mich gepachtet. Ja. Also vielleicht liege ich ja auch im Unrecht. Also, ich denke mir schon manchmal, ja, wie kann man nur so blöd sein? Aber vielleicht bin ich ja der Blöde. Ja, das ist schon gut, also das kann schon sein, ja, also das sollte man auf jeden Fall immer in Erwägung ziehen, halt, ne? Dass es halt so sein könnte, halt, ne? Nur, ich weiß nicht, also, vielleicht leistet ja die CSU die beste Arbeit, die man sich so vorstellen kann und wir wissen es nicht. Ja, ja, wahrscheinlich. Oder es ist ja alles richtig gemacht. Ja, oder es ist ja alles komplett tutti oder sowas und wir haben uns da echt nur reingesteigert und in Wirklichkeit wird alles gut. Vielleicht wird sogar wirklich alles gut übrigens. Ja, es gibt ja gar nicht die Machtelite oder irgendeine Verschwörung, sondern, äh, die AfD ist halt das Problem. Der Mensch hat. Ich glaube übrigens wirklich, dass die AfD ein Problem ist, ne? Aber das ist einfach nur, weil sie ja eine Partei ist, nicht weil sie AfD ist, aber. Ja, aber du weißt nicht, an was ich hinaus wollte. Ja, schon klar, schon klar. Äh, ich finde auch, mh, das schreibt hier, kommt auf den an. Der ADE-Stück, ja, ich habe mir das auch schon überlegt, also, aber der ist halt auch, ich weiß nicht, ob der da reinkommt, würde oder so. Ich habe aber das Gefühl, dass er da auf manchen, vielen Ebenen halt auch nicht so, irgendwie, oder da vielleicht blind ist oder was. Ich finde, er tut auch immer hier die Türkei so in den Himmel loben. Also, ich glaube wirklich, dass es den Leuten in der Türkei wesentlich besser geht als uns, glaube ich. Ja? Im Ernst. Also, zumindest mal, das ist ja eh total krass, ne? Das heißt, meine Deutschen, denen geht es ja so gut und bla bla, ich glaube, wir sind EU-weit diejenigen, die am wenigsten Eigentum haben, also Häuser oder sowas, oder jetzt mal auch auf die normalen Leute bezogen, nicht die superreichen. das ist halt, aber das ist auch ein geistiges Gefängnis, dass man immer einredet, dir geht es doch so gut oder so und du denkst das dann wirklich und der Diamant präsentiert mir irgendwas. Es gibt natürlich immer Leute, was auch schlechter geht. Und, ähm, ja, aber, ja, in Wirklichkeit geht es dir eigentlich schon voll scheiße und du kriegst das halt nur nicht mit, ne? Also, das ist übrigens auch sowas, da habe ich mir auch überlegt, mal eine Sendung drüber zu machen. Man könnte das aber auch hier mit einbauen und zwar sind das so die, die eigenen Standards, ja? Was hat man so für eigene Standards oder sowas? und es gibt halt schon einige Menschen, die haben sehr, sehr niedrige eigene Standards und, oder die denken, das wäre auch okay, dass sie so behandelt werden oder sowas, ne? Und, ähm, und dadurch lassen sie dann auch vieles zu, ne? Was sie vielleicht, wenn sie ein gesundes Selbstvertrauen hätten oder sowas oder wenn man denen das nicht so eingetrichtert hätte, ähm, nicht zulassen würden, ne? Das ist ganz wichtig und ich glaube, gerade in Deutschland ist natürlich der Schuldkult sehr wichtig, ne? Auschwitz und, äh, solche Geschichten eben, ja. Ähm, Weltkrieg und, und, und. Ich glaube, gut, immer mehr Leute haben da keinen Bock mehr drauf, aber trotzdem viele, gerade Ältere oder so, die kannst du noch richtig gut damit, äh, kriegen halt, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Also wenn, wenn du immer denkst, du bist schuldig oder sowas, ne? Oder du bist ganz schlimm oder so und dann wirst du wahrscheinlich viel mehr ertragen oder mit dir machen lassen, weil du, weil du hast es ja verdient, so behandelt zu werden, als wenn einem klar ist, nein, der Selbstwert ist bei 100% und, äh, es gibt gar keinen Anlass dafür, ne? Sich so behandeln zu lassen, ne? Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das letztens, ich hatte letztens ein interessantes Gespräch, ne? Mit jemandem und das ist mir erst im Nachhinein, ist mir jetzt was aufgefallen, ne? Äh, dass auch ich, wie es aussieht, doch in gewissen Punkten sehr niedrige Standards habe, weil mir ist nämlich mal aufgefallen, dass das für mich mehr oder weniger schon was Normales ist, auch gerade durch diese ganze Hangout-Szene oder was, auch durch Behauptungen und so, dass es fast schon was Normales für mich ist, wenn, wenn Leute mich irgendwie als Lügner bezeichnen oder so oder wenn sie mir ständig Vorsatz unterstellen, ne? Und das ist mir jetzt mal im Nachhinein aufgefallen, dass das eigentlich eigentlich eine bodenlose Frechheit ist und eigentlich, ähm, dass, dass das eigentlich auch die, die Gesprächsgrundlage auch entzieht, so etwas, ne? Also, oder, oder zumindest, dass es eigentlich so sein sollte, ne? Also, oder wie siehst du das? Ja, ich sehe das so, dass es Teil deren geistigen Gefängnis ist, dass die halt alles als, äh, Verschwörung wahrnehmen. Nee, nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt konkret in Gesprächen oder sowas, ne? Pass auf, ähm, da ist jetzt irgendwas, ja? Und irgendwas hast du jetzt gemacht, ja? Und das war vielleicht irgendwie versehen, du wusstest irgendwas nicht oder, oder was auch immer, ja? Äh, und ich unterstelle dir jetzt Vorsatz. Ich sage, das hast du absichtlich gemacht, ja? Und du sagst, äh, nö, nee, nee, da liegst du schon falsch und doch, ich beharre einfach darauf und ich, dann, dann bist du ja quasi ein Lügner, ne? Weil ich ja sage, dass du vorsätzlich mich täuschen willst, ne? Und insofern du das dann auch wirklich bist, dann kann man ja sagen, okay, ne? Aber insofern du das nicht bist oder sowas und jemand dich einfach so bezeichnet und das natürlich folglich auch nicht beweisen kann, weil das nicht stimmt, dann, dann sind das ja eigentlich schon niedrige Standards, denn, wenn das dann für dich okay ist, was soll ich machen? Äh, mir ist mal was eigentlich passiert, äh, da hat irgendwas, jemand was im Chat geschrieben, äh, dann ist eine Zeit vergangen und ich hab, äh, da mal im Chat geschrieben, ja, du hast dann und dann mal gesagt, dass du, also, oh Gott, ich bin deutsch wieder, also er hat was im Chat geschrieben und ich hab das dann später wiederholt, was er geschrieben hat und dann hab ich irgendwie noch geschrieben, jetzt zitiere ich dich mal oder so, ja, leider halt ohne Quellangabe oder so und dann hat er halt geschrieben, nein, das hab ich nicht gesagt oder warum gibst du mir das vor und dann gab es halt irgendwas nachher, man versteht dich wirklich kaum. Oh Gott, Ist er da? Ja, vielleicht kriegt der Ja, sondern ist ja noch hin. Also ich hab ja in Chat geschrieben, dass ich gleich zurück bin, also im internen Chat. Ja, okay, okay. Äh, ja, ich muss was mit dem Mikro schauen, also ich besuche mir mal ein anderes, das ist zwei Neues, aber. Jetzt verstehe ich mich übrigens wieder gut, ne? Ja, das hat irgendwie so einen Wackelkontakt, also ich hab so ein Headset mit so einem abnehmbaren Mikrofon, ich müsste eigentlich nur ein neues Mikro bestellen, aber ich weiß nicht, wo ich sowas bestellen kann, also so ein Headset-Mikrofon. Ich weiß es gerade irgendwie auch nicht so ganz, aber muss mal gucken. Du wolltest was erzählen, jetzt bin ich da, jetzt haben wir das ja nicht so wirklich mitbekommen, erzähl das nochmal. Also, ähm, irgendjemand hat was im Chat geschrieben, und dann hab ich irgendwann mal wieder darauf Bezug genommen und dann hab ich so in der Art geschrieben, ja, jetzt zitiere ich dich mal und hab das dann wiederholt. Und dieser meinte dann, dass er das gar nicht geschrieben hätte und dann gab's einen Streit, weil ich hab darauf beharrt, dass er es geschrieben hat und er hat darauf beharrt, dass er es nicht geschrieben hat. Nein, was ist jetzt wirklich passiert? Ja, das wussten wir dann am Schluss nicht, aber wir haben uns dann trotzdem irgendwie geeinigt. Okay. Das kann ja auch mal passieren, also. Wobei natürlich die Wahrheit nicht wandelt. Entweder hat es geschrieben oder nicht, ne, was? Ja, ich hätte das Zitat mit einer Quelle angeben müssen, das wäre besser gewesen. Das ist natürlich ein Spiel. Sam Jones im Chat, da hast du Bock in die Sendung zu kommen. Ähm, jedenfalls, äh, also ich persönlich, ne, ich persönlich, mir ist halt immer klar, wie oft irgendwelche Irrtümer entstehen können oder Missverständnisse oder sowas, ne, und das meistens ja eigentlich die Leute, äh, in gutem Glauben handeln und mit bestem Wissen und Gewissen, ja, und, äh, deswegen bin ich, ich bin, äh, wenn er sehr vorsichtig, äh, Leuten Vorsätze unterstellen oder sowas, ne, also, da muss ich mir schon ziemlich sicher sein, das muss schon ziemlich klar sein, aufgrund der Situation, dass es halt ein Vorsatz ist oder sowas, ähm, aber ich merke, da sind andere Leute, die sind da viel, viel schneller dabei, ne, da wird, mein Prinzip wäre, wenn es den Gramm einpasst, wird vom Vorsatz ausgegangen, ne, du hast es vorsätzlich gemacht, du, du bist ein Dübner, du hast vielleicht mal eine Aussage getätigt, die stimmt jetzt vielleicht doch irgendwie nicht, weil du dich geirrt hast oder sowas, ne, du dachtest, es würde stimmen, aber sie stimmt nicht, beispielsweise, und dann bist du gleich ein Dübner, das wird direkt vom Vorsatz ausgegangen, ne, also der, die Möglichkeit eines Irrtums wird gar nicht in Erwägung gezogen, oder es wird auch gar nicht so ein großer Unterschied gemacht zwischen Irrtum und Lüge, ne, alles ist Lüge, und das ist mir häufiger schon mal aufgefallen, ne, dass, dass manche Leute das machen, aber wenn es sie dann auf einmal betrifft, wenn sie sich dann auf einmal gehört haben, dann kennen sie plötzlich den Unterschied wieder, ne, zwischen Irrtum und Lüge, dann heißt es ja, es war ja nur ein Irrtum, ne, äh, ich weiß aber gar nicht mehr, worauf ich da jetzt hinaus wollte, was schreibt der Sim Jones, ich komme gerade auf eine andere Feier, ich glaube, mein Zustand ist nicht gerade für den Herr O geeignet, ja, okay, äh, Ich glaube, wenn ich die Weinflasche aufmache und du vielleicht das Bier, dann könnte daraus noch was werden. Ja, ich habe sogar, du glaubst gar nicht, was ich alles an Alkohol daheim habe, ja, aber ich trinke das eigentlich nie, und bei mir ist sogar schon Bier abgelaufen, das ist wirklich kein Scherz, ne, also, äh, Bier trinke ich auch nicht, überhaupt nicht, also ich trinke überhaupt kein Bier, schmeckt mir nicht. Was trinkst du denn für Sachen? Erzähl mal, ein bisschen reden jetzt mal über Alkohol. Ah, okay. Wichtig. Nimm in dem. Ja, Wein habe ich schon gesagt, dann Met, an, äh, so Feuerzangenwohle, also da gibt es ja dieses Krambamboli-Lied, da, dieses studentische, das haben wir mal nachgemacht, äh, ja, und dann diverse Cocktails, aber, ja, magst du denn Tequila? Ich weiß nicht. Kein Mensch mag Tequila. Ja, nicht so, ja. Also, zur Not trinke ich auch Tequila, aber ich trinke nicht viel, ich habe, so, mal ein Glas Wein, das kommt schon ein bisschen häufiger vor, aber, nicht jeden Abend. Ich hatte mal ein super interessantes Gespräch mit Asgard Sonne über Alkohol. Da hätte ich eigentlich meinen Ausschnitt machen können und das hätte ich dann einfach genannt Alkohol. Das war übrigens noch meine Lieblingsfolge oder eine meiner Lieblingsfolgen von The Walking Dead. Es gab mal eine Folge, da war irgendwie Daryl mit dieser Blonten da, weißt du nicht mehr, wie die hieß, ja, irgendwie unterwegs und sie meinte, ich brauche was zu trinken. Dann ergibt ihr halt die ganze Mal Wasserflasche und dann, nein, nicht so etwas, Alkohol. Die Folge nennt sich Alkohol und sie suchen da irgendwas und unterhalten sich ja später noch und die Folge, die war total cool. Und dann am Schluss kommt sogar noch voll der, voll der coole Soundtrack. Ich mochte die Folge irgendwie. Vielleicht mache ich ja mal eine Folge, die Alkohol heißt, wo jeder irgendwelche Dinge erzählt oder so. Das wäre doch mal was. Verschreibt der Udo Mbara, es kommen doch auch immer neue Leute dazu, der Netflix-Talk. Ja, aber momentan ist es wirklich so ein bisschen tote Hose. Ich wollte ja auch mal wieder jetzt hier ein bisschen was machen und so, aber das zieht mich jetzt doch wieder so ein bisschen runter, dass wir jetzt so wenig Zuschauer haben und dass hier so wenig abgeht und so. Das ist also, das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen, rumzuschreien. Irgendwie Herrschaftsgeseien oder so. Ja, also, also das Niveau muss jetzt mal runtergehen. Ja, Son, ich habe dich nicht als faschist bezeichnet. Ich habe dich als Erdkugelfaschist bezeichnet. Oh Gott. Ja, irgendwie, so künstlich schreien kann ich nicht, aber du musst mich mal miterleben, wenn ich so, keine Ahnung, mit meiner Mutter mal streite. Das ist echt zum Lachen manchmal. Es ist nur, weil ihr hier alle nur blöd rumlabert. Boah, ich kann das gar nicht. Ich wäre so ein schlechter Schauspieler. Scheiße. Ja, ich finde es immer so lustig, wenn einer immer die guten Argumente hat und einer total ausrastet und dieses Verhältnis. Auch so im alten Rom haben ja die Gladiatoren immer so, die hatten nicht dieselben Waffen, sondern einer hatte die eher schlechteren Waffen und einer hatte die guten Waffen. Toll. Also ich mag so ein Ungleichgewicht. Bist du denn so für einen Underdog oder was? Ja, nee, ich finde in so einem Zweikampf ist so ein Ungleichgewicht mal ein bisschen so spannend. Was schreibt das Sam Jones? Du, man muss ja nicht unbedingt berauschen in HO gehen. Das ist nicht gerade förderlich. Doch, ich glaube, heute wäre es förderlich. Ich glaube, heute bringt das hier tatsächlich ein bisschen Schwung rein. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach mal besorfen. Vielleicht wird dann alles besser. Aber nee, ich mache das nicht. Also ich muss immer noch irgendwie die Kontrolle haben. Also ich würde, glaube ich, nicht betrunken, es sei denn es hier Silvester oder so, aber ich würde, glaube ich, nicht betrunken in einen HO gehen oder sowas. Das ist immer... Ja, bei dir, du hast ja keine große Gefahr, weil du bist ja nur unter deinen Let's Play Namen bekannt. Aber wenn ich hier ausrasse, dann kriegt das vielleicht meinen Arbeitgeber zu sehen. Oder so. Gott, die wissen bestimmt alle, dass ich Let's Play bin, aber die sagen das nur nicht. Wirklichkeit kennt alle Kanale, die Sendung. Oh Gott, zerreiß dich voll darüber. Was? Free, free, mein lieber Sam Jones. Oh Leute, warum ist das heute so so eine schwache Sendung? Eigentlich ist das voll das coole Thema. Wenn da noch ein paar Leute drin wären oder so, dann wird da echt hier mal was abgehen. Und jetzt gerade, wo man mal wieder so ein bisschen in Schmung kommen will mit den Sendungen, gerade jetzt geht gar nichts ab. Das ist voll scheiße. Es ist ja voll die Abwehrspirale. Ja, das ist ja und weil nichts abgehen wird. Du musst jetzt wieder so ein Gefecht, ja, du brauchst wieder so ein Gefecht wie irgendwie gegen den Knacki oder keine Ahnung, gegen wen kann man denn wettern? Es ist ja keiner mehr da. Es sind alle weg. Knacki ist auch weg. Wobei, wobei ich ja sagen muss, der Knacki oder sowas, das war ja eher so eine Geschichte, dass er da immer mit Toni da was hatte. Also mit mir, interessanterweise, mit mir hat er das eigentlich, er hat mich auch ab und zu mal erwähnt da, aber mit mir hat er das eigentlich eher weniger. Und ich habe sogar immer Abonnenten dazu gekriegt, wenn der Knacki mich erwähnt hat. Das war sogar immer noch Promo gewesen. Aber mich hat er relativ wenig erwähnt. Aber es gab ja so eine Zeit, wo dann nur noch Videos von Knacki eine Zeit lang Toni Mahoni, Toni Mahoni, Toni Mahoni, Toni Mahoni, nur noch Toni Videos. Aber auch die Zeit, ich meine, heute lacht man vielleicht darüber oder so, dass da was los ist, war trotzdem nicht schön. Also wenn man da drinsteckt in der Situation oder so, ja, dann ist das, wobei man sagen muss, das war echt eine Zeit, da ging es nicht gegen mich. Da ging es tatsächlich nicht gegen mich. Das war eine Zeit, da war ich noch gar nicht so unbeliebt. Also eigentlich sind die eigentlich alle nur gegen Toni gegangen. Jabba, Knacki, alle gegen mich eigentlich nicht. Das waren noch andere Zeiten. Interessanterweise, aber ich habe damals schon vorausgesagt, dass sich das auch drehen wird und dass man sich den Nächsten suchen wird. was halt dann so gekommen ist und ich habe auch damals auch immer Toni nach allen Kräften, mit Eingriffen verteidigt. Aber auf jeden Fall, aber ich weiß noch, wo ich Schluss gemacht hatte mit Free for All, mit der Folge 55 da und so und da habe ich mich dann noch voll bedankt bei den Zuschauern und so und habe gesagt, ihr seid irgendwie toll oder so oder irgendwie, ja, das war irgendwie dann so ein schöner Abschluss. Und ja, und da war ich auch noch gar nicht unbeliebt, glaube ich. Da war ich noch gar nicht so verhasst. Ja, ja, jetzt ist ein neues Thema eingefallen zum geistigen Gefängnis. Das passt jetzt super, weil ich das momentan sehr weit miterlebe bei diesen patriotischen Discord-Servern oft. Was ist denn eigentlich ein patriotischer Discord-Server? Ja, sowas wie RG oder Friedrichsordern, also diese ganzen Gruppierungen. Okay. Das sind ja so Discord-Server, die quasi patriotische Aktionen und Planen auf diesen Discord-Servern. Ja, ist ja wurscht. Aber da erlebt man ja sehr häufig mit, dass dann irgendjemand, irgendein Narzisst an der Spitze steht und von lauter Ja-Sagern umgeben ist. Ja. Das ist ja auch eine Art geistiges Gefängnis dann. Also wenn man alle seine Taten so bestätigt bekommt. Ja, das kann auch sehr ins Auge gehen, weil du hast dann nur noch Ja-Sager vielleicht um dich herum und du triffst vielleicht Fehlentscheidungen, aber die werden dich nicht darauf aufmerksam machen und es kann tatsächlich dann problematisch werden. Aber du hast recht, das ist auch so eine Art. Deswegen, ich habe immer viel Wert darauf gelegt, mir solche Leute nicht daran zu züchten. Ja. Ich wollte das nicht. Ich will keine Ja-Sager um mich herum. Also das ist irgendwie, du kannst die Leute sowieso vergessen. Das sind ja in der Regel sind das ja eigentlich Opportunisten halt. Aber soll ich dir was verraten? Nein-Sager mag ich auch nicht. Ich mag Leute, die Ja-Sagen, aber kritisch denken können. Das ist für mich die totale Bestätigung fürs Ego. Ja, natürlich. Aber weißt du, klar will man ja auch in seinen Ansichten bestätigt werden oder sowas. Aber es ist mir schon lieber, auch wenn es dann schmerzlich ist, wenn ich da irgendwie falsch liege oder sowas, und man es dann auch logisch widerlegen kann oder so, wenn ich dann noch nicht bestätigt werde. Es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, man muss ja jetzt hier nicht komplett bloßgestellt werden dann in der Öffentlichkeit oder sowas. Aber ich bin schon dann froh, wenn, es sei denn, wenn ich öffentlich über irgendwelche Leute Quatsch erzählen würde, was überhaupt gar nicht stimmt und dann auch vielleicht noch mit einer zerstörerischen Absicht oder sowas, dann wäre das auch okay, wenn die Leute sich öffentlich verteidigen, finde ich. Auch wenn sie mich dann da, gut, es gibt bestimmte Grenzen oder sowas. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht einfach Privatsachen veröffentlichen von jemandem oder so, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ja, worauf holen wir jetzt eigentlich noch? Ach so, mit den, ja, dass du sagst, sie stehen da irgendwie in der Spitze, aber das haben ja solche Leute so an sich, dass sie in der Spitze stehen, ne? Und viele, viele verstehen das auch gar nicht. Nee, nee, ich habe von geistigem Gefängnis geredet. Aber du hast ja jetzt das Beispiel gesagt, dass da Narzissten in der Spitze stehen. Ja, ja, genau. Genau. Und viele, und das ist ja auch so eine Art geistiges Gefängnis, dass die das gar nicht verstehen, also die wissen gar nicht, was ist überhaupt ein Narzisst oder wie erkennt man das oder wie erkennt man toxische Elemente oder so, ne? Und die da einfach blind hinterher folgen oder so, bis in den Untergang vielleicht sogar, ne? Und das, ich habe mal ein interessantes Video klar, das ist leider gestrikt worden, das hier mit Jim Carrey, hier mit wer nett redet, ist auch nett und wer ausrastet, ist ein Psychopath oder sowas, ne? Ähm, weil der ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? Hier der Jim Carrey in diesem Film als Cable Guy, ne? Für eine sehr manipulative Persönlichkeit und, ne? Wie er dann andere triggert und so und Zeug. Ähm, ja und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, weißt du, weil viele, die fallen ja immer wieder auf die Schnauze, ne? Sei es jetzt im Internet oder auch im Real Life, ähm, weil sie immer wieder auf die falschen Leute hereinfallen, ne? Weil sie in dem geistigen Gefängnis leben, alles ist tutti und wer nett redet, ist nett und bla bla und, äh, jeder Mensch hat ein Gewissen und weißt du, was ich meine? Ja, das Mikro war so. Hast du das damit gemeint, mit geistigen Gefängnissen oder wie meintest du das? Ja, ich meinte, dass die quasi, ähm, ja, als Autoritätspersonen quasi immer eine Entscheidungsmöglichkeit haben, aber, äh, keiner ist da, um die zu kritisieren, also können die auch auf die Schnauze fahren. Ja. Und, äh, ganz viele laufen hinterher und fallen dann auch auf die Schnauze. Ja. Ja, das stimmt. Also du meinst jetzt quasi als geistiges Gefängnis für den Narzissen oder was? Ja, genau. Ja. Also wenn man nur Ja-Sag um sich herum hat, dann ist es ja auch ein geistiges Gefängnis, weil man ist ja in seiner Gedankenwelt dann gefangen. Ja. Ja, das ist, ähm, ja, das ist auch, das ist auch so eine Sache halt, ne? Ich hab das vorhin, glaub ich, am Anfang der Sendung angesprochen, ne? Ähm, wo ich dann ein paar Beispiele genannt hatte oder sowas, ne? Und ich glaube ja, ja auch, ja guck mal, zum Beispiel als Narzisst oder sowas, hast du ja eigentlich kein gesundes Selbstvertrauen oder sowas, ne? Deswegen hast du ja, ich halte auch nicht davon, von diesen Begriffen, es gäbe gesunden Narzissmus oder sowas, ne? Äh, da streiten sich auch die Psychologen teilweise, aber ich, äh, sehe das so, äh, äh, für mich gibt es keinen gesunden Narzissmus. Es gibt vielleicht narzissische Tendenzen oder sowas, dann bist du aber nicht gleich Narzisst, aber, ähm, gesunden Narzissmus, äh, weil Narzissmus ja immer nur aus diesem Mangel heraus erwächst und weil du halt selber unzufrieden bist mit dir ähm, oder denkst, du wärst nicht so viel wert oder du wärst nicht gut genug, wobei das natürlich nicht stimmt, ja, der Selbstwert ist eigentlich bei 100%, aber, und dann erschafft man ja quasi hier diese narzisstische Persönlichkeit und das innere Kind, ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff bekannt ist, äh, ich überlege mir, äh, Christian Hemmschelmeier mal hier einzuladen, der erzählt da viel drüber, ähm, und der Narzisst hat quasi sein inneres Kind, äh, quasi ins Gefängnis gesperrt oder, oder eingemauert oder so, ne, oder unterdrückt das, als wäre es gar nicht mehr da, ne, das ist dann quasi auch nochmal ein geistiges Gefängnis, aber weil er ja auch selber das geistige Kind ist, ist es ja auch für ihn dann selber, das ist jetzt schwierig zu erklären, ein geistiges Gefängnis halt, ne, ähm, und übrigens, ne, auch die Menschen, ja, du hast ja dann zum Beispiel hier den, den, den Minuspol und den Pluspol, sagen wir jetzt mal, von mir ist jetzt hier der Narzisst oder sowas, ist dann halt von mir aus der Minuspol, und der, der Co-Abhängige ist halt dann der, der Pluspol oder sowas, ne, ist wie irgendwie so ein, so ein leerer Eimer und der andere fühlt den oder was weiß ich, ne, und, ähm, der ist auch zum Teil im geistigen Gefängnis drin, weil, weil der, kann ja sein, dass der immer rumjammert oder vielleicht erkennt der sogar, ah, mein Partner ist narzisstisch oder so, ne, oder ist jetzt hier irgendwie, ähm, ja, also das kann schon sein, ne, dass jemand das sogar erkennt, ne, aber erkennt nicht seine Co-Abhängigkeit und erkennt nicht, wie er halt dazu beiträgt, dass das immer wieder passiert, dass er sich halt immer wieder solche sucht oder die Partnerin in dem Fall jetzt, ne, also, ist auch egal, ne, jedenfalls, ähm, äh, also wenn ich Partner sage, dann meine ich beides damit, ne, ich muss hier nicht immer wie liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder was, ne, aber da weiß schon jeder, was gemeint ist, aber, äh, jedenfalls, ja, und das ist auch so ein Ding, ne, dass dann halt, äh, ja, dass die dann zwar rumjammern oder so, aber die erkennen nicht, inwiefern sie selber dazu beitragen, indem sie sich immer wieder so jemand suchen und indem sie das auch zulassen, so behandelt zu werden halt oder so, ne, das ist, äh, das ist auch ganz wichtig, ich kenne das, ich kenne Leute, die sind in diesem geistigen Gefängnis drin, ne, ich kenne da zum Beispiel so eine, die hat mich immer voll gejammert da mit ihrem Freund oder sowas, ne, oder wie sie so scheiß behandelt wird, sie hätte jederzeit sich aus der Situation rausziehen können, und ich habe ihr immer versucht, das zu erklären, aber sie kapiert das eh nicht oder will das nicht kapieren oder, ist auch egal, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr draus, solche Leute sind richtige Energiewampire, ne, ähm, jedenfalls, ja, das ist halt einfach, das ist halt einfach wichtig, glaube ich, diese Sachen zu erkennen, weil sonst, sonst ist es, glaube ich, wirklich so eine Art geistiges Gefängnis und dann kommst du auch nicht weiter oder sowas, ne, also, äh, tja, das ist auch wie, das ist, ich finde, das ist generell mit dem, glaube, blinden Glauben an Autoritäten oder sowas, ne, immer darauf zu warten, dass die anderen die Probleme für einen lösen oder sowas, ne, seien es jetzt Politiker oder Ärzte oder wer auch immer, ähm, oder das einfach immer so in die, einfach immer abzutreten alles, ist, weil das ja viel einfacher ist, ne, ist halt halt auch so eine Art und, äh, wir hatten letztens einen interessanten Punkt, ich glaube, da ging es irgendwie um, äh, zum Beispiel um Rheumatoide, Arthritis oder sowas oder was Leute für Zivilisationskrankheiten haben, äh, ich habe da letztens irgendwas erzählt in der Geschichte, dass ich halt eine kenne und ihr Vater ist irgendwie krank und dann muss sie in Überstunden machen, die Medikamente noch bezahlt werden können und blablabla und, ja, der könnte sich auch zum Beispiel ganz anders ernähren oder sowas, ne, oder auch, oder auch, äh, kardiovaskuläre Erkrankungen oder was hier, mit, mit erhöhtem Cholesterinspiegel oder was da, ne, oder wenn, wenn das wirklich die Ursache ist, aber es deutet sehr vieles darauf hin, und dann sind die Leute auch in so einem geistigen Gefängnis drin oder die können da nicht, kannst du es denen nicht, selbst wenn du da Hinweise gibst oder sowas, ne, dass durch eine Ernährungsumstellung sich das ändern könnte oder so, die sind in einem geistigen Gefängnis drin, die haben das, verstehst du, was ich meine, also die, die machen sich nicht selber Gedanken, ja, ich glaube, das ist, ähm, ja, einfach, einfach auch nicht über den, über den, Tellerrand hinausschauen zu können oder halt eben einen sehr, sehr eingeschränkten Horizont zu haben, sehr, sehr engstörnig zu sein oder so, ne, das ist für mich auch so eine Art geistiges Gefängnis halt, ne, also du kommst da nicht raus, das ist nicht abgesperrt, du könntest jederzeit daraus, du könntest ein, ein geiles Leben führen oder sowas, ne, aber, äh, es geht nicht, ja, und das sind so Sachen, ich, ich gucke auch immer, dass ich mich, äh, zunehmend auch immer von solchen Leuten auch fernhalte oder sowas, gerade was mein privates Umfeld angeht, weil, weil das dich voll runterzieht, ne, also da, da wäre es wirklich besser, irgendwie psychopathisch zu sein oder so, weil dann wäre es einem ja egal, aber, äh, in dem Fall zieht es sich halt runter oder sowas, weil du immer denkst, scheiße, das müsste doch eigentlich alles nicht sein, ne, und, ja, aber du kannst es eh nicht ändern, ne, und, äh, ich kann das dann nicht ertragen, ne, da kann jemand noch so nett sein oder sympathisch oder sowas, aber wenn ich quasi mir die ganze Zeit mit angucken muss, wenn ich Kontakt zu demjenigen habe, wie der sein Leben ruiniert oder wie andere Leute, mit denen ich da ständig zu tun habe, die mit ihm zu tun haben, ihr Leben ruinieren oder sowas, dann, dann zieht mich das komplett runter und dann, dann, äh, kann ich da irgendwie, dann ist der, der Nachteil viel größer als der Vorteil, ja, also, ich weiß nicht, ob du mir jetzt folgen konntest, also, ja, ich konnte dir folgen, ja, genau, äh, ja, ich erlebe das wirklich andauernd, also, äh, mir fällt es auch zunehmend schwerer, äh, zu Menschen wirklich, richtig tiefgehende Kontakte oder sowas aufzubauen, ich kann das jetzt nicht mehr beschreiben, aber, ähm, ich muss sagen, also, die meisten Leute, die ich kennenlerne, ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal echt das Gefühl, dass, die meisten Leute, die ich kennenlerne, die sind irgendwie total dämlich oder so, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie keinen hohen IQ hätten oder so, ne, oder dass sie nicht irgendwie auch ihre Fachtätigkeit toll ausführen würden oder sowas, ne, oder einen tollen Bildungsabschluss hätten oder so, ne, davon rede ich nicht, aber du merkst halt einfach so, weißt du, du kriegst ja mit, ob jemand aufgeschlossen ist oder nicht, ne, und, ja, du, ähm, ich habe selbst unter meinen Freundinnen Leute, die ich, ähm, nicht zu 100% perfekt finde, aber, ich habe dann niemanden, die man erwartet, einfach runterzustellen, und, äh, nicht jeder ist halt nach meinen Vorstellungen, also, ja, ja, manchmal muss man auch bisher ein paar Kompromisse eingehen und ich sage mal, wenn ich einen liebe, also, wenn ich eine Frau liebe, dann akzeptiere ich ja auch ihre Schwächen, weil dann, dann spielen die Schwächen halt keine Rolle mehr, so. Das kommt, das kommt drauf an, was das für Schwächen sind und welche eigenen Standards man hat, ne, da muss man halt selber gucken. Man muss die Schwäche nicht gut finden, aber, ich sage mal, die Zuneigung, die ist halt stärker. Naja, also, ich habe das schon festgestellt, dass, dass es da auch Menschen gab oder dass es eine spezielle auch gab, wo ich dann sehr große Zuneigung hatte, aber die hat einfach so ein Verhalten an den Tag legt, was einen echt nur noch runterzieht, oder gerade, weil man diese Person mag, wo man dann echt denkt, warum führt sie so ein scheiß Leben oder sowas und ist dann immer noch im Jammerkauf, oder so und die Rede ist vom Hamster. und daher kamen dann auch solche Sprüche wie Armer, Armer Hamster und so, wo ich dann immer dann zu ihr gesagt habe, weil ich kann das nicht mehr ernst nehmen, also man kann ja ihr die Lösung auf dem Silbertablett servieren, aber sie macht das eh nicht und dann habe ich dann noch gesagt, Armer, Armer Hamster oder so, oder wie, sie will ja auch nur, sie will ja auch nur übermitleidet werden, ne, und, jedenfalls, ähm, 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 ja, das ist ja auch sowas, wo man nicht, ich verstehe schon, auf was du hinaus willst, irgendwann hat man dann auch mal die Schnauze voll, aber so beim Hamster, also wenn du sagst, sie will bemitleidet werden, ich glaube, das waren ganz viele, äh, Frauen oder so, auch, auch Männer, äh, äh, ja, das ist echt der Blutsauger manchmal, also, ja, äh, die akzeptieren auch keine Lösung oder so, weil keine Lösung in Frage kommt. Ja, genau, genau, ja, und das, das hat für mich so ein Ding, also, wo ich dann echt, äh, ähm, ja, keine Ahnung, also, das ist dann, glaube ich, wirklich schwierig, mit so einer dann fest zusammen zu sein, oder irgendwie dann hier, weil das ist, ich glaube, das ist so ein Ding, was sich wirklich runterzieht, ne, also, ich habe das ja sehr häufig, es gibt ja Menschen, gab es auch hier in der Hangouts-Szene, Menschen, die ich einfach sehr, 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 sehr mochte einfach, oder so, ne, und deswegen habe ich denen immer so viel durchgehen lassen, bestes Beispiel natürlich der Toni, ne, und, äh, und da, da habe ich halt auch festgestellt, dass ich da ziemlich niedrige Standards hatte, oder sowas, ne, also, und dass es offensichtlich für mich okay war, so auch behandelt zu werden, auch zum Teil, ne, und, äh, das waren auch so Sachen, ne, was, was dann aber auch wiederum gut war für mich, weil ich dann darauf hingewiesen wurde, äh, und dann auch mal klar für einen wird, dass man da mal was ändern sollte, und so, aber ich habe da immer, ich merke das zum Beispiel bei mir selber, dass ich da immer wieder Gefahr laufe, ähm, gerade bei Menschen, die ich mag, zurückzustecken, ja, und da einfach Dinge zu akzeptieren, die ich normalerweise nicht akzeptieren würde, ja, und indem man das so akzeptiert, indem man das mitmacht, lässt man es zu, und ist ein Teil des Problems. Ja, dann bist du selber der Ja-Sager. Äh, nicht unbedingt, nicht unbedingt der Ja-Sager, aber, ja, du weißt schon, derjenige, der, der das halt zulässt, ne, ja, und, ähm, und das ist halt, naja, also, das, das muss einem doch schon irgendwie auch, auch klar sein, oder so, sonst kommst du, sonst kommst du da halt nicht raus, ne, und, äh, da muss man sich dann auch die Frage stellen, woher kommt das eigentlich, ne, dass man dann teilweise auch so niedrige Standards da hat, oder sowas, oder warum man so etwas vielleicht als normal empfindet, oder sowas, ne, und, äh, es gibt da wirklich genug Situationen, die man selber Hawaii führt, oder sowas, ne, weil man eben, äh, wenn man nicht gleich drauf reagiert, oder so, oder gleich da einen Riegel vorschiebt, sondern das einfach so laufen lässt, oder so, ne, und dann, dann wundert man sich dann hinterher, oder so, ne, das ist dann, das ist immer ganz einfach, dann hinterher zu jammern, oder, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber man muss gucken, inwiefern hat man selber dazu beigetragen, ich finde das, ich finde das sehr wichtig, und, äh, ich muss sagen, ich weiß nur, wie das für mich, gerade diese Hangouts-Zeit, äh, war, war für meine Persönlichkeitsentwicklung unheimlich wichtig, ich habe da auch sehr, sehr viel rausgezogen, auch für das Real Life, muss ich sagen, oder diese Erfahrungen, die man gemacht hat, oder diese Themen, mit denen man sich da befasst hat, ne, also, ich glaube, dass das, unter Umständen, wenn ich da bestimmte Leute nicht kennengelernt hätte, oder so, ja, äh, wäre man da irgendwie auf einem anderen Punkt heute noch, ne, also das, das hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall die Weiterentwicklung vorangetrieben, ne, muss ich echt sagen, ne, ähm, ich hoffe, dass es dem einen oder anderen auch irgendwie was gebracht hat, äh, ich dachte ganz ehrlich, ich dachte wirklich so, ne, wenn ich doch mal wieder anfangen würde, die Sendung zu machen, oder so, ne, ich dachte so ein bisschen irgendwie schon, ich habe zumindest gehofft, dass da irgendwie das Interesse doch etwas größer wäre, ne, also, ich habe mich früher aufgeregt, oder ich fand das früher scheiße, wenn ich, äh, unter 200 Zuschauer hatte, ne, da habe ich schon, ich weiß noch, da hatte ich mal nur 160 oder so, ne, da habe ich schon gesagt, hier, äh, Scheiße und so, ne, das guckt ja keine Sau, ne, also, äh, das war schon, ich, ich merke das, ne, also, was wir jetzt gut, man kann aber auch dazu sagen, ich, hier, äh, ich streame ja auch auf dem Gaming-Kanal, ja, und, äh, da, das gucken eh nicht so viele, ne, aber ich glaube, wenn es jetzt auf dem Hauptkanal wäre, dann hätten wir halt 70 Zuschauer oder so, weil ich habe das ja letztens gesehen, äh, als ich auf dem Hauptkanal mal kurz so einen Info-Stream gemacht habe, es war kein richtiger Stream, wussten eh die Leute, dass, dass da nichts abgeht, aber, äh, trotzdem ist es so, ähm, ja, also, ich muss sagen, also, okay, jetzt für diese Free-for-All-Sendung, was ich mir da gerade überlege oder so, oder Leute, die ich da reinhole, vielleicht, das ist, äh, ist ein anderes Ding, das muss ja auch dann geplant werden oder so, das ist dann vielleicht, vielleicht viel interessanter, was mal was Neues ist, und, ähm, aber das hier ist ja einfach nur so spontan, ach komm, machst du mal Hangouts-Salon oder so, ne, äh, ähm, aber ich muss sagen, also, das ist echt alles ziemlich tot, ich meine, du merkst das ja, ne, du merkst das ja, wenn ich früher mal so ein Hangouts-Salon gemacht habe, da waren ja doch dann auch mal trotzdem Full House oder so, ne, da war hier doch was los oder so, auch spontan, und, äh, es ist ja auch, wenn du da nur jetzt allein drin bist oder mal zu zweit oder so, ne, das ist ja dann auch irgendwie langweilig auch, verstehst du, ne, also ich finde das, ich finde das natürlich wesentlich interessanter, wenn da mehr Leute drin ist und so, ne, ja, vielleicht solltest du mal so, keine Ahnung, ich glaube, es kommen eh wieder bald Zuschauer, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass sie darauf aufmerksam werden, aber das Problem ist halt, dass diese Sendungen, die jetzt momentan laufen, ne, äh, die sind ja wirklich schwach, ja, also, zum Beispiel die heutige Sendung, ich finde die, ich finde die wirklich schwach, und, äh, ich glaube also, vielleicht solltest du mal so ein, knackigeres Thema nehmen, so, das, sag doch mal ein, sag doch mal ein knackiges Thema, ach, das muss ja jetzt nicht unbedingt Politik sein, gell, also, es ist ja, es spielt ja keine Rolle, über den Libertarismus wird irgendwie immer diskutiert, es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe, da guckt ja nicht weiter, weißt du, äh, aber jetzt mal im Ernst, ne, es ist ja jetzt scheißegal, die Sendung hier, die, die wurde ja quasi eh schon gegen die Wand gefallen für heute, ähm, egal, hast du denn mal irgendein knackiges Thema, oder hast du mal irgendwas, wo du gerne mal raushauen würdest, wo hier, äh, ne, wir sind ja jetzt live, wir haben ja jetzt hier, ob mir da wieder was einfällt, ja, ich hab letztens so einen Japaner gesehen, der hat quasi so ein Omelette gemacht, und dann, keine Ahnung, irgendwelche Typen vom BuzzFeed haben versucht, dieses Omelette nachzumachen, tolles Thema, ja, das ist mal ein knackiges Thema, vor allem das ist ein Thema, was die Menschheit interessiert, ähm, äh, aber was, was ist denn so, was in letzter Zeit, was, was, was brennt dir denn so unter den Fingern, was hast du denn so, wo du so denkst, in letzter Zeit, was so passiert ist, oder so, ja, oder wo du denkst, boah, da hätte ich mal Gesprächsbedarf, da würde ich mal gerne drüber reden, ja, oder vielleicht sogar live, ja, äh, ja, momentan habe ich sehr, sehr viel Freizeit, okay, und, äh, ja, ich genieße diese Freizeit, aber, ich habe so das Gefühl, morgen könnte diese Freizeit zu Ende sein, heißt, ich habe noch, eigentlich ganz viele Wochen noch frei, aber, ich denke schon wieder, ja, bald ist es eh, bald bin ich eh wieder unter der Knute und muss, schuftern, also, äh, da bewegen sich meine Gedanken momentan. Ja, ja, ich glaube, es ist auch mal besser, vielleicht sogar sinnvoll, einfach mal abzuschalten und einfach, seine Zeit zu genießen, als sich immer mit diesem Mist zu befassen. Äh, ja, es brennt mich unter den Finger, die geringen, ja, ich beschäftige mich halt sehr viel mit Politik, deswegen, äh, das hat bei mir immer so ein Ding, äh, egal welche Partei das jetzt ist, oder, ähm, für mich ist das halt eh nur so eine Theateraufführung irgendwie, ne, also, das fällt natürlich jemandem mit meiner Denkweise, äh, fällt das natürlich sehr, sehr schwer. Oh, ich habe ein geiles Thema, ich habe ein saugeiles Thema, warum komme ich denn da erst jetzt drauf? und da bist du genau der richtige Mann dafür. Die identitäre Bewegung. Da haben wir doch schon mal drüber gequatscht. Ja, das ist jetzt wieder Politik. Das ist ein interessantes Thema. Ja, gut, ich bin ja, das mag sein, aber das ist interessant, was? Ja, gut, äh, über was soll ich dich aufklären? also, meine Wortgruppe, wir haben mal ein bisschen drüber gelabert und so, ne? Ja. Da hast du schon so ein paar Sachen genannt, wo ich gesagt habe, die gehen ja nicht so konkret drauf ein. Jetzt haben wir mal Leute, wie zum Beispiel hier der Orwell oder so, ja? Wir haben jetzt da mal Videos drüber gemacht, die ich, hast du das gesehen? Nee, den verfolge ich gar nicht. So Leute, wie der Funk, Langer oder so, also Leute, die ich nicht mag, verfolge ich auch nicht gern. Ich muss sagen, den Orwell, den mag ich auch irgendwie, ne? Obwohl, ja, ich gucke den nicht regelmäßig, aber das habe ich halt eben zufällig mal gesehen und da habe ich mir auch ein, zwei Videos angeguckt und, äh, ich stand ja schon, jetzt nicht schon immer, aber schon länger, äh, die Identitärenbewegung, ich wusste am Anfang halt nicht so genau, was es ist, äh, und stand ich dann, aber, es hat nicht so lange gedauert, bis ich dann doch skeptisch der Sache gegenüber stand und sowas, ne? Und ich habe das damals sogar beim Alex Benisch erwähnt in der Sendung, äh, dass es doch mal interessant wäre und ich hatte auch, glaube ich, mal den Martin Sellner angeschrieben und auch andere Leute, aber ich hatte, glaube ich, auch keine Antwort bekommen und, äh, naja, und ich finde das jetzt, ich finde das eigentlich sehr interessant, also die, man sollte sich das mal angucken, diese Videos von, von Orwell, Orwell Zeit oder wie der sich nennt, gibt das mal irgendwie ein, ja, werdet ihr schon finden, äh, ähm, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vielleicht auch schon befürchtet habe und, ähm, aber erzähl mal ein bisschen was oder wie siehst du das jetzt so oder hast du das so ein bisschen mitbekommen, dass, ja, ich bin ja mitbekommen. Aber du bist auch mit drin, das ist ja perfekt, besser geht's ja gar nicht. Ich bin ja nur so ein halbes Fürstchen, also, ich hab ja da wenig zu melden. Ich bin auf der Hierarchie ganz weit unten, also. Aber bist ja viel höher als ich zum Beispiel, ja da nicht drin, ne? Äh, jedenfalls. Ich hab mir auch überlegt, auszutreten, weil es wird dann doch mittlerweile gefährlich hier in Deutschland. Jetzt, ich hab nicht Angst vor der Antifa, sondern ich hab halt Angst vor dem Staat, so. Okay. Äh, weißt du, mich würde das mal jetzt echt interessieren, halt, ne? Ähm, wie gesagt, jetzt gab es ja, gab es jetzt immer mehr Kritik und so, ne? Also die, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Die EB, das ist ja quasi ein bisschen so die neue Rechte oder so, ja? Oder was das ist, ähm, dann gibt es vielleicht dann noch die alte Rechte oder so, ja? Und, äh, da war das ja jetzt schon so ein bisschen in der Kritik, ja? Oder die Kritik wurde immer lauter. Ähm, da weiß ich nicht, inwiefern du davon gesehen hast. äh, äh, und, ja, sag einfach mal ein bisschen was dazu. Hast du das so ein bisschen mitbekommen, oder? Ja, man bekommt halt immer wieder mal mit, dass da irgendwelche Grabenkämpfe sind. Also, das ist, glaube ich, immer wieder mal was los. Der eine schießt gegen den, und, und immer so, ähm, es gibt verschiedene Anführer, und viele von diesen Anführern sind, äh, ja, sind so Narzistern, die keine Nebenin in sich haben wollen. und statt gegen die Sache zu kämpfen, versuchen sie sich, äh, ja, ein Huhn, pickt quasi das andere Huhn das Auge raus. Also, so könnte man sich das vorstellen. Und, ja, mit dem darf man nicht mehr zusammenarbeiten, wegen das und das. Aber, ich finde es gar nicht mal so schlecht, äh, dass die Bewegung so gespalten ist, weil, ich sag mal, so eine einheitliche Bewegung kann man halt leichter manipulieren, und so eine dezentrale, äh, Bewegung, so, wo verschiedene Gruppierungen sind, äh, die, sind taktisch gesehen, glaube ich, besser. Ja, ich habe jetzt gerade mal den, den Orwell geschrieben, äh, ist aber nicht online, aber eigentlich könnten wir den gerade mal reinholen, das wäre eigentlich, hochinteressant, eigentlich mal drüber zu quatschen, finde ich. Weil ich zum Beispiel, äh, würde mich niemals verbünden, also, was heißt verbünden, also, ich würde niemals eine gemeinsame Sache jetzt machen, mit so einem Hardcore-Nazi, irgendwie auf derselben Demo gehen. Okay. Man sagt ja zwar immer, ja gut, doch, vielleicht, also, auf einer selben Demo gehen, also, wie soll ich das jetzt erklären? Äh, man kann ja getrennt marschieren, aber gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Nur die Sache ist die, ich habe nicht das gleiche Ziel, wie so ein Hardcore-Nazi. Ich bin ja libertär, das würde ja gar nicht auf eine Kuhhaut gehen. Also, aber kannst du uns jetzt, aber du bist ja jetzt da, da Mitglied bei der EB, ne? Ja. Also, weißt du, was jetzt voll cool wäre, wenn der Orwell noch reinkommen würde, und dann noch so einer von der alten Rechten, aber wobei, er ist ja, ist ja von der alten Rechten, mehr oder weniger. Ja, ich bin ja eher Neurechts. Ja, und das, das wäre doch, ich fände, das wäre jetzt sehr schön eigentlich, Wenn wir bei dir jetzt mal, aber vielleicht können wir auch da in Zukunft mal etwas machen, ja? Äh, ähm, wenn der jetzt heute keine Zeit hat. Weil, eigentlich, eigentlich ist das, das ist wirklich interessant, ja? Äh, und es wäre vielleicht noch interessant, noch einen drin zu haben, weil du bist ja eher auch noch ein bisschen, dann eher libertär halt, Äh, dann vielleicht auch noch einen zu haben von der neuen Rechten. Ja, die Neurechtern sind ja eher, in der Tendenz, eher liberaler, und die Altrechtern sind ja eher pro-Nationalsozialismus. Ja, also, was wollte ich denn sagen? Aber, sag doch jetzt wirklich mal, du bist ja jetzt da drin, ne? Und kannst du das denn jetzt mal konkretisieren, weil das war für mich immer so ein bisschen schwammig auch mit der EWE? Ähm, kannst du das mal konkretisieren, wofür die denn jetzt genau steht? Oder was ist dann da jetzt das genaue Ziel? Das würde mich mal interessieren hier. Ja, der hat ja auch einiges dazu gesagt, aber vielleicht gar nicht so etwas. Die Bewahrung der eigenen Identität, also, ja, der eigenen Kultur, der eigenen Geschichte, das will man halt bewahren. Was ist das? Ist das einfach nur die europäische Geschichte, oder? Ja, Europa, das ist jetzt zu weit gefasst, also, schon bayerisch, oder deutsch, also, als... Aber da ist ja meistens eigentlich, aber da ist ja meistens eigentlich gar nicht so die Rede davon, wie ich da mitbekommen habe. Und ich bin da jetzt wirklich nur Leute... Ja, da geht es viel um die momentanen Zustände, also, Islamisierung und... Ja, also jetzt, also jetzt verzeiht, also verzeiht es mir, Leute, ne? Also, ich bin da jetzt wirklich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das ist so nicht mal Halbwissen, sondern Viertelwissen vielleicht. Ich habe jetzt echt keinen Durchblick. Ich wäre auch froh, wenn der Orwell da rankommen würde, weil der hat sich mehr damit befasst. Also, ich habe auch nur ein bisschen da was gesehen von dem und so, aber... Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel, gerade bei der EB oder so, relativ wenig terribiert ist von Deutschland zum Beispiel oder so? Sondern eher von Europa die ganze Zeit? Das würde ich nicht so behaupten. Ich bin ja da nicht drin. Ich habe ja da, ich habe da keinen Überblick. ich sehe mich als deutscher Patriot, aber ich sehe mich auch als europäischer Patriot. Also, ich finde auch die Kultur von, ich finde die griechische oder römische Kultur ist Teil der europäischen Geschichte. Aber man kann ja beides sein. Also, ich zum Beispiel, ich habe mir das mal überlegt, ne? Und ich persönlich, klar, natürlich Europäer wegen Kontinent oder sowas, dass man, ist ja automatisch, klar, wenn du natürlich in Europa lebst, dann, wenn das Land sich in Europa befindet, bist du ja irgendwie natürlich auch Europäer, ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich das jetzt mal so betrachte, von meiner Identität her, oder wenn wir das jetzt mal aus der Sicht beleuchten, ja? Und dann sehe ich mich eigentlich aus der Sicht überhaupt nicht als Europäer irgendwie, ne? Also, ich sehe mich als, als Deutschen, aber so irgendwie als Europäer irgendwie, vielleicht dann irgendwie, irgendwie auch natürlich, zwangsläufig, aber, aber das ist mal in erster Linie, steht da für mich so im Vorhinein. Was? Du bist aber beides. Ja, natürlich, man ist zwangsläufig, natürlich, ist ja klar, ne? Aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, was ist so meine Identität oder sowas, sehe ich mich da primär als Europäer? Oder sehe ich mich da primär als Deutschen? Primär als Deutsche, oder? Ja, da würde ich auch sagen, also Deutschland ist da für mich wirklich, und das andere ist halt noch so ein Ding, was da halt, es ist wie, wie, du bist ja auch Mensch, ja? Das sind ja alles Menschen, ja? Ja. Ja. natürlich bist du auch Mensch, aber du siehst dich ja nicht in erster Linie nur als, sondern auch, wenn man da jetzt mehr ins Detail geht, du weißt ja, was ich meine, ne? Ja, es ist halt die Frage, wie weit du das fasst? Ja, mir geht es darum, ich bin ja kein Chauvinist, also ich finde es ja gut, wenn unterschiedliche Kulturen, Kannst du das mal gerade definieren? Kannst du mal gerade definieren, Chauvinist? Ja, äh, dass quasi meine Nation besser ist als all die anderen Nationen und dass die anderen quasi unterdrückt werden müssen und ich bin ja eher so, dass man ein vielfältiges Miteinander hat und, ähm, Wofür ist die alte, und wofür ist die alte Rechte? Sind die dafür, die anderen zu unterdrücken, oder was? Ja, das sagen sie nicht, aber, äh, ich glaube, das würden die ja auch abstreiten, aber ich denke schon, wenn die jetzt an der Macht wären, dann würden die schon versuchen, irgendwie die Ostgebiete wiederzubekommen und dann im Zweifel würden die auch militärisch, äh, irgendwie intervenieren, also ich glaube schon, dass die da eher weniger Hemmungen haben und mir ist es eigentlich, ähm, mir geht es eigentlich nur darum, das, was über die Jahrhunderte entstanden ist, nicht einfach wegzuwerfen, weil da sind halt einige gute Dinge dabei. Ja, aber was will denn jetzt, was will denn jetzt die IB, will die jetzt, äh, will die jetzt quasi souveräne Nationalstaaten, und du weißt ja natürlich, dass ich Staaten ablehne und alles, ja, äh, da brauchen wir jetzt natürlich nicht drüber zu reden, aber will, äh, ähm, ich bin ja trotzdem der Meinung, dass wenn wir hier in der Privatrechtsordnung leben würden, oder was, oder für mich ist auch Privatrechtsgesellschaft, finde ich, der Begriff lieber ist, äh, das ist ja trotzdem, es gäbe ja trotzdem Deutschland, wir sind ja trotzdem die Deutschen und wir sind trotzdem Deutschland, nur halt nicht dieses Zwangssystem, ne, also das verstehen ja auch viele nicht, weil die dann denken, die wollen ja, wir wollen Deutschland abschaffen, die wir jetzt hier haben, oder so, ganz im Gegenteil, ne, ich zumindest sehe das so, aber, äh, jedenfalls, äh, so, aber wollen die denn jetzt, äh, wollen die denn jetzt eher ein souveränes Deutschland, und ich finde auch, ein souveränes Deutschland wäre übrigens auch eine Privatrechtsordnung, da wären ja auch souveräne Deutschen, also, weißt du, was ich meine, ne, aber, äh, wie gesagt, viele, ja, die EB steht dem Libertarismus indifferent gegenüber. Okay, wie, aber ich meine jetzt eigentlich gar nicht das, da können wir gleich später noch drauf zurückkommen, aber will denn die EB jetzt, steht die denn in erster Linie dafür, für ein, für ein, äh, souveränes Deutschland und, äh, souveränes, äh, Polen und souveränes Großbritannien oder was, und, äh, und die halt dann, äh, die sind alle souverän, aber eben Partnerschaft, ja, untereinander, oder wollen die eher einfach europäischen Staat? Ja, eher das Erste. Was? Eher das Erste. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, die EB das Erste will, also, aber, aber du bist ja ziemlich sicher, aber du weißt gar nicht, Deutschland in Deutsch, äh, ja, natürlich, ich hab, ja, die ja die ganzen, äh, ganze Literatur durchgelesen, also, es geht schon darum, dass Deutschland den Deutschen gehört, Frankreich gerät den Franzosen. Weißt du, was ich mal hochinteressant fände? Ich glaube, ich werde das jetzt hier übrigens mal raussuchen, und in der Zwischenzeit kannst du mal noch erzählen, äh, wo die da indifferent gegenübersteht und was du darunter verstehst, weil ich werde in der Zwischenzeit hier mal gerade was raussuchen. Erzähl ruhig mal. Ja, dass der, äh, die EB steht quasi den Libertarismus indifferent. Also, du kannst Sozialist sein, aber du kannst auch Libertär sein und der EB beitreten. also, das ist der EB egal, Hauptsache, du bist halt, äh, pro-patriotisch. Darum geht's der EB eher. Ja, ja, wie soll ich jetzt die Leute unterhalten jetzt? Keine Ahnung, fangen wir zu jonglieren oder so. Ich bin hier gerade, ich bin hier gerade was am Raussuchen. Ähm, oh, das hier sind auch, wann ist die letzten Videos von dem? Ich bin hier gerade bei dem, aber ich bleib nicht mehr zu lang. Jaja, wir können, wir können bald Schluss machen, ja, aber gerade, gerade jetzt war es übrigens interessant. Äh, ich bin jetzt hier mal bei dem, Always Zeit auf dem Kanal und wir waren da auch schon bei dem in der Sendung, der war auch schon mal hier. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch noch. Ich werde das hier mal gerade verlinken, in dem seinen Kanal, dass nur mal ihr Bescheid wisst, was da gemeint ist. Und du siehst ja den Link da, ne? Und da, ja, guck dir das echt mal an, weil es geht ja echt um die EB und sowas. und, äh, die sind doch gar nicht so lang. Was? Ja, man versucht ja immer irgendwie, alles schlecht zu reden. Ja, aber das, das klingt schon, das klingt zumindest mal für mich, und ich bin ja nicht so drin, der Matthias, ich kann es nicht so beurteilen, aber das klingt für mich schon irgendwie, halbwegs stichhaltig. Er sagt hier wirklich Videos, also jetzt hat er hier Kameradenschwein Orwell, äh, weil er hat ja damals was gesagt dagegen, und jetzt hat er hier noch, was ist noch, Martin Sellners geheime Agenda enttarnt, äh, hier nochmal die Agenda, Agenda von Martin Sellner, äh, guck dir den Kanal, ich schreib das auch nochmal hier in den internen Chat rein, guck dir das, guck dir das echt mal an, oder schreib dir mal irgendwie einen Kommentar oder so, mich würde das brennend interessieren, äh, wie du das siehst, und was da, was da Sache ist, also irgendwie, obwohl er natürlich, ungefähr, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, wo ich das gesehen habe, äh, es geht halt einfach darum, äh, wofür steht die IB wirklich, äh, was ist das jetzt genau, ja, ähm, ich hab auch nebenbei noch was anderes gemacht, ich hab da jetzt nicht so, ich müsste mir das selber nochmal angucken, aber, ja, du kennst das, wenn man nur mit einem mal zuhört, aber, auf jeden Fall, ähm, ja, guck dir das einfach mal an, es ist nicht viel, wie gesagt, es sind da, es sind halt hier ein paar Videos, und ich fand das, ich fand das irgendwie interessant, aber es wäre natürlich noch interessanter, den Orwell mal drin zu haben, also hier ist jetzt zum Beispiel noch ein Martin Sellner Video hier, hab ich jetzt nochmal verlinkt, also wie gesagt, guckt euch einfach, guckt euch einfach das an, äh, ja, ich hab jetzt ein bisschen was hier gepostet im Chat, einfach mal auf den Kanal, ähm, und das ist halt doof, weil ich da nicht so drin bin in der Materie, ne, also du sagst, du sagst also die identitäre Bewegung, du bist ja da drin, du musst ja eigentlich wissen, für was ich stehe und für was nicht, äh, oder solltest du es sein? auf den ganzen, ähm, so hab ich es gelesen, und so wurde es mir auch erklärt, bei den ganzen Treffen. Gibt es da irgendwie sowas, gibt es da irgendwie sowas, wie ein Manifest oder sowas, ne, wie irgendwie das Parteiprogramm der NSDAP oder so, wo dann klar ist, da steht das jetzt genau drin, das wollen wir, wir haben. Ja, sag ich einfach mal, muss ich mal die Webseite durchlesen, also das steht eigentlich alles auf der Webseite, normalerweise. Ich glaube, ich war da mal, und ich fand das relativ schwammig, glaube ich. Also was, was wollen die denn jetzt genau? Also wollen die jetzt, äh, also die wollen, die wollen, das ist quasi eine, ja, also, die 68er, das war ja eine Kritik an dieser ganzen Spießigkeit und an das ganze Konservative, und die EB ist halt eine Kritik gegenüber den ganzen 68ern, also, und gegen, also es ist ein Teil dieser, äh, notwendigen Entwicklung der Gesellschaft, dass, äh, ein Rückbezug und, ähm, Identitätspolitik quasi, das ist alles, für mich ist das alles, für mich ist das alles Larifari, also, ich will mal, ich will mal klare Ansagen hören. Ja, was willst du denn hören? Klare Ansagen, wir sind für Herrschaft, wir sind für Herrschaftsablehnung, wir wollen ein souveränes Deutschland, oder wir wollen, Ja, das ist egal, Herrschaft oder Herrschaftsablehnung, spielt für die EB halt keine Rolle. Ja, das ist nicht egal, das ist der zentrale Punkt, und wenn du dir das auftischen lässt, dass das egal ist, dann lebst du wirklich in einer Ja, für mich ist es nicht egal, aber, äh, ich sag, Ja, aber du glaubst doch nicht im Ernst, du glaubst doch nicht im Ernst, dass so eine Bewegung, die hat doch ein bestimmtes Ziel, ne, und, äh, da wirst du vielleicht nicht eingeweiht, Ja, aber, das Ziel der Bewegung ist, das gesellschaftliche Bild, also, oder, Ach, das ist doch, das ist doch gewäschend. Also, die Gesellschaft zu verändern, also, Das ist doch, das ist doch, das ist doch gewäschend. Den gesellschaftlichen Rahmen wieder in die Mitte zurück, Ja, aber das ist doch, das ist doch irgendwie, das ist doch nichts Halbes, nichts Ganzes, verstehst du? Äh, das ist doch, Natürlich geht's auch darum, äh, Einwanderungspolitik, die kritisiert wird und so, aber, ja, hat jeder seine eigenen Lösungen, also, die ganzen, die eher sozialistisch drauf sind, wollen natürlich Gesetze machen, und ich versuche, du bist, du bist, du bist in einer Bewegung, und kannst mir gar nicht sagen, für was die jetzt überhaupt genau steht, ob die für Herrschaft steht, oder für Herrschaft sagt, oder du sagst, es ist denen einfach egal, ich sage, es ist denen nicht egal. Herrschaft oder Herrschaftsablehnung ist für die EB, das ist jetzt kein Programm der EB, also, du kannst Herrschaft ablehnen, aber du kannst auch, äh, Herrschaft, das ist doch das Interessante. Also, da sind Libertäre dabei, und da sind auch Sozialisten dabei, also, für mich ist das alles, ich hätte so gerne den Orwell drin, Leute, könnt ihr nicht mal den Orwell hier reinschaffen, oder so, schreibt ihn mal irgendwie an, oder ihr kennt den vielleicht, ich hab, ich kenne ihn nicht so, ich kenne ihn schon ein bisschen, aber ich hab ja nicht dem seine Telefonnummer, oder so, also, ich kann den nur einmal über Discord anschreiben, aber wenn ihr da irgendwie, ich hätte voll Bock darauf, äh, mal, aus erster Hand, oder sowas, da, weil, ohne Scheiß, also, wenn du jetzt nicht super ignorant bist, oder sowas, oder wenn du auch ein bisschen kritisch auch, da gegenüberstehst, und nicht einfach nur alle Schluckst, was man dir vorgibt, oder sowas, das ist nicht viel, ich glaub, der hat da drei Videos gemacht, oder sowas, das ist insgesamt vielleicht eine Stunde Material, wenn überhaupt, ich würd da echt mal eingucken, weil, der sagt da nämlich auch, also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass die EB jetzt hier dafür steht, oder so, oder dafür, oder dafür, vielleicht wusstet ihr das gar nicht, dass sie eigentlich hier, mehr oder weniger das und das unterstützt, aber das, wie gesagt, das müsste man sich selber mal angucken, oder so, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, und bevor ich was Falsches sage, guck dir selber die Videos an, und ich finde das ganz, ganz interessant da, also, und gerade, da du ja drin bist in der EB, oder so, du kannst dir mir auch mal einen Kommentar schreiben, oder sowas da, also ich fände das, du siehst, du siehst ja mein Dilemma, dass ich da nicht so wirklich drinstecke, in der Materie halt, aber, also ich sage dir ganz ehrlich, ich trete nicht in eine Bewegung ein, wo man mir nicht sagt, ganz konkret, dafür stehen wir, wir wollen einen europäischen Zentralstaat, oder wir wollen ein Europa der Vaterländer, oder wir wollen eine enge Partnerschaft mit Russland, oder sowas, vielleicht sogar ein Europa, was von den Russen dominiert wird, ja, oder was auch immer, ich will sowas schon wissen, also da gehe ich dann nicht, deswegen bin ich ja auch nicht Teil von solchen Bewegungen, auf den Stammtischen, wurde mir gesagt, oder auf den Treffen, ein Europa der Vaterländer, also, okay, das wurde dir so gesagt, aber wofür stehen die wirklich, kann das vielleicht davon abweichen, ja, jetzt kann man wieder irgendwelche Verschwörungs, Spekulationen, das ist keine Verschwörung, oder sowas, aber das scheinen doch wirklich nicht, ja, dann belegt mir mal, wo jetzt die, guck dir die Videos an, guck dir die Videos an, vom Orwell, kann er seine Aussagen auch belegen, oder ist das, ja, ja, er kann alle Aussagen belegen, zumindest mal scheinbar, ich hab das jetzt nicht, ich hab das jetzt nicht bis ins Detail danach verfolgt, weil ich da auch nicht so, das ist nicht mein zentrales Thema, verstehst du, was ich meine, aber, das hat jedenfalls meinen Anschein, guck dir das an, ja, vielleicht hat er sich auch einfach nur alles aus den Fingern rausgesogen, ja, aber das ist auf jeden Fall, guck dir das echt mal an, was der da sagt dazu, also das kam mir zumindest mal in dem Moment, wo ich das geguckt habe, auch wenn ich es jetzt nicht mehr komplett reproduzieren kann, erschien das mir irgendwie logisch, was er da gesagt hat, ja, und dass da irgendwie die führenden Köpfe, oder sowas, oder die, ich kann das, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, ja, selber die Videos angucken, ja, oh, ich schau mal rein, nein, nee, guck doch mal die an, wo es darum geht, da siehst du ja hier, Martin Sellner, ich schau mir mal das mit dem Sellner an, genau, guck dir das mal an, ja, und vielleicht liegt der ja auch völlig falsch, und der ist dir doch mit Sicherheit dankbar, ich glaube schon, dass der dankbar ist für konstruktive Kritik, ja, äh, dass wenn du dann sagst, nö, hör mal zu, Orwell, äh, da hast du einfach völlig falsch verstanden, ja, äh, ich bin zwar hier nur, keine Ahnung was, aber ich, weiß das schon besser, wofür die EB steht, als die führenden Köpfe da, oder was, oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht, das soll jetzt so nicht herabwertend sein, aber einfach, äh, vielleicht weißt du das ja selber nicht, verstehst du, was ich meine, vielleicht bist du da ja im guten Glauben dabei, oder so, oder vielleicht, oder vielleicht weiß der Orwell das ja selber nicht, da hat der Orwell jetzt vielleicht Schlussfolgerungen gezogen, wobei der hat ja gar nicht so viele Schlussfolgerungen gezogen, der stellt ja eher Fragen, muss man sagen, ne, und, äh, Ja, was Vater zum Beispiel dabei ist, Alter, wir können uns das auch hier angucken, gerade im Stream, und dann kannst du was sagen dazu, also, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ich laufe jetzt Gefahr, etwas, was? Ja, passt schon, äh, ich laufe jetzt, wie gesagt, also die EB steht, weder für Herrschaft, noch für Herrschaftslosigkeit, das ist quasi, das ist Blödsinn, du stehst ja zum Beispiel für Herrschaft, ich stehe für Herrschaftslosigkeit, du stehst, ja, du behauptest es, aber du wählst, du gehst da zum Beispiel wählen und willst Leute legitimieren, andere auszuräumen, ne? Ja, deswegen, da haben wir das recht dritten, ja, okay, verstehst du, aber verstehst du, was ich meine, also, aber, es gibt Leute in der EB zum Beispiel, die wollen irgendwelche Einwanderungsgesetze schaffen, und ich, ja, dann stehst du doch, dann stehst du doch schon für Herrschaft, oder nicht, weil das soll doch dann von einem, das ist, das ist deren Meinung, ja, ja, dann gibt es welche, die wollen nur das, äh, das Gesetz, was wir jetzt schon haben, wenigstens gehaltet wird, und ich bin halt, aber dann bist du doch für Herrschaft, ne, weil ich bin ja, äh, für freiheitliche Lösungen, wie, ne, 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 ich meine jetzt, nein, 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 ich habe jetzt nicht dich gemeint, sondern mit du, wie im Englischen, you are, aber man, man ist für, dann ist man doch für Herrschaft, wenn man diese Gesetze halten will, wie sie jetzt sind, oder nicht. Ja, diejenigen, die das so lösen wollen, sind natürlich für Herrschaft, aber ich will es halt anders lösen. Was ist denn der Martin Sellner, ist der für Herrschaft oder für Herrschaftsablehnung? Tja, der ist kein Libertärer. Also er ist für Herrschaft? Ja, wenn man kein Libertärer ist, das sind dann 90% der Leute, die für Herrschaft sind. Natürlich ist er dann auch für Herrschaft, also wenn er kein Libertärer ist. Was hat er gesagt? Will er, will er jetzt ein Europa der Vaterländer, oder will er jetzt, ähm, den europäischen Zentralstaat? Ja, er will ein Europa der Vaterländer. Das hat er auch so gesagt. Ich weiß nicht, ob der das, äh, wortgenau so gesagt hat, aber, er hat's schon gesagt. Weißt du, was mir halt auch, was mir halt auch erfällt, wenn ich da was sehe, ne, und ich war ja noch nie auf einer Veranstaltung davon, Ja. Da fällt mir auch auf, die marschieren da, aber ich sehe da irgendwie keine Deutschlandflaggen, oder vielleicht war da auch mal ein, ich hab's gesehen, aber ich... da sind genügend, äh, gut, da sind meistens diese EW-Flaggen, aber... Ist das denn gerne gesehen, wenn man da mit einer Deutschlandflagge da marschiert? Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, abwegig oder so, dass man da mit einer Deutschlandflagge hinkriegt. Also die sehen das gerne, wenn da Leute mit Deutschlandflaggen... Ja, natürlich. Wieso soll man das nicht? Aber die haben doch lieber, aber die haben doch lieber, wenn du mit einer EW-Flagge marschierst, oder nicht? Das ist denen egal, aber die meisten haben halt eine EW-Flagge dabei. Okay. Äh, ja, also wie gesagt, was, 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 was hochgeladen? Moment grad, äh, Samson schreibt, Stream ist nicht mehr zu Ende und schon hat er was hochgeladen. Er wäre dann... Ach so, du könntest fragen, ob ein Fußballverein für oder gegen Herrschaft ist. LP. Ja, in diesem Fußballverein sind halt viele Mitglieder, also viele Spieler. Man kann der eine Spieler für Herrschaft sein und der andere Spieler gegen Herrschaft, also... Ja, aber ich glaube, dass die EB doch noch ein bisschen was anderes ist als ein Fußballverein. Habe ich irgendwie so mal den Eindruck, dass er doch ein kleiner... Das ist ein Verein. Das ist ein Verein. Äh, Moment, der heißt doch Manfred Sellner. Ne, Martin Sellner. Äh, Moment, also der JB. Muss ich mir nachher mal angucken. Und natürlich habe ich mir oft gedacht, ja, kann das gesteuert sein oder so, aber momentan haben die noch nichts verbrochen oder so, was... Hast du dich mal ein bisschen mit Alexander Dugin befasst? Äh, war es dieser Russe? Ja. Ja, habe ich schon. Das ist interessant, ne, ob da zum Beispiel Verbindungen bestehen oder so, ne, oder... Ich weiß nur, dass ich, und vielleicht liege ich auch da... Ich hoffe ja, dass ich falsch liege, ne, und da kann man mich ja auch... Kann man mir das ja auch alles erzählen, ne, und ich verkaufe das hier nicht als Tatsachen, sondern einfach nur, sagen nur, dass ich da Videos gesehen habe und Leute haben sich damit befasst und sie sollen sich selber angucken und sich ein eigenes Bild bilden. Ähm, ich wäre ja froh, aber ich habe da irgendwie ein sehr, sehr ungutes Gefühl irgendwie. Also bei der ganzen Geschichte da. Ich weiß es nicht. Also, für mich ist ja eh klar, Herrschaftsablehnung, ich will jetzt auch nicht die Herrschaft der alten Rechten oder was, ja. Das wissen ja auch Leute, ich war ja sogar mal beim Auerwald drin, wir haben uns da irgendwie über Libertarismus unterhalten oder sowas, ne. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das sagen soll. Ja, stimmst du mir aber zu, dass Patriotismus und Libertarismus sich nicht ausschließen? Was verstehst du denn unter Patriotismus? Ja, die Liebe zum eigenen Land, also. Na, wenn du das darunter verstehst, dann würde ich sagen, du schließt dich nicht aus, ne. Ja. Man kann entweder ein Libertärer sein, der eher international denkt oder eher einer, der national denkt. Also jetzt Nation nicht im Sinne von Staat, weil Nation bedeutet ja Staat, sondern eher das Land, also. Naja, also ich sehe das ja auch so. Also ich stehe ja auch für Deutschland, aber eben nicht die Deutschen, sich um Glück zu zwingen, sondern eben auf freiwillige Kooperation. Ja. So sehe ich das ja, was ja viele, was ja viele nicht kapieren, ne. Da kommt ja da von der einen Seite, die sagen dann, du bist ein Kryptonationalsozialist. Ja, wir hätten auch diese Probleme nicht, wenn der Staat es nicht andauernd befeuern würde. Ja, und ich glaube, der Staat wird es auch nicht lösen. Also der Staat holt ja die Leute her. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Staat hat die Probleme erschaffen und er wird die auch nicht lösen. Er hat quasi, ich habe da nur so eine Ahnung. Das ist, was? Der Ken Jebsen sagt ja immer, er hat, der Staat hat quasi die Kriege geschickt ins Ausland. Dann kann man auch hinzunehmen, dass der Staat die Leute anlockt. Also der Staat hat ja dieses Problem erst geschaffen. Folgendes, ihr hier im Chat, also ihr könnt gerne auf Deutsch schreiben oder von mir aus Englisch oder Französisch von mir aus auch noch. Aber bitte nicht hier mit, ich weiß nicht, was es ist und so, ja. Und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch heißen, was weiß ich, und hier, ich muss euch da leider blockieren. Ganz ehrlich. Also wie gesagt, wer jetzt hier, weil ich kann nichts damit anfangen. Das kann ja wirklich, das kann ja auch hier zum Mord aufgerufen werden oder sowas, ne. Ich weiß das ja nicht. Also lasst es bitte sein. Und ich hatte übrigens alle Sperrungen aufgehoben. Das habt ihr nicht mitbekommen, natürlich, ne. Aber ich habe alle Sperrungen aufgehoben. Und ihr seid jetzt die Ersten wieder, die hier gesperrt wurden. Also. Also let's play. Eine andere Frage, weil die stelle ich mir oft. Denn diese Situation wurde ja jetzt künstlich geschaffen. Quasi von der Mafia. Die haben, die Mafia hat ja quasi die Leute hergeholt. Ja. Frage ist, das Problem ist ja jetzt schon da. Wie kann man das libertär wieder lösen? Also wie? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Und sich da was sagen? Ich habe da nicht die perfekte Antwort drauf. Ich habe mir diese Frage ja selber schon häufig gestellt, ne. Wie wir das, wie wir das machen. Ich denke mir oft mittlerweile, naja, ich bin halt gegen Zwang, aber Zwang, nur mit Zwang könnte man diesen ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Na weißt du, es ist ja nun mal so, dass es ja Menschen gibt, die wir beide nicht eingeladen haben. Ja. Und die meisten anderen auch nicht. Und diejenigen, die das unbedingt haben wollen, die können die ja gerne durchfüttern bis an ihr Lebensende. Ja. Oder auch gerne dafür unterschreiben, dass sie für die haftbar zu machen sind. Ja. Dafür bürgen oder sowas können sie machen. Aber die Menschen, wo es dann halt keinen gibt, der für die bürgen will oder der alles blächen will oder so und die wir auch nicht eingeladen haben, wir können ja die, wenn wir jemanden unbedingt haben wollen, wir können den ja gerne zu uns einladen und es ist ja kein Problem. Aber die anderen, die finden sich illegal hier. Also, ist ganz einfach so. Und da würde ich halt auch sagen, dass man, gut, die wurden auch mit falschen Versprechungen angelockt und alles Mögliche. Man kann sie aber nur mit Zwang wieder loswerden. Was? Man kann sie aber nur mit Zwang wieder loswerden. Vielleicht kann man sie auch anders loswerden, das weiß ich nicht. Aber wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel, ja, aber wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel, ja, lass mal ausreden. wenn aber Zwang die einzige Möglichkeit wäre, das zu machen, ja, aber da brauchst du nicht unbedingt den Staat dafür oder sowas. Verstehst du, weil, wenn jemand in deiner Bude drin ist, ne, unrechtmäßig, dann kannst du den auch selber da rausschmeißen. Brauchst du nicht unbedingt die Bullen zu rufen. Also es kann schon sein, also es kann schon sein, dass es nicht anders geht, aber verstehst du, was ich meine? Also du brauchst nicht unbedingt den Staat, ja, um das zu lösen. Denn der Staat hat dieses Problem verursacht und er wird das meiner Meinung nach nicht lösen. Das ist absolut naiv, Kinderwelt, das anzunehmen, ne, aber jedenfalls, ähm, aber das ist klar, wenn da jemand widerrechtlich in deiner Wohnung ist, dann hast du auch das Recht, den auch notfalls mit Gewalt da zu entfernen aus deiner Wohnung. Ja? Also das ist, das ist klar, aber das hat nichts damit zu tun, dass das nicht libertär wäre. Doch gerade das ist libertär, denn Gewalt gehört zu dieser Gesellschaft eindeutig dazu, zur Privatrechtsgesellschaft, aber eben nur defensiv angewendete Gewalt, um zum Beispiel hier das Recht, das Hausrecht gebraucht zu machen, wenn der da nicht freiwillig rausgeht und du den aufmerksam gemacht hast, ja, oder auch sonst irgendwas, oder auch zum Beispiel tödliche Gewalt, ne, zum Beispiel, jemand will eine Frau vergewaltigen, sie verteidigt sich mit einer Schusswaffe und das geht tödlich aus. Das gehört da dann eindeutig mit dazu, das ist ja alles nur defensiv und damit auch gerechtfertigt. Ja, gut. Habt ihr übrigens, ja, das ist, das schließt sich, das schließt sich nicht unbedingt aus, ja. Ich hoffe, dass wir da irgendwie eine Lösung finden werden, ne, aber da jetzt zu sagen, aber du musst doch zugeben, das ist doch perfekt, um weiter den Staat aufrechtzuerhalten und damit auch die Libertären den Staat akzeptieren, zum Beispiel so eine Situation herbeizuholen. Ja, das kann eine Falle sein. Und dann kann ja immer wieder, man kann ja immer wieder, ich sage jetzt nicht, dass sie das deswegen hier herbeigeführt haben, damit die Libertären da, das hat schon, ne, das ist schon eine viel größere Geschichte, aber, aber weißt du, aber du merkst es ja, du merkst es halt einfach, dass du kannst immer wieder was herbeiführen und dann werden die Leute immer wieder Herrschaft akzeptieren, egal was es ist, du kannst auch andere Sachen herbeiführen, die AfD beispielsweise, die AfD beispielsweise, ja gut, du hast ja gesagt, du möchtest nicht darüber entscheiden, dass es quasi, du möchtest den Staat jetzt nicht legitimieren, aber ich bin jetzt ein Wähler und die AfD ist ja jetzt eher eine liberalere Partei, also die sieht sich ja auch als liberale Partei, deswegen finde ich es weniger schlimm, sie zu supporten. Bitte? Was hast du, was hast du AfD gewählt oder was? Ja, die PDV hat ja nicht angetreten bei uns. Ja. Es ist ja nicht angetreten, sonst hätte ich die AfD gewählt. Also, also wenn du mich fragst, ich meine, den meisten Leuten ist das ja nicht klar, ne? Ich meine, die meisten Leute wissen das nicht, die haben sich nie solche Gedanken gemacht oder so, ja? Und da braucht man jetzt auch nicht hinzugehen mit irgendwas hier, aber es ist im Grunde genommen so, auch, es ist natürlich unbewusst und wer sich nie die Gedanken gemacht hat, denen ist das einfach nicht klar, ne? Das bringt jetzt nichts damit, großen Vorwürfen zu kommen oder so, aber im Grunde genommen, ja? Im Grunde genommen steht dieses Kreuz für Zwang, Gewalt, Enteignung, einen großen Stil und, und, und. Ja? Und, äh, ich bin eigentlich der Meinung, man kann zum Beispiel kein, man kann zum Beispiel nicht wählen und Anarcho-Kapitalist sein oder sowas. Also ich finde das, das schließt sich eigentlich aus, mehr oder weniger. Also, ich finde das, ja, ich strebe ja schon den Anarcho-Kapitalismus an, äh, du willst einfach nur nicht den Start legitimieren und ich denke mir so, äh, ich habe ein Ziel vor Augen und ich möchte dieses Ziel wirklich schnell umsetzen. Und ich glaube einfach, dass wir auf dem Wege nie an Ziel kommen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Also ich glaube, das kann einen schon eine Zeit lang auch weiterführen, aber dann irgendwann ist da so eine Sackgasse und dann musst du wieder komplett zurückfahren. Und ich fahre dann lieber gleich den richtigen Weg, ich weiß nicht, ob es den richtigen Weg gibt, aber, äh, für mich leitet sich das einfach alles ab aus dem Naturrecht und aus dem Libertarismus und worauf das halt basiert. Und, äh, für mich ist das halt klar, dass, äh, wofür das steht, ist halt einfach unmoralisch, ne? Aber das ist halt, ähm, also weißt du, weißt du, ich finde das auch viel interessanter, wie Leute handeln, als das, was Leute labern oder sowas, ne? Man kann ja viel erzählen oder so. Aber im Endeffekt, wach? Äh, ich, ich mache ja nicht, also, wählen ist ja, für mich ja keine Arbeit. Ich tue mich ja das ganze Jahr irgendwie mit Politik beschäftigen und versuche, auch den Mainstream aufzuklären, also, für den Libertarismus. Also, man kann mir ja jetzt nicht vorwerfen, dass ich jetzt, äh, gegen den Libertarismus handele. Also, ich versuche das ja zu pushen. Ja. Und, äh, ja, jetzt habe ich eine, eine sehr wichtige Sache vergessen. Naja, mir fällt schon wieder ein. Man muss das wirklich aufs, man kann das auch aufs Kleine runterbrechen, wenn ich jetzt irgendwie Schutzgeld erpresse oder so, oder ich würde die jetzt beauftragen, bei dir vorbeizukommen und dich auszublündern oder, oder was auch immer. Oder, da würdest du ja auch, würdest du ja auch sagen, nö, das ist ja nicht okay, dass ich die beauftragt habe. und klar sind in erster Linie natürlich wieder die, nach dem unmittelbaren Verhandlungsprozess, verantwortlich, weil sie diese Handlung ausführen, aber, du wärst, glaube ich, nicht so begeistert, wenn ich da irgendwelche Leute hinschicken würde, oder? Nehme ich doch mal schwer an. Das ist doch klar. Verstehst du, was ich meine? Und das ist im Grunde genommen nichts großartig anderes, wie diese andere Geschichte in der Politik. Weil du wirklich die Leute dazu beauftragst, das zu machen. Wie gesagt, dann im großen Stil Enteignung durchzuführen, ja, und das ist eigentlich so ein Ding, das ist eigentlich ziemlich scheiße, ne? Und du stimmst, und du stimmst der Sache zu, ja? Du stimmst der Sache zu, du sagst ja dazu, ja? Du sagst ja, du sagst, du bist irgendwie libertär oder du willst Herrschaft ablehnen oder so, aber wenn es letztendlich drauf ankommt, dann sagst du ja dazu. Ja, aber jetzt, jetzt passt mal auf. Ich sehe es aber auch so, wenn ich nicht zur Wahl gehe, aber trotzdem fleißig meine Steuern zahle, dann sage ich auch ja dazu, auch wenn sie mich zwingen. du sagst nicht ja dazu. Ne, du sagst, du sagst nicht ja dazu. Und ich glaube, da ist, glaube ich, dieser, ich glaube, von der auch gar nicht auf einem grünen Pfad. Wenn du sagst, also wenn du sagst, wenn du sagst, ey, passt mal auf, Leute, ich habe zu viel Geld hier, ich will den Staat unterstützen, ja, von mir aus, dann sagst du ja dazu. Aber nicht, weil ich glaube, die wenigsten Leute bezahlen freiwillig gerne Steuern, weil die das so toll finden. also, wie gesagt, du kannst, wenn du einen dazu zwingst oder so, du kannst echt, du brauchst da nicht hinzugehen, wenn du irgendein Waffel bist von der Bank und der Mitarbeiter mit einer Waffe vor dem Gesicht wird dazu gezwungen, da Geld rauszugeben, da brauchst du nicht hinzugehen, ja, warum hast du halt Geld ausgeben, warum hast du dich erschießen lassen. Das ist ja, das ist ja völlig weltfremd, so was. Verstehst du, was ich meine? Ja, wie ich gesagt habe, Jesus hat sich bis zum Tod jetzt. Ja, aber das kannst du nicht, das kannst du aber nicht erwarten von irgendwelchen Leuten. Das Problem, das Problem, das Problem, das Problem sind nicht die Leute, die keine Lust haben, erschossen zu werden, das Problem sind die, die dazu bereit sind, unschuldige, friedliche Bürger zu erschießen. Die sind das Problem. Verstehst du, was ich meine? Und nicht um die in der Exekutive arbeiten. Ja, ja, warte mal gerade, wobei ich eigentlich, wobei das zumindest in gewisser Weise konsequent ist, wenn man dann auch wirklich derjenige ist, der das auch dann ausführt, oder zumindest mal sich selber die Hände dreckig macht. Frage an Jason, du als Libatärer findest nicht nur, was findest nicht, dass nur Psychopathen über andere herrschen wollen und einem normalen Menschen gar nicht erst in den Kopf kommt, über andere zu herrschen? Okay. Ja, war irgendwie, glaube ich, eine Frage an dich oder so. Ja, ich habe den jetzt nicht ganz verstanden. Also, ich glaube nicht nur, dass Psychopathen herrschen wollen. Ich glaube auch, so normale Leute, da gibt es auch unter normalen Menschen Leute, die gerne herrschen. Das schreibt er hier in Bezug auf die AfD. Ich glaube, dieses Thema wird jetzt durchgekaut. Ja, ja, wie gesagt, aber hat ja jeder auch seinen Standpunkt gesagt. Ja, also mich, ich fände es echt interessant oder so, ja, wenn du da vielleicht mal reinguckst, in die Videos oder so, oder was auch, dann sagst du das so, weil du kannst da, glaube ich, viel, viel mehr dazu sagen als ich, ja, zu der ganzen Sache da. Und, äh, ähm, irgendwie hat mich das total gefreut, aber vielleicht war es auch scheiße, ich weiß es nicht, aber irgendwie hat mich das total gefreut, dass das mal irgendjemand aufgegriffen hat oder dass da mal jemand kritisch das Ganze hinterfragt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute sehr, sehr unkritisch damit umgehen und ich finde das auch sehr, ja, ich kann dir auch sagen, wieso. Also ich habe auch lange so überlegt, ja, was könnte man so der AfD, äh, der EBE vorwerfen, was die jetzt, äh, wo sie jetzt quasi die Schafe hinlockern wollen. Und bis jetzt habe ich nur gesehen, dass die EBE, äh, irgendwie gute Arbeit leistet. Die haben sogar eine Hilfsorganisation gestartet, die quasi durch Spendengelder, äh, Projekte im Ausland finanziert, damit quasi die Fluchtursachen bekämpft werden. Und, ähm, der Aktivismus ist nie irgendwie in Gewalt abgetrifftet oder so. Also, wenn ich merke, dass die EBE quasi, äh, plötzlich ganz anders handelt als jetzt, da bin ich auch draußen. Das war mir von Anfang an klar, aber solange sie gute Sachen macht, äh, gibt's für mich wenig Gründe, misstrauisch zu sein. Wenn du ja noch, wenn du ja noch kurz Zeit gehabt hättest, ne? Dann hätten wir ja tatsächlich mal hier ein Video abspielen können und dann hättest du mal können live was dazu sagen. Das hätte mich nämlich total interessiert, weil ich glaube nämlich, das wird hier alles wieder am Sand verlaufen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Urheberrecht, ob du das abspielen kannst. Ach, weißt du was? Äh, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass, äh, ich mir schwer davon ausgehe, dass der Aurel sagen wird, äh, top. Aber ich finde auch, der macht sich auch selber da zur Stellung nehmen. Es kann ja sogar sein, dass er das gemacht hat. Also, vielleicht hat er da sogar was gesagt dazu, der Aurel. Ähm, weißt du, also ich glaube jetzt, ich glaube, der Aurel hat da nichts dagegen, wenn ich das Ding hier abspiele oder so weiter. Es ist ja auch Promo für seinen Kanal und für sein Video, ne? Ähm, jedenfalls, äh, ich fände das, ich fände das wirklich interessant, das einfach mal anzumachen oder so und dann einfach mal da ein bisschen was zu sagen dazu oder so, weil, keiner, keiner weiß hier wirklich, von was wir reden oder so und jetzt guckt sich eh kein Schwein an, ja? Äh, ich fände das, hätte das echt mal interessant gefunden, ne? Sollen wir das vielleicht mal kurz anmachen oder so? Ja, kannst du ja mal machen. Ich bin aber nicht mehr lange da. Ja gut, aber dann brauche ich es ja nicht, äh, Ja, kannst du schon anmachen. Weil wenn du da mittendrin weg bist, dann bringt es ja nichts. wie lange, Ja, mach mal an, also. Guck mal, ich hab da hier einen Link reingemacht, ne? Kannst du mal da drauf gehen, kannst du mal grad über Bildschirmfreigabe oder so das abspielen? Äh, wenn ich Bildschirmfreigabe, Freigabe macht, dann sieht man ja diesen Link da. Wie jetzt? Also, den Hangout-Link sieht man dann bei Bildschirmfreigabe. Ne, also hast du ja den Hangout-Link drin oder was? Wo? Ja, in der Adresszeile. Ach so, ne, Moment, wenn du Bildschirmfreigabe machst, dann kannst du ja, du musst ja nicht hier das Hangout-Fenster machen, du kannst ja Bildschirmfreigabe machen von, äh, dem YouTube-Fenster dann, wo du das abspielst, weißt du, was ich meine? Ja, gibt's da eine Tassenkombination? Ne, du gehst einfach, äh, guck mal, du gehst da einfach auf Bildschirmfreigabe und dann siehst du das schon, du kannst dann hier die Fenster auswählen, du kannst dann machen entweder ihr gesamter Bildschirm, du machst einfach nur Anwendungsfenster, weißt du? Und ich muss mal grad gucken, was für einen Link hab ich denn jetzt überhaupt hier eingemacht? Ich hab hier, äh, ja, dann mach ich mal das mit dem Ding jetzt, warten Sie ja, ne? Hier, Martin Sellners Geheimagenda. Geheimagenda. Das, das machen wir, komm, wir gucken das erstmal an. Okay. Warte. Achso, warte. Bildschirmfreigabe. Äh, kannst du mir die Rechte geben? Äh, ich glaube, du kannst einfach so, ich, äh, geh dann hin und blende das ein. Ich klicke grad auf diesen Button, aber da kommt nix. Ne, du gehst da einfach hin links, also Bildschirmfreigabe. Ja, hab ich draufgeklickt. Und dann machst du hier Anwendungsfenster und du musst mal gucken, also das Fenster, wo. da kommt kein Anwendungsfenster. Irgendwie, ich klicke drauf und es passiert nix. Ne, dann geh einfach hin und, äh, dann mach doch gesamter Bildschirm und, äh, das andere Fenster tust du einfach minimieren, das Dingautfenster, weißt du? Ja, das, ich hab halt ein Linux-System und einen ganz komischen, exotischen Browser. Kannst ja, kannst ja einfach hingehen, machst du YouTube auf und dann, äh, das Video und dann machst du halt gesamter Bildschirm und dann guckst halt, dass da nix ist, was jetzt irgendwie, ne, was keiner sehen soll. Ne, ich kann ja gar nicht diese Bildschirmfreigabe starten. Also ich klicke auf dieses Icon, aber es passiert nix. Okay, dann muss ich jetzt mal grad selber hier gucken. Ich hab da irgendwie mal Probleme damit, weil dann hat man nämlich irgendwie keinen Ton oder so. Ne, äh, schau mal, ob ich die Rechte hab dafür. Du brauchst, äh, dafür, das ist, äh, das kannst du so oder so machen. Dann sieht man nämlich nicht mehr dein Bild hier, dann sieht man einfach die Bildschirmfrage, aber weißt du? Mhm. Ja, ich, ja, bei mir passiert halt nix. Äh, ich muss mal grad gucken, ja, warte mal, mhm, 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 Gehen wir mal grad hin hier, in der Arbeitzeit, Baden-Sellers-Gaheim-Agenda enttarnt. So. Und jetzt Mal gucken hier, wie wir das machen. So. Möchtest du hier mal ein bisschen größer, das? Möchtest du eine Frage? Aber es kann gut sein, dass ihr da jetzt irgendwie keinen Ton hört, also, bin mal gespannt jetzt. Seht ihr das? Hört ihr das auch? Ja, sehr, sehr, äh, leise. Und man hört so gut wie nix, ne? Ja. So, und da hab ich jetzt schon hier. Warte mal, ich kann hier mal rausgehen und wieder reingehen und es nochmal versuchen. Moment. Ja, probier mal. Okay, ich geh mal raus. Ja, also hier, Orwell-Zeit, geht mal da auf den Kanal. er guckt es mal selber an. Wie gesagt, ich hab hier echt teilweise, ich krieg das irgendwie nicht hin, ja. Aber wenn ich jetzt das Ganze mal streamen würde, wäre es was anderes. Aber ich hab hier tatsächlich mit dem Sound, ich kann das hier nicht einstellen, ja. Jedenfalls auch nicht hier bei meinem Gaming-Kanal, da fehlen auch ein paar Optionen. So. Und vielleicht geht's doch. Einstellungen, Standard, Testung abspielen, sicher. Wie gesagt, wenn ich es jetzt aber übererst machen würde, dann würde es gehen. Aber. Bewusst und nie, war es auch nicht bewusst. Ja, bei mir ist nicht, aus Sicherheitsgründen nicht mal mehr Fleisch aktiviert, also. Okay. Ja, Leute, wir sind einfach übergegängstig hin. Guckt, guckt euch selber an, ja. Guckt euch selber an. Ich werd's hier nochmal, ich werd's hier nochmal reinsetzen. Ja, mich interessiert auch eure Meinung dazu, könnt ihr gerne mal hier, ich hab's hier nochmal drin. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, dass es, dass es jetzt nicht klappt. Ihr habt die Sendung über Discord, hab ich's nicht ganz gefallen, nein, aber ihr könnt euch über Discord melden. Die ist in der Videobeschreibung drin, der Discord-Link. Ach ja, genau, ich hab jetzt, ich hab jetzt nur ganz kurz reingesapt, also, ich hab jetzt mir das nicht komplett angesehen, aber, ich denke, er hat über Frankreich geredet und die französischen Identitären. Es geht nicht mehr darum, er hat über die komplette Identitären bewegt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die EB Frankreich vielleicht doch als Elitenprojekt gestartet worden ist, aber die hat ja nix mit unseren Identitären zu tun. Ach so, dann ist ganz was anderes. Hat schon was zu tun, wir arbeiten schon zusammen, aber das ist ja, ja, du müsstest dir das selber angucken. Das ist, es geht nicht mehr darum. Ich muss es mir mal genauer anschauen, dann kann ich drauf angucken. Ja, guck dir das, guck dir das echt mal, guck dir das wirklich mal genau an. Ich finde das, ich finde das so interessant. Es ist für mich immer blöd, wenn ich nicht drin bin in der Materie oder sowas. Jetzt bin ich, glaube ich, schon vier Stunden hier, deswegen. Ja, wir können ja auch jetzt, wir können ja jetzt mal Schluss machen, ja, also, äh, es ist jetzt nicht so, als ob ich mich von der Debatte wegbewegen will. Nee, ist schon klar, aber es bringt ja auch, es bringt ja auch so nichts, es geht ja so nicht, ne? Wie gesagt, mach das einfach mal oder sowas, oder, oder du sagst halt einfach, ah komm, da passt schon alles und so, ne? Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich da drin wäre und mir da wirklich jemand stichhaltig, äh, da was präsentieren würde oder sagen würde, oh, hm, dann würde ich mir das wahrscheinlich mal reinziehen. Also, ich denke, vielleicht bin ich auch in der Sache zu naiv, vielleicht, ja, ich schaue es mir mal an. Oder auch nicht, ne? Also, das ist ja, das ist ja dir überlassen, ne? Also, ich fände es auf jeden Fall interessant, ne? Ähm, Nee, du hast jetzt in dem Video einen sehr seriösen Eindruck gemacht, also. Na dann. Oh, falls du dir das hier mal anguckst oder sowas, du kannst ja gerne in die Sendung kommen. Äh, wie gesagt, ich habe, ich habe ihn angeschrieben, aber er ist halt nicht, eh nicht online. Äh. So. Ja, Leute, wie gesagt, hier, denke ich, werde ich jetzt hier auch Schluss machen. Sehr, sehr schwache Sendung. Heute gewesen, also, äh, ja, es, ich kann nur, was soll ich das sagen? Also, wenn, wenn hier auch keiner rein will oder sowas, dann kann ich, ich kann halt nicht eine Sendung mit zehn Leuten machen, wenn nur zwei da sind, ne? Das ist halt nicht möglich, ne? Äh, und, das ist halt hier, Ja, ich kann mal diesen, äh, Kommentar von Martin Sellner empfehlen, also unter dem Video von Orwells, weil der hat ja, ja, ich glaube, ich glaube, der hat genau, da hat der Orwell nämlich auch nochmal was gesagt dazu, glaube ich. Okay. Also, ein Kleinkrieg, ja. Ja, was heißt Kleinkrieg? Also, ja, der Orwell kennt ja meine Meinung zur Herrschaft und sowas, ne? Ich habe es oft genug gesagt. Aber wie gesagt, also, ich kann jetzt nicht die verborgenen Hintergründe der EB euch preisgeben, weil ich selber in der Hierarchie eher sehr weit unten stehe. Ja. Ich habe halt mit meiner Ortsgruppenleiterin zu tun und ab und zu mit der, ja, mit der, mit der, mit, äh, ja, mein Stotter. Johans, schmeiß die alle raus, hier mit diesen arabischen Schriftzeichen. Ich kann es nicht lesen. Da steht doch vielleicht drin, Let's Play ist der geilste oder so. Aber, aber, Okay. Ja, dann wünsche ich euch eine angenehme Nacht noch. Alles klar, schön, dass du da warst, ne? Okay. Tschüss. Bis dann. So, Leute, wollt ihr sonst noch irgendwie was besprechen oder so? Hier irgendwie. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir fast, ich hätte besser keine Sendung gemacht heute, ne? Also, das war ja echt heute ein Griff ins Klo. Es war ja schön, dass der Jasso Ninkens da war, da hat man so ein bisschen was, ne? Haben ein paar konträre Meinungen, aber das war heute wirklich, wirklich schwach. Was heute wurde nach einer Woche wie Def gespürt? Okay. Okay. Die Sendung war gut, aber ich fand die Sendung nicht gut. Jedenfalls nicht an den Standards gemessen, was ich schon für Sendung gemacht habe. Ich fand das heute wirklich hier so ein bisschen, ich habe auch gehofft, dass vielleicht noch der eine oder andere reinkommen würde. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr reinkommen wollt. Jetzt blei, hey, was, Display? Sei mal nicht so selbstkritisch, muss ja nicht jedes Mal legendär sein, wobei ich auch nur seit 15 Minuten hier bin. Der Robert to Fall ist da. Robert to Fall, hast du Bock reinzukommen? Du bist doch jetzt auch raus, oder was, ne? Irgendwas war doch da, ne? Oder was war das schon wieder für eine Geschichte? Aber hier, falls der Tony sich das hier mal anguckt, also hier Hut ab vom Robert to Fall, weil das einer der wenigen war, die hier mal beim JB, bei diesen komischen Videos da über den Tony gemacht hat, Robert to Fall war einer der wenigen, die Tony verteidigt haben. Also das, hier Tony, falls du das siehst, das kannst du dem eigentlich wirklich mal zugutehalten, ne? Sehe ich jedenfalls so. Ja? Ich werde mir für den Tony kein Bein mehr ausreißen, ne? Aber hier, und ich glaube, es ist ja vorher schon mal irgendwie, der wäre raus oder sowas, ne? Ja, er war nie drin, ja, ich weiß es auch, aber Tony ist halt seine Bezeichnung, ne? Und da muss man echt sagen, also Robert, ich bin nicht jetzt der Tony wäre oder sowas, ne? Da würde ich schon sagen, danke Robert, ne? Aber jetzt weißt du auch mal, Robert, von was die Rede ist, wenn ich sage, es nimmt wahnhafte Züge an. Jetzt hast du es selber auch mal gesehen, was da für seltsame Videos gemacht werden, ne? Nur, dass es jetzt halt ihn mal selber getroffen hat, Tony? Vorher wurde das einfach toleriert, solange es nur gegen mich ging, ne? Dann hat es ja gepasst. Und jetzt nicht mehr, ne? Die ganze Welt ist raus, mittlerweile sind nur noch 16-Jährige übrig, die man auch ausschließen kann. Oder 19-Jährige, ne? Hier steht für sich ja eben, also Robert, wenn du Bock hast, kannst du ja gerne reinkommen. Ich hatte übrigens ein schönes Video hochgeladen, Hans-Food leider mal wieder gestrikt. Jim Carrey, Cable Guy. Ich kann dir empfehlen, guck dir nochmal den Film Cable Guy an, diese Szene, wo die da daheim sind, bei diesem anderen Typ, wo er dann irgendwann durchrastet und Jim Carrey dann einen abzieht. Ganz wichtige Szene. Leider gestrikt. Ganz, ganz wichtig. Wo es darum geht, ob derjenige, der nett redet, auch wirklich immer nett ist. Das viele nicht verstehen und wahrscheinlich auch nie begreifen werden. Robert, du kannst mir gerne auf Discord schreiben, ne? Ich hab, äh, du musst mal gucken, unten in der Videobeschreibung ist auch der Discord-Link. Äh, was, 35? Robert, du bist ja schon uralt, ey. Ich hab hier nur mit deinen Knackern zu tun. Äh, ähm, ja, wie gesagt, Discord halt, ne? Kann dir gerne den Link schicken. wenn du irgendwas zu sagen hättest. Aber vorhin, den Peter Planflach wollte ich auch reinnehmen, aber der war heute nicht so in Top-Form, hat er, glaube ich, geschrieben. Ja, und mit diesem Libertarismus, das wir heute besprochen haben, das war echt nur, dass überhaupt irgendwas gesagt wurde, weil es kommt einem echt schon zum Hals raus. Ihr wisst es ja, ne? Das war auch gut, dass zumindest mal Jason das ein bisschen anders gesehen hat, weil sonst wäre es ja ganz langweilig geworden. Was für ein Ende heute. in den Chat schreibt auch keiner mehr was. Was hört vor? Mir ist gerade mein Handy abgeschmiert. Nach einem schönen Tag mit was? Mit Niki kam ich heim und hatte irgendwelche Apps auf dem Handy und zack, Handy abgeschmiert. Meine dauernd nicht so gut. vielleicht bist du ja dann mal ein bisschen auf Krach gebürstet oder so, dann ist das vielleicht interessant. Ich finde, das war heute ein ganz schwacher Auftritt. Gerade auch von mir, der war sehr, sehr schwach, finde ich. Aber du musst doch zugehen, Robert, jetzt wo du mal diese Kacke gesehen hast, auch von JB oder so was, wird dir jetzt klar, was ich damit gemeint habe, dass das wahnhafte Züge annimmt? Ich will jetzt nicht wieder die ganze Zeit mit dir darüber quatschen, ja. Aber erschließt sich dir das so langsam? Und da kann jeder der Nächste sein. Das muss man vielleicht einfach mal selber erlebt haben. Über mich wurde ja wohl auch wieder was hochgeladen. Ich gucke mal gerade, was das ist. Ja, das ist mir klar. Ja, das ist wichtig. Wir hatten jetzt schon wieder was. Was? AstroToni? AstroToniTV. Bruderstein in Love to the Globus. Aha. Ich wusste gar nicht, dass ich den noch abonniert habe. Was für einen wahren Enerschisten wie Let's Play wäre dies möglich? Ich muss mir jetzt gerade mal gucken. Warte mal. So, jetzt hat aber hier mal der JB wirklich die knallharten Argumente. Also dagegen kann ich jetzt echt nichts mehr sagen. Ich wurde entlarvt. Und zwar mal wieder auf ganzer Linie. Ich werde das jetzt einfach mal so hier abspielen. Ein Ausschnitt aus meiner Sendung vorhin, wo wir so ein bisschen rumgealbert haben. Wartet mal. Ich spiele das jetzt mal ab. Ich hoffe, ihr hört auch was. Vielleicht leistet ja die CSU die beste Arbeit, die man sich so vorstellen kann um gewissem. Ja, ja, wahrscheinlich. Oder es ist ja alles richtig gemacht. Ja, oder es ist ja alles komplett Toni oder sowas. Und wir haben uns echt nur reingesteigert. Und es wird alles gut. Vielleicht wird sogar wirklich alles gut. Naja, also jetzt ist alles rausgekommen hier. Also ich glaube, da kann ich jetzt echt nichts mehr sagen. Weil es steht ja auch schon im Titel drin, für einen wahren Anarchisten wie Let's Play wäre dies möglich. Wir haben jetzt natürlich auch gar nicht irgendwie Spaß gemacht oder sowas. Wir haben das wirklich ernst gemeint. Also, dass die CDU alles regeln wird und so. Also, das war mir schon immer klar. Merkel, die weiß schon, was gut für uns ist. Also, ich wurde mal wieder entlarvt. Also, da... Was soll ich dazu noch sagen, ne? Ne? Das ist echt geil. Ich habe gedacht, er wäre wenigstens wieder irgendwas mit Einhaukssymbolik oder so. Aber da... Also, JB, das war jetzt aber echt schwach. Ja? Das... Das war wirklich schwach. Ja? Naja. Ja, es wird eh immer schwächer, ne? Ich sehe auch, was vom Teil wirklich Hochkonjunktur hat. Bei MJB habe ich gesehen, das sind halt tatsächlich... Wobei, das appt eigentlich auch schon wieder ab. Wenn er da irgendwas über den Tony macht oder so. Und ich habe schon gesehen, wenn er da Videos über mich macht, die haben inzwischen schon mehr Daumen nach unten als nach oben. Das ist so geil. Und das ist so geil. Und Tony ist genau umgekehrt. Ja, aber was sagt das eigentlich über die Leute aus? Trotzdem holen, ne? Weil ja die Videos, die bei Tony gemacht werden, hier mit dieser Symbolik, da hat er irgendwie mal so die Hand am Auge oder so, die sind natürlich genau so schwachsinnig, wie das, was über mich gemacht wird. Aber ich muss da auch mal ein bisschen drüber lachen oder so, weil als über mich das alles gemacht wurde, fand Tony das ja auch prima. Und ich finde es noch nicht mal prima, was der JB da macht, weil ich habe ja sogar noch gesagt, dass das Kacke ist. Öffentlich. Wer hat denn öffentlich in einer Sendung, in einem Video gesagt, dass das Schwachsinn ist? Die meisten feiern das nämlich total ab. Ja. Aber was ich abfahre, ist, dass dadurch mal einiges klar wird, hoffentlich. Ja. Oder auch mal dem Tony klar geworden ist, dadurch. Der gute Mann fängt an, mir faschistische Züge zu unterstellen. Wer? Jetzt habe ich ihn wieder hier in JB promotet. Geht die auch hier? Und Leute, hier mit CDU, dass ich ja wohl hier für Herrschaft stehe, ne? Also das dürfte ja wohl jeder wissen. Da haben wir echt genug Sendungen drüber gemacht für Herrschaft, ne? Also wirklich jetzt. Also das dürfte ja wohl jeder wissen, ne? Da gibt es jetzt auch wieder einen Ausschnitt davon, wo ich jetzt gesagt habe, ne? Vermutlich. Gut, Flo. Ja, aber der ist bestimmt gesperrt, okay. Ja, aber dann merke ich doch ein bisschen hier bei JB oder so, dass sich da auch etwas dreht, ne? Dass doch jetzt mal der eine oder andere äh, doch mal etwas kritisch nachdenken mit den Videos, ne? Ja. Ja. Wer mit dem Schwert kämpft, kommt durch das Schwert um. Wenn ich so ein Verhalten toleriere, wie das von JB, wie er hier mit irgendwelchen Leuten umspringt oder so, und denke, ach, das nützt mir jetzt, ah, dann schreibe ich mal schön Geldkipperneste ausgehoben oder was auch immer und feiere das ab und kritisiere das nicht, und dann bin ich über der Nächste, der vielleicht auf der Liste steht oder so, dann, sorry, dann kann ich das eigentlich nicht so wirklich mehr mitleiden halt. Ich kann höchstens sagen in der Öffentlichkeit natürlich, dass das Blödsinn ist, ja. Aber mit mitleiden kann ich so jemanden natürlich nicht, ne, weil das ist einfach nur die logische Konsequenz, die dann daraus erwächst, ja. Und die nächsten Opfer sind schon vorprogrammiert, ne, da trifft es jetzt halt bald mal den Nächsten, ja. So ist das einfach, ne. Wer nicht stören will, muss fühlen, ne. Da gibt es jetzt schon auch wieder schöne Ausstädte. Was? JB hat meine Laune gerettet. Ich war vorhin total lethargisch und jetzt wieder hier. Ich glaube, das hat er nicht beabsichtigt damit. Hoffi, die Masken sind gefallen, ja. Das erinnert mich aber hier gerade wieder eher an was Negatives. Du wurdest vollempfänglich in der Last Agent Gatekeeper, ja. Wahrscheinlich arbeiten wir sogar wir beide zusammen, Flublus, ja. Nehme ich mal an. Das Video, was ich da über dich hochgeladen habe, das war einfach nur, um abzulenken. Reißerlicher Vogel. Bist du der rote Vogel, reißerlicher Vogel? Ich bin ja noch nicht lange hier bei dir als Gast. Aber du wirst oft entlarvt, ja. So kommt alles raus, ne. Schon nicht zu glauben. Faszinio, Robert Tufor, kann doch nicht sein, dass jeder hier als Satanist bezeichnet wird, nur weil er sie sich am Kopf kratzen. Das ist zu viel des Guten und wirkt im Gegensatz. Ja, aber ich bin froh, dass sogar du das mal verstanden hast jetzt, ne. Dann dürftest du eigentlich doch die anderen verstehen. Aber Toni irrt sich. Bin ich? Vielleicht liege ich da jetzt auch falsch und ich erinnere mich nur falsch, ne. Aber ich glaube, er hat mal ein Video gesagt zu der Symbolik. Entweder wäre es unbewusst oder Vorsatz. Und das ist leider falsch. Denn die dritte Möglichkeit, die wird gar nicht in Betracht gezogen. Nämlich, dass ihr schon wüsst, dass da wieder irgendwo was reininterpretiert werden kann. Aber dass es euch einfach egal ist. Ja. Dass ihr einfach das Thumbnail nehmt, was hier wirklich dazu passt gerade. Und was gut aussieht. So. Und da ist jetzt vielleicht irgendwo blau. Äh, blau, ja. Blau oder rot oder was auch immer. Da kann man wieder irgendwas reininterpretieren. Aber ihr benutzt es einfach trotzdem. Ja. Weil im Grunde genommen kannst du fast überall etwas reininterpretieren. Und wichtig ist ja der Gesamtzusammenhang. Ja. Also, es ist einfach witzlos. Und dass man überall etwas reininterpretieren kann, haben wir ja jetzt ja bei den Videos gesehen über Toni. Was ja total lächerlich war, ne. Also, ich muss mir auf Discord, mach einfach, ich, äh, weißt du was, ich kann dir gerne hier den Link reinsetzen. Da gehst du einfach drauf, das ist eigentlich gar kein großes Problem. Ich hab das, glaub ich, innerhalb von zwei Minuten gemacht oder so. Wenn man sich so einen Discord-Server erstellen will, ja, das ist, äh, das ist etwas komplizierter, ja. Aber hier einfach, da sich anzumelden, ist kein Problem. Ja, bloß, ich bringe einen Flach mal mit. Ja, weißt du, weißt du, Robert, und ich sehe das halt auch so, dass, äh, weißt du, die Leute, die wirklich Symbolik verwenden und da, wo das wirklich eine bestimmte Bedeutung hat, ne. Und wenn man das jetzt so inflationär benutzt, dass da jeder irgendwie jetzt ein Agent ist oder was, oder jeder Zweite oder egal was, ne, oder sogar Leute, wo es total abwegig ist, dann, dann wird das ja total lächerlich gemacht dadurch. Verstehst du, das nimmt doch gar keiner mehr ernst, ne. Ja, ich meine, die Leute, die noch zwei, drei Gehirnzeilen haben, ja, nachdem das Video über mich gemacht wurde und dann über Toni, wer will denn das noch ernst nehmen? Und dann bringt der JB vielleicht wirklich wieder gute Inhalte, wo wirklich tatsächlich dann ab sich die Symbolik verwendet wird, aber das nimmt kein Schwein mehr ernst dadurch. Ja. Oder ist das beabsichtigt dadurch? Ich weiß es nicht. Sollte man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Eindeutig, zweideutig, ja, absolut, let's play. Kann gut sein. Ja, dann heißt es wieder hier, ach, guck mal, die Verschwörungstheoretiker oder so, ne. Guck mal, die interpretieren ja überall was ein, ne. Wobei ich wirklich, äh, in einem Punkt JB verteidigen muss. JB ist nicht verantwortlich für die Dummheit seiner Zuschauer. Ah, da ist er ja! Rupert Stilzchen. Das hat dir der Teufel gesagt! Sechs, 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 ein Auge plus Double, six, 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 Combination ist nicht abwegig. Na dann. Ja, JB, also du lässt wirklich nach, weil ich hab das vorhin mal abgespielt und ich war echt total enttäuscht. Wann kommt denn eigentlich mal das große Video mit meiner kompletten Ein-Augen-Symbolik, Freimaurer? Du hast ja zwar da ein bisschen eingebaut, aber das ist ja echt, du hast halt ja nur von dem anderen da genommen. Der ja schon mal was über mich gemacht hat. Ich dachte, du machst ja mal was eigenes oder so. Fällt dir was auf? Die kommen gar nicht so gut an, die Videos gegen mich, ne. Was mich selber total überrascht, aber ich find's geil. Der ist der doch. Wenn man vom Teufel spricht, ja. Den Namen, den man nicht nennen darf. Jetzt, Blaise, hab's hochgeladen, weil ich sowas auch niemals im Spaß sagen würde. Ja, aber JB, was ist da jetzt eigentlich los mit dir? Bist du eigentlich hier angesetzt auf die Szene, um alle Gegenden aufzuhetzen? Oder bist du irgendwie wahnhaft? Glaubst du das wirklich? Ich mein, damals, als der Sam Jones halt gesagt hat, mit hier von wegen, nimm mal deine Medikamente oder so, ne. Da hab ich das irgendwie noch für den Spaß gehalten. Aber inzwischen ist das mit 3.1, glaub ich. Vielleicht solltest du wirklich mal deine Medikamente. Wie wär das denn? Also, jetzt mal im Ernst. Was ist der Geldgeber bei euch Babylon? Gar nicht gut an, weil du dir 10 Accounts machst und Sam Jones 10 Daumen runter. Dann haben wir ja schon 20 Accounts, ne. Das sind alles nur wir. Wir machen uns lauter Fake-Accounts und dann machen wir immer die Daumen runter. Der hat uns schon wieder enttarnt, ne. Scheiße. Heute ist der 6.6.18. 8.666. Ja. Ohne Scheiß, Robert, zu voll. Also, das muss schon was zu bedeuten haben. Weil, das ist doch hier jetzt eindeutig datanisch, dass ich an dem Tag. Und ich hab auch noch 36 Zuschauer. 3 mal 6. Hm? Klingelt's? Ja. Wie man jetzt wieder lesen kann, wird langsam Zeit für deine Psychopharmaka. Was nimmst du da so für Psychopharmaka ein, äh, Jaby? Oder beziehungsweise nicht ein? Jo, trau ich euch locker zu. Ne, ein Daumen war von mir. Scheiße, schon wieder Plan durchkreuzt. Robert, zu voll. Mach mal hier mit, äh, mach mal mit Discord. Ach, wenn du schlecht drauf bist, ist egal. Kannst doch von mir das rumfüllen. Wir haben festgestellt, es wird zu wenig gebrüllt in meiner Sendung. Ja. Da bleiben die Zuschauer fern. Let's play. Meinst du, du reißt mit dieser Art irgendwas raus? Ich will mich ja nur herausreden. Ich will nur ablenken von meiner offenkundigen Gatekeeper. Wie nennt man das? Gatekeeperschaft. Let's play. Meinst du, du reißt mit dieser Art irgendwas raus? Wem glaubst du hier, dass du, was? Wem glaubst du hier, dass du vor dir hast, du Psychopath? Hahaha. Du bist mir nicht gewachsen. Oder was? Mit der deutschen Rechtschreibung machst du das auch nicht so, ne? Alles klar. Du bist mir nicht wie, dass du mit dem tested gesammert. Und jetzt Dateов wird uns ebenso, was. Nicht richtig. Aber ich würde dir, wie sich das jetzt an workrobiert, muss plutôt das das, was heute ein paar mal noch neu machte. Und das ist da. Und jetztesta Was, ich brülle nicht nur, wenn Asgard da ist. Ja, hier muss, glaube ich, mehr gebrüllt werden. JB ist wie ein trauriger Clown. Ich bin da bei dem JB echt nicht so sicher. Ist der, glaubt er das echt eigentlich? Oder ich weiß es bei dem nicht. Manche haben schon gesagt, der ist vielleicht eine künstliche Intelligenz. Oder von mir aus auch künstliche Dummheit. Oder künstliche Paranoia. Was? Und du, Sam Jones, was wird so kleiner Lügenbold eigentlich? Aha, mach lieber eine Anzeige gegen mich. Uh, 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 jetzt geht es hier wieder ab. Ja. Na ja, JB, wenigstens bringst du hier ein bisschen Stimmung rein, ne? Unterhalte uns mal ein bisschen. Was hältst du davon? Das allerbeste Video war noch, wo er jetzt über den Tony hochgeladen hat. Äh, irgendwie, wo er dieses Video über diesen Typ da, diesen 19-Jährigen oder was gemacht hat. Antwort-Video. Wo der dann irgendwie, äh, wie macht er dann, wo er sich so an den Kopf fährt und so. Und dann noch die Triple Six. Und das war bestimmt wieder Absicht gewesen, ne? Der Tony ist bestimmt Geheimagent. Der JB hat wieder alles entlarvt. Was? Anzeige ist raus. Okay. Der Rainprane ist da. Rainprane. Ey, Rainprane, ich war erstens richtig enttäuscht, weil als du mich so ein bisschen getriggert hast, da war wenigstens der Gaming-Stream interessant und dann bist du aber lange Zeit nicht gekommen. Da bist du ja, Rainprane. Das, Sam gelogen hat, stimmt. Aber das mit den Hintermännern hat Tony übersponnen. Ach so, der Rainprane, der geht jetzt hier mal wieder ganz objektiv an die Sache ran. Rainprane, erzähl mir doch mal hier im Chat, schreib es doch mal rein, was ist eine Lüge? Definieren wir das mal, Rainprane. Schreib mir das mal hier rein. Ja. Gingst du da hin, Rainprane? Ich dachte, du wolltest ein Video machen. Hier, Herr Geldkeeper, Sie hätten es doch bestimmt gewusst, die Antwort, oder? Das Gegenteil von der Wahrheit. Das ist die Definition für die Lüge. Das ist falsch. Das ist sehr unzureichend definiert. Hier, Herr JB, Sie hätten es doch bestimmt gewusst. Kommen Sie. Hm? Die wissen doch bestimmt die Antwort. Debil. Mann, ich fasse mir am Tag, was weiß ich, 30 Mal an den Bart und durch dich muss ich jedes Mal an dem Video über Tony denken, Symbol. Ja, da bist du anscheinend auch Freimaurer oder was? Agent. Roboter. Fluss, Lüge ist das, was Tony für eine Lüge hält. Ja. Also eigentlich, was Tony festlegt, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Oder wenn der JB oder so, ne? Scheinbar, ne? Reißerlicher Vogel, du solltest wissen, dass Symbole zum Guten sowie auch zum Bösen benutzt werden können. Das macht jedoch nicht das Symbol an sich. Kann mir jetzt jemand mal hier, ist irgendjemand hier im ganzen Chat von 34 Leuten in der Lage, mir mal eine Definition abzuliefern, was eine Lüge ist? Kriegt das irgendjemand hin? Was eine Lüge ist? Willst du davon wissen? Ja. Ich will kein Beispiel wissen für eine Lüge, weil das tapert eh mal ein bisschen bei dir. Schreib mir mal die Definition hier rein, was ist eine Lüge? Ich sehe jetzt hier wirklich bei allen, ne? Die will das hier nicht reinschreiben, aber die aktiv hier im Chat sind, aber die schreiben mir das jetzt nicht hier rein, ne? Da ist doch wirklich, und gerade bei ganz bestimmten Leuten, ne, die das hier fälschlich auch benutzt haben, diesen Ausdruck, da sehe ich doch, dass jemand anscheinend nicht an der Wahrheit interessiert ist, oder andere Interessen hat er auch noch, ne? Du solltest wissen, blablabla. Ne, nutze ich nicht, dein Video zu machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob du und Sam Agenten seid. Ach so, so ist es. Na dann. Eine Lüge. Oh, Sam. Oh, 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 hier. 100 Punkte, ja. 100 Punkte, Sam Jones hat es geschrieben, eine Lüge ist eine bewusste Täuschung. 100 Punkte, Sam Jones. Gatekeeper Watch Babylon, eine Lüge ist nicht bewusst, kann auch bewusst sein. Absolute Schwachsinn, JV. Absolute Schwachsinn, JV. Wenn sich hier jemand gerade selber entlarvt, dann bist du das. Und, JV, du kannst, ich sage jetzt mal ganz klar, ne, wer sich für den Unterschied nicht interessiert, ne, das kann meiner Meinung nach kein echter Truther sein. Da sieht man schon, was Sache ist, ja. Vor allem nicht, wenn man jemanden darauf aufmerksam macht und das Ganze noch verdreht. Was? Also nochmal, um das jetzt hier auf den Punkt zu bringen, ne, für alle. Eine Lüge ist eine bewusste Täuschung. Die Lüge setzt das Wissen um die Wahrheit voraus. Ich kann erst jemanden bewusst täuschen, wenn ich auch über die Wahrheit Bescheid weiß. Eine Lüge ist immer die Unwahrheit. Aber die Unwahrheit ist nicht immer die Lüge. Versteht ihr? Weil die Unwahrheit auch unwissentlich gesagt werden kann. Aber die Lüge kann nicht unwissentlich gesagt werden. Die Lüge kann nur wissentlich passieren. Das ist der Unterschied. Was schreibt der Webster? Eine Lüge ist, was dich enttäuscht, wenn du merkst, das ist alles unzureichend. Und unbewusst ist ein Irrtum. Dann ja genau, Rainbrain. Ja? So sieht's aus. Ich habe es oft genug gesagt in meinen Sendungen. Ja? Auch wo es um Klarstellung ging, es hat keinen interessiert. Und die Frage ist, warum ist das wohl so? Hm? Das ist total entlarven. Absoluter Schwachsinn. Bist du Let's Play? Du bedienst dich der Wikipedia-Definition, weil du ein Systemdeck bist. Nee, da brauche ich keine Wikipedia-Definition. Das ist vollkommen klar. Ich habe sogar mal eine Sendung mit Jabba darüber gemacht. Wo wir das mal klargestellt haben. Absoluter Schwachsinn. Eine Lüge ist eine bewusste Täuschung. Sonst würde es ja diesen Unterschied gar nicht geben. Verstehst du? Du musst das ja irgendwie unterscheiden. Ja? Ja? Und das unterscheidet man mit diesen Wörtern. Da siehst man schon, in welcher Idiotie du feststeckst. Nein, eine Lüge muss nicht bewusst sein. Doch, sie muss bewusst sein. Sie muss bewusst sein. Du kannst nur jemanden bewusst täuschen, wenn du auch weißt, wie sie in Wirklichkeit ist. Nur mal angenommen, die Erde ist flach. Ja? Und ich wüsste jetzt, dass die Erde flach ist. Und dann sage ich, nein, die Erde ist ein Globus. Dann ist das eine bewusste Täuschung. Da muss ich aber vorher erst mal wissen, wie es wirklich ist. Wenn ich das aber gar nicht weiß oder glaube zu wissen, dass es anders ist, dann ist das keine bewusste Täuschung. Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Ötum und Vorsatz. Ja? Und wen das nicht interessiert oder wer oder wen das nur interessiert, wenn es gegen andere geht, ist es Leuten egal zum Teil. Und wenn es dann gegen einen selber geht, da kennt man dann den Unterschied plötzlich wieder. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Für die eigene Glaubwürdigkeit. Ich habe den Unterschied immer herauskristallisiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals was anderes behauptet habe. Und wenn, dann war es unwissentlich. Aber ich kann mich echt nicht daran erinnern. Da sieht man schon, welche Idiotie du feststeckst. Die absolute Definition kann ich dir nicht geben, da ich die absolute Wahrheit nicht kenne. Das ist auch wieder ein absolut hohl, absolut dumm, was du da wieder schreibst. Eine einfache Lüge wäre, die Wahrheit zu kennen und dennoch sich falsch zu erinnern. Ja, genau. Wäre das doch nicht dumm, was du da schreibst. Eine einfache Lüge, genau. Eine Lüge ist, wenn du die Wahrheit kennst und die du dennoch falsch äußerst. Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann ist es einfach nur eine Falschaussage. Das ist dann trotzdem die Unwahrheit. Das ist nicht bewusst. Das ist ganz wichtig, da zu unterscheiden. Und das ist sehr schwierig herauszufinden, bei wem denn jetzt Vorsatz vorliegt und bei wem nicht. Und ich würde mich da sehr zurückhalten, solange ich nicht absolut sicher sagen kann, dass da Vorsatz vorliegt. Wenn ich nämlich Leuten Vorsatz unterstelle und es war dann gar kein Vorsatz und es kommt raus, dann ist das nicht gut für meine Glaubwürdigkeit. Nur wenn ich jetzt sage, wenn zum Beispiel Leute sagen, ich bin der Einzige im deutschsprachigen Raum, der immer bei der Wahrheit geblieben ist, dann ist das sehr schwierig zu erfüllen, weil derjenige wäre ja auch nicht bei der Wahrheit geblieben, wenn er zum Beispiel durch ein Irrtum eine Falschaussage getätigt hat. Versteht ihr? Das heißt dann aber trotzdem nicht, dass derjenige ein Lügner ist. Für mich ist zum Beispiel Toni Mahoni kein Lügner. Dennoch tätigte er sehr, sehr häufig Falschaussagen in letzter Zeit. Gerade auch gegen mich hat er sehr viele getätigt. Aber das macht ihn nicht automatisch zu einem Lügner, denn meiner Meinung nach glaubt er ja auch, was er sagt. Das macht es im Endergebnis auch nicht unbedingt besser, was am Ende dabei rauskommt. Aber das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja? Nein, eine Lüge muss nicht bewusst sein. Ja, wie gesagt, JB, du kannst dir erzählen, was du willst. Ja? Das ist halt die Lügendefinition von Java, wenn ich schon recht im Sinne. Ja, genau. Und da haben wir ja, also ich und Kurt, wir haben ja dann auch Java darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht funktioniert. Ja? Dass einfach unterschieden werden muss zwischen Irrtum und Vorsatz. Und ich muss sagen, das war ein ganz großer Ausdruck von Kurt. Hat er wirklich toll gemacht. Und wenn da nicht noch diese Sendung mehrfach gesprengt worden wäre, dann wäre da vielleicht noch viel mehr rausgekommen mit Java. Das fand ich eigentlich sehr schade. Das erzählt auch Wikipedia und diese Agenten, damit sie einen Spielraum haben für ein Bullshit. Wie gesagt, JB, du kannst es echt haken. Es ist im Grunde genommen vorbei. Ja? Ja? Übrigens zu sagen, die Erde ist augenscheinlich flach. Auch wenn es vielleicht jetzt wirklich ein Globus ist, ist übrigens auch keine Lüge. Das ist noch nicht mal eine Falschaussage, weil die ja wirklich augenscheinlich flach ist. Versteht ihr? Ja, die Konsequenz bleibt dieselbe, weswegen es Agenten wie Let's Play auch brauchen und verschwunden werden. Ja, aber guck mal, Gatekeeper. Der Name passt eigentlich schön. Ja, was heißt denn? Ja, nee, aber... Aber weißt du, JB, ich finde das total geil, dass das irgendwie alles rausgekommen ist oder sowas. Oder sogar Sachen, die ich schon vorausgesagt habe oder so, dass die dann so angetroffen sind. Ich finde das total geil. Und das ist mal auch schön, dass du auch dabei geholfen hast, rauszukristallisieren, wer sich wirklich für die Wahrheit interessiert und wer nicht. Und wer einfach nur sich als Opportunist hier verhält. Verstehst du? Da hast du ja auch mitgeholfen, um das rauszufinden, finde ich. Also, ja. Im Endresultat, was im Endeffekt dabei rauskommt, dafür ist es auch unerheblich, ob du einfach wahnhaft bist oder ob du davon, oder ob du einfach hier vorsätzlich Sand ins Getriebe streust oder was auch immer, oder Leute aufhetzen will, das ist unerheblich. Aber du musst dir ja selber darüber im Klaren sein, dass du dich ja auch immer mehr unglaubwürdig machst. Und ich frage mich echt, da bin ich nicht so ganz dahinter gestiegen, was das soll. Die Sache ist an sich nicht der Klau an die flache Erde, sondern die ganzen Verbindungen, die sich damit ergeben und das macht das interessant. Eigentlich sehr schade, Robert, dass wir beide nie wirklich großartig über die flache Erde gesprochen haben miteinander, weil das ist ein Thema, wo du echt was sagen kannst. Toni Mahony ist für Let's Play kein Lügner, weil beide Agenten sind. Ah, ha, ha, ha. Wahrscheinlich alles nur inszenierter Streit, ne? Aber dann wären wir zwei echt tolle Agenten. Ich finde, dann hätten wir es echt glaubwürdig rübergebracht. Findet ihr nicht? Vielleicht ist das ja so wie Captain Kirk in dieser Folge The Enterprise Incident, wo sie dann so spielen müssen. Der Captain Kirk und der Mr. Spock, der Kirk so dann irgendwie so wütend ist oder so, und dann kriegen sie in die neutrale Zone ein und dann, dass der Kirk das auf eigene Faust gemacht hat. Aber in Wirklichkeit hat die Föderation das befohlen, damit er die Tarnvorrichtung der Romulana klauen soll. Dann muss er da so ein bisschen Theater spielen. Vielleicht sollen wir ja deine Tarnvorrichtung klauen, Gatekeeper. Damit du enttarnt wirst. Die Leute wissen jetzt, dass du ein Agent bist, let's play. Ja, aber letztens kam ja auch dieser eine Typ da, hat ja auch nochmal gesagt, mit den Einnahmenvideos, da habe ich ja auch gesagt, ich kann mich nicht mehr rausreden. Das weiß ja jetzt jeder, das ist jetzt offenkundig. Da kannst du dich noch hundertmal im Kreis drehen, nimmt dir keine ab. Ja, das wissen ja jetzt alle inzwischen. Robert Tufoy, von wem denn? LP, du hast immer noch nichts zu den Lügen von Sam gesagt. Woher willst du denn eigentlich wissen, dass es eine Lüge war, Ryan Prime? Woher willst du denn wissen, was der gesagt hat, dass er überhaupt das Wissen um die Wahrheit hat? Außerdem wurde da auch einiges verdreht. Wir haben da auch vieles klargestellt, Sam Jones auch selber. Du musst ja erstmal wissen, kennt ist überhaupt Sam Jones im Besitz der Wahrheit? Und dass er dann gelogen hat. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn jetzt zum Beispiel Sam Jones tatsächlich überzeugt davon ist, was er sagt, dann ist es ja keine Lüge. Verstehst du? Und beweis erstmal, dass das nicht so ist. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Zumal er niemand ist, der sich wirklich intensiv mit diesem Thema befasst hat. Das habe ich aber auch in der einen Sendung gesagt, wo es zu mir klar kam mit Toni, wo ich gesagt habe, okay, 99 Prozent der Leute sind davon überzeugt oder nehmen an, dass die Erde ein Globus ist. Und sind das jetzt alles Lügner? Nein, natürlich nicht. Das ja keine vorsätzliche Täuschung ist, wenn die Erde tatsächlich flach wäre. Jetzt blähe, du kannst nicht mal eine Lüge und Wahrheit definieren. Du machst dich ja lächerlich. Die Lüge habe ich definiert. Ich kann doch gerne die Wahrheit definieren. Die Wahrheit ist das, was wirklich ist. Ungeachtet von meiner Wahrnehmung oder wie ich etwas interpretiere. Die Wahrheit ist das, was wirklich ist. Das ist die Wahrheit. Und jeder hat einen unterschiedlichen Wahrnehmungen. Aber die Wahrheit ist nicht verhandelbar. Sag mal, Flo Plus, ich bin für dich ein alter Mann, oder? Flo Plus ist auch nicht mehr der allerjüngste, aber du bist schon ein alter Mann, denke ich. Im Gegensatz zu ihm, ja. Unterschreibe den Hüllerwisch. Übrigens, Toni hat nochmal ein Video dazu gemacht, zu Hüller. Also er hat es eigentlich mehr oder weniger doch eigentlich auf den Punkt gebracht, was das betrifft. Ich habe das, glaube ich, nicht ganz gesehen, aber ich habe ein bisschen da was gesehen davon. Und das war ja so eigentlich jetzt. Trotzdem ist ja bei ihm auch wieder die selektive Wahrnehmung. Aber das, was Hüller da betrifft und gerade mentale Reservation, das muss man alles beachten. Das ist wichtig. Flo Plus, was für diesen Agenten in irgendwas fällt, ist relevant, nur die Wahrheit zählt. Sim Jones hat gelogen, Agenten verdreht den Begriff Lüge, um einen Spielraum zu haben. Ich glaube, da sind die meisten Leute sich einig, dass Lüge eine bewusste Täuschung ist. Und wenn man das aber verdreht, damit man sich alles so hinbiegen kann, wie man will, da sollten die Leute sich da mal Gedanken machen. Das ist ganz einfach. Kann Sam Jones das beweisen, was er sagt? Nein, kann er nicht, weil er behauptet Lüge. Nee, nee, du musst nicht unbedingt etwas beweisen können, was du sagst, damit es keine Lüge ist. Guck mal, du behauptest ja zum Beispiel auch Sachen über mich. Aber wenn du davon überzeugt bist, bist du noch nicht mal ein Lügner. Das ist nämlich interessant, ne? Ja. Ja. Agenten sind impliziert, dass jemand für jemanden arbeitet. Agenten brauchen es, ich meine, wenigstens ist jetzt hier noch ein bisschen was los. Agenten brauchen es, dass sie irgendetwas behaupten können, andauernd, so funktioniert die Matrix. Deswegen verschworen sie den Begriff Lüge, weil sie sonst keinen Spielraum haben. Ich habe es jetzt definiert, ja. Ich glaube, da würden mir hier wahrscheinlich alle Leute, die noch zweiter Grünzeln haben, recht geben, dass es einen großen Unterschied macht, ob etwas vorsätzlich passiert oder unwissentlich. Ganz, ganz großer Unterschied. Und deswegen hat man die verschiedenen Wörter, ja. Deswegen ist eine Lüge ja auch eine bewusste Täuschung, ne? Und Wörter haben schon eine bestimmte Bedeutung. Und die müssen wir jetzt, müssen jetzt nicht komplett neue Wörter erfinden oder so weit. Wir haben ja schon Wörter dafür und die deutsche Sprache ist eine sehr präzise Sprache. Zumal wir es ja auch nochmal erklärt haben, was wir darunter verstehen. Spätestens dann sollte es klar sein. Du kannst froh sein, dass du überhaupt noch Aufmerksamkeit hier kriegst, JB. Aber du bringst ja auch zumindest ein bisschen Entertainment hier. Woher willst du denn wissen, dass ich das Video noch gesehen habe, hm? Also, JB, du hast dich als Truther vollumfänglich disqualifiziert. Toni übrigens auch. Ja? Ja? Was ihr darunter versteht, interessiert auch keinen Let's Play. Anna hat mir damals schon gesagt, dass mit dir etwas nicht stimmt, ne? Dass du wahnsinnig bist oder sowas. Aber wer sollte denn wissen, dass sie recht hat? Oder zumindest mal wahnhafte Züge. Ja, ich kann es ja nicht diagnostizieren. Ich weiß es ja nicht. Aber mir kommt es halt, wenn du davon überzeugt bist, kommt mir das sehr, sehr wahr nachvoll. Willst du dich nicht mal behandeln lassen oder so? Webster, blablabla. Let's Play, du kriegst doch Toni unterschwellig immer noch in den Arsch. Nee. Nein. Aber verstehst du, ich interessiere mich im Gegensatz zu vielen anderen eben für die Wahrheit. Ja? Und verstehst du, ich brauche mir kein Bein für den auszureißen. Aber es ist trotzdem, die Videos, die du über den gemacht hast, sind zum großen Teil Schwachsinn. Und spätestens da dürften es ja die Leute erkannt haben. Verstehst du? Die, die noch dachten, hier, ach, Let's Play, blablabla, spätestens, wo sie die Toni-Videos gesehen haben, haben sie gesehen, ah, komisch. Und dann haben sie sich gedacht, ach komm, mit dem Let's Play ist ja genau so ein Ding. Seltsam, ne? Das war eigentlich ein Fehler. Ja? Bei mir, das haben die ja die Leute irgendwie noch abgekauft, was sie da gegen mich gemacht hast. Aber dass sie dagegen Toni gegangen bist, ist das war ein Fehler. Let's Play, blablabla. Es gibt kein Comeback davon. Ich glaube, das ist deine größte Befürchtung. Aber die Angst kann ich dir nehmen. Anna hatte von Anfang an mit allem recht. Naja, Anna hatte sicherlich nicht mit allem recht, aber sagen wir es mal so, sie hatte schon, naja, so vieles, was sie gesagt hat, im Nachhinein war schon doch ziemlich nah dran, ne? Nur die Begründungen, die waren halt oft die Schlüssel für mich, ne? Aber letztendlich unterm Strich hatte sie schon in vielen Punkten recht, ja. Du bist doch von deiner Lüge, die du dargestellt lebst, was dargestellt lebst, überzeugt. Ich bin von der Wahrheit überzeugt. Und der ist bestimmt schon in Behandlung und hat gerade seine Internetzeit. Internetzeit, ja. Nope, let's play. Rembrandt, Anna ist wahnsinnig, okay. Na dann, wenn du das sagst. Ja. Das sagst du hier, meine Videos haben voll und schwarz geklappt. Ja, vor allem, das wurde vorhin über mich hochgeladen. Und das, also ich finde wirklich, also man müsste echt mal so ein Ranking machen, aber ich finde das, was Tony da mit dem 19-Jährigen gemacht hat, was du da, was da jetzt wieder die Symbolik absichtlich, das war echt schon das war echt schon ein ganz großes Kino, ne. Meine Befürchtung, das wäre die größte Selbstentlarmung, wenn es noch ein Comeback gäbe. Ich glaube, da kannst du beruhig sein. Teebi, das tue ich mir nicht mehr an. Also kann man keine Desinformanten entlarven, weil sie ja immer die Lüge als Irrtum hinstellen können. Tja, weißt du, naja, sagen wir es mal so, Rangpray, ne. Pass auf, guck mal. Wenn ich, du mal angenommen, ich stelle unter Beweis, dass ich weiß, dass 2 plus 2 4 ist, und jetzt will ich euch plötzlich erzählen, dass 2 plus 2 5 ist, aber jeder weiß, der weiß eigentlich, ja, dann ist davon auszugehen, das ist eine Lüge. Es sei denn, ich würde jetzt mit irgendwelchen Medikamenten stehen oder ich wäre hypnotisiert worden oder was auch immer, ne. Aber wenn ich da klar bei Verstand wäre, was davon auszugehen, wenn ich jetzt plötzlich sage, 2 plus 2 5, das ist eine Lüge. Wenn ich hier zum Beispiel die ganze Zeit Herrschaftsablehnung betreibe und komme ja jetzt nicht damit mit dem CDU-Ding, jeder weiß, dass wir da nur Spaß gemacht haben. Jedenfalls, das hört man sogar am Tonfall, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die ganze Zeit Herrschaftsablehnung betreibe und dann plötzlich sage, wählen Sie AfD, retten Sie die Menschenleben, also dann dürfte ja wohl klar sein, da ist auch von einer Lüge auszugehen. Ja? Beziehungsweise, naja, guck mal, du weißt ja dann, oder von einer bewussten Täuschung eben, in dem Fall also Lüge, weil ihr wisst ja alle, dass sich mir diese Dinge erschlossen haben. Ja? Und wenn ich jetzt plötzlich so komme, dann stimmt da was nicht. Ist doch ganz klar. Und man muss ja sagen, dass gerade ich, klar, hat sich natürlich jeder weiterentwickelt. Ja? Das ist natürlich ganz klar zu sehen. Nur ansonsten, äh, war ich doch sehr konsistent in meinen Aussagen, ne? Und ich habe auch nicht irgendwie hier mit zweierlei Maß gemessen, finde ich großartig. Gut, was man sagen müsste, ist natürlich, dass ich bei Toni immer sehr nachsichtig war, also, das kann man schon sagen, ne? Aber jetzt nicht irgendwie, wenn es um die Wahrheit ging oder sowas, ne? Oder irgendeine Ungerechtigkeit, kann ich mich jetzt nicht groß dran erinnern. So. Bla, bla, bla. Noch einmal eine, bis da was existiert, Kirmulation ist kein Zufall. Woher weißt du, dass das kein Zufall ist? Da müsstest du ja quasi schon Toni sein, um das zu wissen, ob das Absicht war oder nicht. Absoluter Blödsinn. Und du machst, weißt du, das ist so lächerlich, was du mittlerweile hier abziehst. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass du eigentlich, oder ich ziehe es zumindest in Erwägung, ich kann es ja nicht wissen, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass du eigentlich das Ganze hier alles lächerlich machen sollst. Mir kommt das immer mehr so vor. Ja? Oder du bist halt wirklich nicht ganz dicht. Let's Play, ich finde es richtig geil, wie du selbst weißt, du weißt, dass ich recht habe und du hier deine Videoshow abziehst. Ich fand das richtig geil, weil ich weiß, dass ich recht habe. Ja. Bla, bla, bla. Moment. Es ist keine Lüge, weil man ja wirklich Menschenleben rettet, ob es legitim ist, dass es anders ist, zu sagen, ist was anderes. Also du glaubst, wenn du ein Kreuzchen machst, rettest du Menschenleben damit. Das glaubst du wirklich, Rainbrain? Hm? Es geht aber hier um was völlig anderes, Rainbrain. Selbst wenn das der Fall wäre, würde das doch Fragen aufwerfen. Wenn doch klar ist, Let's Play hat Libertarismus verstanden. Und jetzt will uns plötzlich Let's Play ein X für ein U vormachen. Let's Play sagt, er ist für Herrschaftsablehnung, er zum Beispiel, ne, und kommt dann aber plötzlich und sagt, ihr sollt Parteien wählen oder wählt selber Parteien. Da stimmt was nicht. Und da ist auch dann von Vorsatz aus zu gehen, ne, obwohl man selbst das dann nicht hundertprozentig wissen kann. Vielleicht irrt man sich plötzlich und ist jetzt abgespaced hier oder redet sich da selber was ein. Aber da ist dann schon viel, viel eher von Vorsatz aus zu gehen, ja. Let's Play, Toni weiß genau Bescheid über Symbolik. Das glaubst du ja selbst nicht. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen. Jeder normale Mensch hier weiß das. Jeder normale Mensch weiß, dass wir jeden Tag irgendwelche Bewegungen machen und man fasst sich am Kopf. Das ist eigentlich schon lächerlich, überhaupt darauf einzugehen, ne. Schöne. Es ist keine Krümmung, der der Effekt zu beiden Seiten geht und eindeutig durch die Kamera erzeugt wird. Ja, zwei, 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 drei, 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 Ich würde Dinge verdrehen oder so. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemliche Frechheit, Brain Brain, ne. Findest du nicht? Ich finde, das ist eine Frechheit. Ja. Auch das hier mit JB schon wieder die ganze Zeit, ne. Warum gehe ich überhaupt darauf ein? Warum rechtfertige ich mich hier überhaupt? Was soll das eigentlich? Das gibt ja ja gar nichts zu rechtfertigen. Ne. Na gut, ich will auch ein bisschen darauf eingehen wegen dem Entertainment-Faktor. Ich gebe es ja zu. Aber trotzdem, im Grunde genommen, ne, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand hier Vorsatz unterstellt oder Lügen oder sowas, ne, und ich werde ja wohl selber am besten wissen, ob ich gelogen habe oder nicht, ne, in bestimmten Punkten. Und der das ja auch folglich dann noch nicht beweisen kann, dann ist das eine absolute Frechheit und das entzieht eigentlich einem Gespräch jegliche Grundlage, finde ich. Es sei denn, man will hier noch ein bisschen Entertainment haben oder so. Aber im Grunde genommen ist dann da eigentlich auch alles gesagt, ne. Also hier Rainbrain, ich dachte ja letztens noch, du hättest eventuell dieses Füßebild, um mich ein bisschen zu triggern oder so, ne. Aber, ja, du hast ja wirklich da ganz komische Videos da auf dem Kanal. Bist du irgendwie, bist du Fußfetischist oder was? also, ich dachte ja jetzt nicht, dass du da wirklich solche Videos drauf hast. Bist du heute voll? Vegan und Lecker hat nicht gelöscht werden dürfen, nur wegen verbalen Unförmlichkeiten. Mal ganz ehrlich, das hätte nicht sein müssen. Flo, ich habe ja Flo plus schon einiges gesagt dazu. Note Let's Play, das war eindeutig Eindringensymbolik gefolgt von 666. Du riechst ja wieder Toni in den Arsch. Wie ich es ja vorher schon geschrieben habe. Da kann man eigentlich auch nicht den anderen die Schuld daran geben, ne? Dass das hier dann halt gesprengt wurde. Hier das Team Let's Play und Toni Mahoney, ja? Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen, ne? Er hätte ja nicht brauchen, sich das Gehirn reinscheißen zu lassen, ne? Oder so krass reagieren. Kann man eigentlich auch nicht der B die Schuld dafür geben, weil er ist eigentlich schon selber schuld, ne? Nur, dass was geschehen ist, ist geschehen. Das ist nicht mehr durchgängig zu machen und das ist jetzt schon zu oft passiert und da ist jetzt halt verarmt. Ja. Eigentlich kann mir das auch egal sein, dass der JB da irgendwelche Drecksvideos über Toni macht, weil ihm ist es ja auch egal, wenn der JB was über mich macht. Aber ich sag's halt einfach trotzdem. Obwohl ich's echt nicht zu sagen, bereue ich denn. Und die Leute wissen ganz genau, dass ich Rechte habe. Ja. Und gerade solche Situationen, ne? Wenn ich da nicht mehr so gut mit einem dran bin, ne? Wie damals mit Ian Hiob oder wo ich ihm noch gesagt habe, ne, ist es nicht okay, die Privatsachen zu verbreiten oder jetzt auch mit Toni oder so, ja? Gerade das untermauert ja noch meine Glaubwürdigkeit. Ja? Weil da die Leute sehen, ah, der interessiert's wirklich für die Wahrheit und nicht nur, was ihm jetzt in den Gramm passt und was nicht, ne? Das ist halt der Unterschied, ne? Da sieht man das halt dann schön, ne? Weil JB ein Clown ist, der uns zum Lachen bringt. Also heute hast du uns wirklich schon ein bisschen zum Lachen, also du bringst mich nicht immer zum Lachen, JB, ne? Aber heute hast du wirklich schafft, also heute hast du mir doch den Tag ein bisschen versüßt. Aber seit immer mir rauskommt, dass die Leute den doch nicht so wirklich ernst nehmen oder so, das ist eigentlich auch... Das ist ja mein Kanal beschreiben auf dem Kanal durch. Was für ein Kanal? YouTuber ist Hotfeed oder was? Also ich lade nicht solche Videos hoch. Ich stehe nämlich echt nicht auf Füße oder so. Also irgendwie gibt's für mich Körperteile von Frauen, die find ich wesentlich interessanter. Ich will gar nicht wissen, was bei dir im Schädel vor sich geht, Ray-Pray. Also eigentlich hat der Gatekeeper die Sendung gerückt. Wenn es so weit geht, was? Hört ihr die Schiene raus? Let's play. Das ist der Psycho. Es ist immer zu geil. Wie er es nie selbst merkt, dass es jedem auffällt. Haha, ja. Ich wurde doch schon tausendfach entlarvt, JB. Es kann nur in seinem Rahmen SRS rüberkommen, wenn er so weit geht, fällt es ganz klar. Okay. Wer ist diese bisexuelle Jay, von der du die ganze Zeit spricht? Erstens mal weiß ich nicht, welche Jay ihr meint. Und ich weiß auch nicht von Bisexualität. Welche bisexuelle Jay? Achso! Achso! Okay, jetzt habe ich einen Witz kapiert, JB. Jetzt habe ich einen Witz kapiert. Ja. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ja. Hier wird die Schiene von Let's Play wieder übertrieben und unglaubhaft. Irgendwie muss ich ja versuchen, hier noch Schäfchen ins Trockene zu bringen, ne? Bedenkt, dass der Chat ja eigentlich leer hat. Ja, stimmt. Ich habe heute wieder einen kleinen Deal drin. Weil irgendwie letztens es da Unterbrechungen gab. Robert Tufall, willst du jetzt eigentlich noch reinkommen oder nicht? Weil ansonsten ist es ja langweilig. Es wäre doch langweilig, wenn man alles hinnehmt und nicht die allgemeine Zeit der Frag, das ist grundlegend durch Forschung, Forschung kann eben auch fehlschlagen, aber gemacht werden muss ich doch. Ja, Robert Tufall, du solltest vielleicht mal ein paar Leute hinterfragen, wie immer nett reden, aber vielleicht gar nicht so nett sind. Kleiner Tipp an dich nur. Ja. Musst du aber selber alles rausfinden, ne? Wie gesagt, guckt dir meinen Cable Guy an nochmal. Raybrain, ja, der Kanal, ich stehe auch nicht auf Füße. Oh, ich gebe da. Grazie Community, ich spiele Klicks und Abos. Ach komm, das halte ich für ein Gerücht. Ja. Immer wenn er meine Texte vorliest, muss er es wie ein Kleinkind schlecht vorlesen und sich dumm stellen. Haha, let's play, dein Niveau ist so schlecht. Ja, aber wenigstens sagt hier mal einer, dass ich das absichtlich falsch vorlese. Ja. Also ich gebe wirklich, es ist ein bisschen was dran, ne? Was er da schreibt. Weil ich lese tatsächlich, wenn ich Texte vorlese, verändere ich tatsächlich meine Sprachweise so, dass jeder weiß, dass es ein Text ist, den ich vorlese. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber extra falsch lese ich es eigentlich nicht unbedingt vor. Okay, vielleicht bist du auf das eine hier mit dem, einem Wort, wo du den Buchstaben vergessen hast. Wo ich gesagt habe, du hast es nicht so mit der Rechtschreibung. Niemand hat das Recht, eine Konversation durch Alimentierung von Super-Sieben-Verhalten in der Grund-Axiom-Susse bis hier. Das ist ein, was? Pseudo-philantropischen Destruktivismus entartet. Ja, also ich bin zwar versiert in sämtlichen Bonoklein-Diskrepanz-Modifikationen, aber das hat mich jetzt doch echt überfordert hier. Let's play, Robert to Fall, peilt doch nicht mal, wenn ihn from Truth and Other Lies wieder den größten Fake serviert. Das sind die Leute, die du ja mittlerweile schon promoten musst. Naja, also ja, da ist halt da manchmal so ein bisschen ein Spätsynier, der Robert to Fall. Aber es wird schon noch, oder Robert? Ja, manche leben halt in so einer kindlichen Vorstellungswelt. Manche leben auch in der wahnhaften Welt. Aber manche leben halt auch in einer kindlichen Vorstellungswelt. Vertragt euch doch alle, Mensch. Ja? Das ist halt die Vorstellungswelt wie von einem kleinen Kind oder so, wie von einem Scheidungskind. Dass sich Mama und Papa wieder vertragen sollen. Das Scheidungskind denkt vielleicht sogar, es wäre schuld daran, dass die Eltern, aber das hat eine Kinderwelt. Der Robert to Fall bringt es wieder auf den Punkt. Der blaue Megaman mit dem roten im Hintergrund ist symbolisch die Rangordnung der Illuminaten und da hört der Spaß auf. Wenn es zum Wahnwirt, ja, du guck mal den Megaman. Also hier, Megaman ist blau, Protoman ist rot. Dann ist das eine Auge von Megaman ein bisschen größer. Also so von der Darstellung hier natürlich, weil der so komisch guckt. Also auch die Einnahmssymbolik, ne? Da kann man vieles daran interpretieren eigentlich, ne? Guck mal hier sogar das Siegel des Saturn. Guck mal hier beim Shadow Man auf der Brust diese Striche da, seht ihr das? Das ist das Siegel des Saturn. Ja. Da geht noch einiges in den Bildern. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich wähle meine Bilder aus, die mir gefallen und nicht, wer da irgendwas reininterpretieren könnte, weil ich mache ja nicht mein Leben abhängig von irgendwelchen Ich weiß nicht, ich fühle mir jetzt echt die Worte. Ihr wisst ja, ne? Ja. Von JB zum Beispiel. Schließt mich an. Bla. JB, ich habe Andreas vor Tagen geschrieben. Es gab keine Antwort. Das Ding war ein YouTube-Richting. Ja, Robert, aber ich finde, von Truth and Other Lives haben wir einiges gemacht und das ist auch nicht voneinander zu weisen, was wir da gemacht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, auch darüber haben wir auch mehr gemacht als über Flow Plus. Wieder schon relativiert, Let's Play. Hast du nötig bei deinem Was? Scheppel. Also, dir dürfte ja schon klar sein, dass man nicht so schreibt, oder? Soldaten, die du nur mehr hast. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie die Jubelperse habe. Duni Mahuni ist Schlaghausbefürworter. Das weiß ich nicht. Jo, Let's Play, weswegen ich dieses Profilbild nicht verwenden würde. Du kannst ja nur einkönnen somit. Ja, aber JB, es ist mir eigentlich relativ egal, ob du da was reinhentrepentierst oder nicht. Beziehungsweise, manchmal machst du ja auch lustige Videos drüber. Ich kann dich auch nicht für die Dummheit der anderen verantwortlich machen. Aber ich weiß gar nicht, werde ich da überhaupt guterlich frequentieren. Scheint mir auch immer mehr ein Dumbleback für Trolle zu werden. Guck mal, eh nicht so. Ist, glaube ich, eh nicht repräsentativ. Schön, wie Let's Play den Gatekeeper, den Spiegel vorhat. Da soll man, meiner sagen, einen Kreakt hat und dann keine Ahnung. Ihr frisst Tiere für Bitcoins. Okay. Ja, das hatten wir doch vorhin schon. Das hatten wir doch vorhin schon, wenn der ein Stück Fleisch isst, da hat der nicht das Tier getötet. Gehe ich jetzt davon aus? Sagen wir, der hat selber einen Schlachthof oder so. Hast du eingesteigen? Kämme, ihr auftritt. In meinem neuen Video bemerkt. Ich habe extra einen Megaman gezeichnet. Was, du hast einen Megaman gezeichnet? Ach komm, Flubbluster, ich will mir das nicht alles reinziehen. Mach doch mal, schick mir mal den Timecode. Das ist aber schön. Und es kommt ja auch demnächst wieder ein neues Spiel von mir raus, nämlich Megaman 11. Ich finde das richtig schön, dass ich hier mit Megaman interessiert werde, weil, was gibt es eigentlich Geileres? Ich habe mir mal die Frage gestellt, ist der Megaman eigentlich ein Android oder ein Roboter? Die anderen sind ja alle Roboter. Ich würde sagen, der Megaman ist auch ein Roboter. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Zeichen, weil der Megaman hat ja keine Emotionen und ich bin ja anscheinend hier Psychopath, wie es immer wieder behauptet wird, und die haben ja dann auch hier keine Empathie und so was. Hat der Megaman dann ja auch nicht, wenn er keine Gefühle hat, hat er auch keine Empathie. Ist wahrscheinlich auch deswegen ausgewählt, da ist noch gar keiner drauf gekommen. Jetzt habt ihr wieder eine neue Verschwörungstheorie. Es geht hier nicht, und er erzählt mir jetzt nicht, wie das ein Kampfbegriff ist, ich weiß es. Es geht, ja nicht, um das, was hier damals über 5-2-1-1-1 gemacht wurde, sondern mein neues Video, wo ich ihm eindeutig einen Fake nachgewiesen habe, da kommt der Robert nicht mehr raus. Ja. Ja, weißt du, das Problem ist nur, Gatekeeper hier, weil du machst ja auch lächerliche Videos immer mehr, und deswegen, wenn du da mal was Nötiges machst, kann man das ja auch nicht mehr so ernst nehmen, verstehst du? Ne? Hast du halt selber diskreditiert damit, ne? Debi, Herr Johann Strube, hat doch klar gesagt, wie kann jemand mit dem Todesengel anderen negativ was? So wie satanische Symbolik vor... Weißt du, Debi, aber eigentlich konntest du dir doch die Reaktion von Toni denken. War das jetzt eher, weil du dich selber überschätzt hast, oder war das so beabsichtigt? Dass dann auch der Support eingestellt wird, und dass sich dann gegen ihn wendet. Wäre mal interessant, ne? Weil es war ja klar, es ist dann irgendwann eskaliert, ne? Was, das klingt aber stark nach Selbstbedrückung, das Bindtor. Ja, es führt wieder alles an darf, ja. Ich kenne dein Video, schließt nicht aus, dass Andreas recht hat, und du hast einfach wie du es dir passt zusammengestellt hast. Ja, das Problem ist einfach, früher habe ich mir sogar noch gedacht, hier komm, aber mittlerweile kann ich den ja gar nicht mehr ernst nehmen, den Debi, ne? Jetzt liest es aus, weil du Sync-Beweis im Video siehst. Und vor allem, muss man sich echt mal sagen, also der prinzipiell immer von Vorsatz aus geht, meistens auch schon irgendwann nicht. Du hättest es selbst beieinanderlegen können, Satter. Von meinen Videos ist es kalt, ist lächerlich. Aber sie werden immer langweiliger. Welche Exxon meinst du genau auf was? Ey Leute, will jetzt noch einer hier reinkommen, dann ansonsten mache ich jetzt Schluss. Du bist ja schon klar, dass dir Erde dann aber in die Rude sein muss, damit es passt. Let's play, starke Runde. Let's play ist müde, nicht zu behören. Ja, du ermüdest mich, J.B. Nein, Robert, zuvor, das ist nur beschränktes Denken, das kann auch nur die Perspektive sein, dass ich begrüße. Also komm, J.B., einen Klopper darfst du hier noch raushauen, einen hast du noch frei, aber dann wird es langsam als Freiheit, ne? Also ich finde, es war trotzdem eine relativ schwache Sendung, einer der Schwester überhaupt, der Schluss hat es aber ein bisschen gerettet, finde ich. Ich als allein Unterhalter. Wir verstehen uns, Zeit für die Gummizelle. Jo, ich schaue noch einen raus, 7-7, kommst du dann bald? Verstehe ich nicht ganz. Meinst du jetzt ein Seven, oder was der mal in der Sendung war? 7-7? Oder meinst du Seven of Nine von Star Trek? Ja. So, happy. Schweine zeitlange Balkoni, okay. Ja, das ist ein bisschen besser, passt hier gerade. Ihr könnt eigentlich ausschalten, es kommt ja nichts mehr. Es kommt ja nichts mehr. Schade ist, es hat nicht geklappt, Wie im EB-Video. Kringt drüber nach, Let's Play, Stichwort Java-Sendung. Ja, du meinst ein Seven, meinst du, ne? Ja. Meinst du, das war auch inszeniert von mir, oder was? Meinst du, das habe ich zusammen mit Seven inszeniert, weil ich mit dem unter einer Decke stecke, um die Java-Sendung zu sabotieren, aber um von mir abzulenken, oder was? Ja. 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 Ja, den Seven meine ich. sie das nicht bereit sind. Der Bi, wenn du in der Oog kommst, sag mir Bescheid, da bin ich dabei. Da hätten wir so eine schöne Sendung raus machen können mit dem Weißing-Efängnis, finde ich. Nein? Ihr wollt Tony supporten damals gegen Jabber. Womit? Ach, der Seven wollte auch den Tony supporten. Das freut den Tony bestimmt. Nein. Die ganze Welt ist inszeniert nur, um JB und Tony zu täuschen. Alles wurde nur für die beiden erfunden. Ja, ich habe das ja schon gesagt im Schlussessen, dass eigentlich die ganze Welt nur erfunden wurde. Deswegen. Was war zuvor? Du hast ihn gegen Jabber. Also, fandest du okay, was der da beim Tony abgezogen hat, oder was? Ja, ich war prinzipiell ja auch nicht gegen Jabber, nur, weil er das abgezogen hat, ging er nicht, ne? Da musste man doch mal was dazu sagen, ne? Vielleicht hast du Glück, wenn du noch mal den schönen Rekord durch. Von Seven, oder was? Aber meinst du, ich wusste das alles, oder was? Meinst du, ich war gar nicht überrascht? Ja, ich war gar nicht überrascht. Ich warte die Gespräche mit Cesar, gut. Also, Jabber mit Cesar. Ja, mag ja alles sagen, Robert, du voll. Aber entschuldige trotzdem nicht die anderen Sachen, ich verstehe. Ja, ich war gar nicht überrascht. Ich hab's gut auf den Punkt gebracht. Und Jabber, finde ich, in der Sendung. Da war übrigens auch noch Helena Melkowitsch drin, falls ihr es wissen wollt. Natürlich ging das, aber das trifft eben was auf euch ganzen Agenten hier zu, wenigstens hier dazwischen musstet, okay. Das war echt lebhaft, weil der CJB jetzt stell dir mal vor, ich wäre wirklich ein Agent. Und jetzt aber, weil du diese ganzen lächerlichen Sachen gemacht hast, glaubt dir das irgendwann keiner mehr. Wenn dann rauskäme, ich wäre wirklich einer. So einer wie Agent Smith oder so. Vielleicht bin ich ja Agent Smith. Verstehst du? Also irgendwie finde ich das alles widersprüchlich. Steck dir nicht so ganz dahinter. Okay, Debbie, erklär mal, wie du etwas ändern würdest und was genau du tun willst. Ich glaube, der Robert Tufall, da ist so einer, der denkt immer noch, man kann doch mit jedem reden und so und vertrag euch doch alle. und so weißt du so. Aber Robert Tufall ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist eigentlich das Denken von dem Zwölfjährigen. Liegt mir wirklich fertig zu beleidigen oder so, aber mir fällt das immer wieder auf. Let's Play kannst du eigentlich auch ein Dialekt sprechen? Ja, klar. Ich dachte immer, das wäre ein Dialekt, den ich hier die ganze Zeit spreche. Also richtiges Hochdeutsch ist das nicht. Vielleicht ist es aber auch eine Art Pseudodialekt, um euch irre zu führen. Man weiß es nicht, ne? Ja. Let's Play wobei, den Dialekt, den ich hier spreche, den gibt es eigentlich nicht in der Form. Wüsste ich jedenfalls nicht. Let's Play, das ist doch nur eine Show, was? Eine Show-Behauptung hier mit den lächerlichen Sachen. Wieso sollte ich darauf eingehen, ist das Schwachsinn? Agenten mit halbautomatischen Handwerfen das Ändern, Herrschaft und Zwang abschaffen. Das ist das erste Sinnvolle, was heute hier geschrieben ist, Schäbi. Und nicht von FE-Schwurbeln. Ja. Oh, ganzes Jöchse von der Dummheit. Oh. Tim Jones, welcher Dämon hat mich denn besessen, J.B., du weißt ja anscheinend mehr über mich als ich selbst. Als Tim Jones, du weißt ja wahrscheinlich selber nicht. Obwohl, es ist halt einfach, äh, das schreibst ja auch wahrscheinlich jetzt nicht du, sondern der Dämon. Oh. Oh. Tim Jones, Matrix Dämon ist ein Unterschied für Dämonen. Was für Dämonen bist du besser beim Mahony aufgehoben? Jetzt ist es aber, ist der Toni auch von einem Dämon überwältig worden, oder was? Erzähl mal. Ist der auch von einem Dämon besessen? Du bist mit den Dämonen gekommen, nicht Toni, der stimmt. Wobei auch der Toni nicht die große als ich wieder gesprochen hat. So lange, wie es ihm in den Kram gepasst hat, ne? Nein, ich habe geschrieben, Matrix Übernahme Dämonen. Also, ich habe auf jeden Fall noch die ganzen Videos davon, die uns betreffen. Ja, aber was ist der jetzt hier mit Toni? Ist der ja auch ein Dämon, oder was? Erzähl mal, das will ich mal wissen. Nein, Dämonen gehören wohl eher zur Beschöpfung, Glaube, Christensache, okay. Herr Toni hat nicht angefangen mit den Dämonen, das sagst du. Ja, wo ist ein Agent? Du bist ein Matrix-Agent wie Agent Smith, oder wie? Mr. Anderson. Jetzt fragt er hier. J.B. ist der Neo-Messias, der uns aus der Matrix führen wird. Wir müssen nur unseren satanischen Verstand ablehnen und die Offengudigkeit von J.B. die Smart annehmen. Aber wird alles gut, Triple Six. Das ändert trotzdem, was? Das ändert trotzdem dem, Nichts daran, dass du mit dir wohlgekommen bist. Ja, bist du eigentlich auch so ein Dämon, J.B. Vielleicht kennt sich deswegen so gut aus. Wie sagt man immer, it takes one to know one. Haltet euch immer alles offen. Ja, das mache ich tatsächlich. Also jetzt hier so wahrheitsmäßig, wie wisst ihr, was ich meine. Jawohl, was? Ja, weil ich Dämonen nicht ausschließe. Könnte auch sein. Deswegen, dass so ein Zeichen dazwischen steht. Du Intelligenzbestie. Dämonen sprechen für eine starke Psychose seitens Gatekeeper. J.B., das habe jetzt nicht ich gesagt, ne? Was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit für eine Kacke, J.R.A. Soll ich mal gucken, ob mich noch jemand angeschrieben hat auf Discord? Also ich weiß wirklich nicht, wann ich die nächste Sendung mache. Also solche Sendungen wie heute, Leute, könnt ihr euch vergessen. Frieder übersteigert übertriebenes gespieltes Lachen, typisch Psychopathen. Sie können echte Gefühle nicht nachmachen. Oh Gott. Der Henry sollte uns eigentlich dieses Jahr erlösen, indem er ein Schwert am Huntersberg aus dem Stein zieht. Ein Master-Schwert, aber es geht ja nicht darum, ob es Dämonen gibt oder nicht, sondern darum, dass er behauptet, ich wäre davon besessen oder von der Matting, sondern dennoch ist das Dämon-Ding mit dem Raum Sam Jones, du bist ein Agent von einem Dämon besessen, war meine Behauptung und sie wurde mehrfach bedingt und die Jury überführt. So, dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Bevor wir hier jetzt noch mehr entlarvt werden, als es sowieso schon, also mehr können wir eigentlich nicht mehr entlarvt werden, also Dämon-Matrix-Agent, ich glaube, das ist schon das Ende der Fallenstelle. Oder vielleicht ist einer von uns noch der gehörte, selbstpersönlich, höchstpersönlich. Aha, deine Unterstellung wurde also belegt interessant. Cyborg Hitler, weißt du das Wort, der Monat eigentlich in welchen Sinn oder als Etaffer. Schwer jetzt einfach mal alles so nehmen, wie es in den Videos war. Du brauchst ihm da jetzt noch keinen Ausweg noch zu liefern oder eine Brücke zu bauen. Davon war nie die Rede. Ja. 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 Was? Ja. Ich habe es sogar noch mal aktualisiert vor zwei Tagen. Das Video heißt Let's agents talk and plays his part. Aber warum nennst du es nicht einfach Let's agent talks and plays his part? Das verstehe ich nicht. Das ist mein Rätsel. Wer ist dein Auffraggeber, Sam Jones? Du bist echt witzig stabil mit deiner paranoiden Schizophrenie. Okay. Na ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Hier so in Diagnose stellen, also aber wundern würde es mich jetzt nicht. Das haben die ja auch dabei so Ansicht, dass irgendwelche Dämonen sind. Das war's ja Schlusswort. Ich bin echt untermüde, Leute. Also bis dann. Ciao.